hallo liebe filmfreunde hier ist euer vorerst 80 mit der kanarina sie ist wieder mit dabei und was sind wir geplant hat ja was machen wir wenn wir hier hinten sitzen in diesem zimmer zusammen was kommt da meistens aber nennen wir haben uns überlegt wir machen mein erinnerungsvideo an das jahr 2015 ein kleiner rückblick ein kleiner rückblick aber der rückblick wird etwas länger dauern soll ich euch gleich wieder mit etwas länger gehen und ja wir sind jetzt eigentlich 2015 mal kurz komplett ja eigentlich mit youtube beschäftigt also wenn es ich sie mir teilweise aber auch sie ist mir dabei auch nicht sehr wenig genau das erste ganze jahr und dann überlegt wir machen noch mal die höhepunkte von meinem kanal von unserem kanal was wir so erlebt haben in diesem jahr einiges einiges und speziell natürlich gab es auch unmengen unboxing videos von mir also von mir media books du hast dich angeboxt? ja natürlich unmengen aber es gab auch noch andere sachen zum beispiel hier follow me arounds und da möchte ich gerne noch mal so kleine einblicke noch mal auf dieses diesen kleinen videos noch mal zeigen dann und wir werden euch gemeinsam durch diese videos führen aber gebt acht liebe leute denn wir wollen euch dieses video ein wenig schmackhaft machen denn unbedingt es geht wirklich lange denke ich mal wirklich lange und damit ihr dran bleibt hat er sich wieder was überlegt denn es gibt nämlich auch bei diesem video ein gewinnspiel was? noch ein gewinnspiel? ja denn 1000 von abonnenten special ist jetzt erst vor kurzem läuft es am 16.1. jahr aus verlosen wir kommen am 17. aber auch hier gibt es ein extra gewinnspiel denn das video geht wirklich extrem lange und das sind jetzt so ein paar kleine abweichungen zumindest ein paar kleine fehler werden hier rein sich reinschleichen und ihr müsst herausfinden was es für viele es sind wie viele es sind und es ist nicht leicht das kann ich euch gleich sagen das verraten wir jetzt aber nicht und ihr müsst vor allem aufmerksam zugucken die ganzen zehn stunden aber wie gesagt nur in diesem bereich hier also was ihr hier seht also halt hier nicht also hier überall aber jetzt bei normalen reingestellten videos braucht auch keine angst und da es kommt nichts also nur jetzt in diesem so wie ihr uns seht in dieser perspektive jetzt ja und schatz lange rede kurz du redest viel zu viel denn wenn du mit dabei bist du redest du redest pass auf jetzt rede ich nichts mehr ja wir fangen einfach mal an damit es mal vorwärts geht und zwar am 1.1.2015 ist schon ein jahr her ja wahnsinn wir werden langsam alle alt stelle ich fest da war die emma noch ganz klein ja wo ist es jetzt die emma kommt bekam ich ein paket von meinem lieben freundin las storch ein päckchen da war eine edition aus holland und das war nämlich der expandables 3 in der limitierten auflage das exklusiv von mediamarkt gab und die jetzt hier oben steht die seht ihr nicht die seht ihr nicht und gut schauen wir das video euch an viel spaß dabei und mal gucken das erste unboxing was heuer kommt ist expandables 3 in der limited edition aus den niederlanden mediamarkt exklusiv gewesen und ein großer dank gilt an Lars Storch ja meinen abonnenten der mit dieser box doch noch günstig eigentlich zukommen lassen vielen herzlichen dank dafür weil das ist echt in dieser box ist enthalten eben die blu-ray als zweites set das haben wir leider in deutschland nicht dann eine dvd dann ein t-shirt eine mütze und eine pilotenbrille von service delon also auf die bin ich einfach klar packen wir die auch mal aus und setzen die auch mal aus also schaut schon stark aus ist auch aus metall aber die sind schon sehr so schaut die brille aus also man spiegelt sich auch das schaut richtig stark aus dann setzt sich die auch gleich auf oder hat er was oder im expandable style look bin und es ist die größe was ist eigentlich die größe also wenn es xl ist perfekt weil dann passt sie nämlich auch alles andere ist bei mir nämlich etwas eng naja das ist schon ich muss irgendwann den bauch einziehen ja wo ich einsetzt so tada jo ok trotz alledem ist es eine coole box die gab es bei eben beim mediamarkt niederlande exklusiv die hat 29 euro gekostet also die edition war richtig cool von Lars Storch ohne scheiß ne und weißt du noch diese wo ich dich aufgeweckt habe wahnsinn ich bin so erschrocken eine totale typveränderung ich dachte echt ein fremder mann ist in meinem zimmer ja mit der blauen brille und mit dem weißen t-shirt war ich in weiß ne das passt eigentlich gar nicht zusammen und er hat auch nie sonnenbrillen oder käppis auf also mützen so eine mütze stimmt das war eine mütze so du hast recht wahnsinn der auch über eine coole edition echt war und die sind schon lange out of print und das kriegt mir fast echt noch sehr schwer her aber danke lieber Lars für das organisieren herzlichen Dank und was kam als nächstes kleiner Spickzettelblick oh weh ja am 19.01. kam dann die erste Folge von der Starship Collection raus Nummer 1 wo wir die kompletten Schiffe von Eagle Moss euch mal zeigen gezeigt werden eigentlich ähm ja ich weiß das war im Januar und jetzt glaube ich gibt es äh bis zu Nummer 4 gibt es glaube ich jetzt alle und eigentlich fehlen jetzt noch 40 bis 50 und von 50 auf 60 noch und es werden jetzt insgesamt wo 100 Schiffe werden juhu ich freue mich auf jeden Fall wenn ich es alle habe aber sie ist immer extrem genervt bei diesen Videos ja was heißt extrem genervt ist halt ich sitze die ganze Zeit so da ok es ist halt ein bisschen etwas langweilig aber die nächsten kommen auf jeden Fall aber schaut euch mal kurz das Video an von der Nummer 1 damit ihr mal wisst auf was euch darauf zukommt was euch noch alles im Januar und Februar noch kommen wird ok und viel Spaß für euch von 80 mit mehreren Specialsvideos das ist Nummer 1 von mehreren ich weiß nicht wie viele rauskommen denn es geht nämlich um die Star Trek The Starship Collection und die gibt es in England Kandor und USA gibt es die überall und ab Januar 2015 kommt die auch in Deutschland geschenkt Nummer 3 das ist schon sehr viel hochwertiger als dieser Ordner denn es ist nämlich die Widmungsplakette von der USS Enterprise D das Ding ist richtig geil richtig geile Boy Kubus ähm ist leider komplett aus Plastik der ist 20 auf 20cm groß ist recht leicht aber eine richtig coole Sache noch zum entdecken und das zeigen wir euch jetzt gleich so denn der kann nämlich auch nachts leuchten das Heft von der Enterprise D ähm ähm ist das Raumschiff eben von Captain Sherlock BK von The Next Generation und auch von treffender Generation vom Kino und hier jetzt noch eben das Schiff an sich ist eigentlich wie das Geschenk 4 vom Abo eben die Enterprise D auch das hier ist auch wunderschön geprägt diese ähm die Lichter zumindest die Fenster und auch die verschiedenen Konturen des Schiffes sieht man sehr gut ich drehe einmal rum also hier habt ihr gesehen wie das so war die ganzen Schiffe zu drehen für mich ich hoffe die Kameraführung war ok nein hat immer gepasst ja ja als nächstes kam dann was ganz besonderes da war nämlich sie und die Emma in der Zeit nämlich nicht daheim und da kann ich mir was machen nämlich eine Roomtour für euch und da habe ich nämlich die komplett Wohnung vorher aufgeräumt gehabt und dann so ich habe da einen kleinen Einblick wie wir hier wohnen und wo diese Videos gedreht werden und ich habe nämlich bemerkt dass nämlich eigentlich mein Drehzimmer oder mein Videozimmer eigentlich unser Esszimmer ist ja viele denken ja oder viele haben gedacht das ist irgendwie hier oder extra Raum Arbeitszimmer aber ist unser Esszimmer und ja da wird einfach auch geliebt und auch gewohnt und gegessen und gegessen viel Spaß mit der Roomtour ich habe mir was überlegt denn heute ist nämlich die Wohnung ganz alleine außer ich bin da denn meine Frau ist nämlich mit der Emma zu meinen Schwiegerelten gegangen und da dachte ich mir die Wohnung ist aufgeräumt ja ähm es ist ein Fake nämlich was wir jetzt hier gleich sehen denn so sauber ist die Wohnung eigentlich sonst nie wie wir haben jetzt immer ein Kind und da haben wir nicht so viel Zeit immer als Aufsaugung zu machen aber ich habe extra alles aufgeräumt und ich habe euch habe jetzt vor euch eine Wohnung hier und das bekannte Bild von der Stelle von der Katharina aus und das mich in der Ich Perspektive und ich habe bloß meine Stimme also hier drüben sitze ich immer für die Videos zum Drehen hier eben oben das bekannte Bild wo ihr immer seht in den ganzen Videos so ok das ist eine Deckenspanner ist das der geht bis hoch zur Decke ist auch schon sehr abgenutzt wie ihr unten seht denn der Rudi hier der bearbeitet wirklich den Kratzbaum nonstop das ist nämlich sein Heiligtum und damit macht er alles ihr seht der Laufstall von unserer Emma das ist nämlich zur Zeit leer deswegen kann man auch dieses Video machen hier geht es dann eben weiter hier ist dann das Wohnzimmer zu sehen hier ist dann die Durchreiche zumindest der Eingang zur Haustür die Spinnen wo ihr hier oben seht das sind Geschenke von meiner Eltern von Italien ich liebe Spinnen über alles viele finden sie ekel aber ich finde das cool TV Schrankwand mit dem Samsung Plasma Fernseher der ist doch etwas älter ist 52 Zoll groß aber andernfalls er tut sein Werk ist halt kein 3D Fernseher dafür haben wir ein 3D Beamer her und deswegen passt es auch wohl der Aufführung wie ich euch versprochen die Lichter außenrum habe ich extra anbringen lassen zumindest ist es von der Leuchte LED Leuchte ist das und die kann man eben verschiedenfarbig schalten rot blau grün gelb kann man alles machen grün ist jetzt für mich eben jetzt nicht für Naturfilm oder eben für Avatar wo ich eingelegt habe und ich werde euch jetzt mal zeigen wie das jetzt hier vonstatten geht und wie groß eben die Bilddiagonale ist das sieht man jetzt schon mal hier also ich finde es absolut geil dieses Teil ich will in 3D Beamer eigentlich nicht mehr missen und wenn dann mal kaputt gehen sollte kommen wir wieder in 3D Beamer her denn ich finde einfach Fernseher finde einfach zu klein für 3D ok deswegen geben wir jetzt hier eben die Leinwand so ok das wird das Menü eben von Avatar ich hoffe die Vorstellung euch gut gefallen ich baue jetzt mal alles wieder ab und dann geht es gleich ja und ich hoffe euch auch diese Beamer Vorstellung gefallen denn das war ein ganz kurzer Einblick in Avatar nehme ich rein ja das ist immer unser Film für Beamer Vorstellungen das stimmt jedes Mal müssen wir diesen Film immer zeigen weil einem der einzig geilste Teil der Film wirklich ist ja auf jeden Fall war richtig cool ich hoffe euch hat es auch gefallen und dann geht es gleich weiter mit einem nächsten Special Video nämlich dem Sin City Special mit Vizkey Vizcas ja mein lieber Freund der Vizkey Vizcas ja und da warst du auch die Kameraführung stimmt ja und da haben wir auch extrem lange gedreht haben das muss man feststellen das hat ja ewig da haben wir auch ewig Outtakes gemacht und Wahnsinn war das wirklich verrückte Welt und aber ich finde es war richtig cool schaut es euch an und nochmal viele Grüße an lieben Vizkey Vizcas ja ja viel Spaß mit einem weiteren Special Video mal wieder von mir denn wir haben nämlich hier mal was ausgebreitet wie ihr schon im Intro seht und zwar die komplette Sin City 2 und 1 die Collectors Boxen Stealbooks Mediabooks und Limit Editions was alles wo es gibt und da habe ich meinen Special Guest eingeladen mit der hat auch gerne diese Filme gerne mag und das sind wir dann Whiskey Vizcas mein linker linker Platz ist leer und da wünsche ich mir den Whiskey Vizcas her und da kommt er schon er ist ein Newcomer bei Youtube der war noch nie vor der Kamera Vorstellung von den Editionen weil jedem gehört eine oder auch mehrere gehört ihm also ich habe eigentlich die wenigsten von dieser ganzen Sammlung Nein es hält sich die Waage okay mit der Stealbook aus das ist die kanadische Edition und Stealbook ist angeblich out of print kriegt man aber trotzdem noch für mehr oder weniger Geld wenn man ein bisschen sucht kriegt man es ja auch noch ganz günstig die das Cover muss ich sagen ist geil ich finde es schweinegeil ich bin da draufgeguckt werde ich jedes Mal rattig wie die Sachen na toll ich darf nicht rattig werden ich habe eine Frau du wirst dann gleich hier halten müssen ich entschuldige mich im Voraus bitte lass bitte die Hände oben ja ich werde nicht mehr ich werde nicht mehr hallo Gott sei Dank okay ach Gott wie geil und na komm nächsten Finger warum nicht auf den gleichen Finger nein dann können sie zerkratzen uuuuuh auch hier Innendruck sieht eigentlich recht schnucklig aus mhm schnucklig natürlich ich habe Räumchen auch ja guckst du ja ich werde grün ja wir beide bewundern in dem Film die Landschaftsaufnahmen vor allem die Hügel und Berge und Täler und so also richtig tolle Aufnahmen dabei ja super also wirklich sehenswert gefällt uns daher wirklich gut ich bin jetzt selbst nicht frei auf Entschuldigung Entschuldigung also ihr seht schon ein lustiges Video hat viel Spaß gemacht mit ihm und vielleicht kommt er ja mal wieder vor die Kamera wir haben mal wieder Zeit ja leider ist das Problem dass der Wüsker Wüskers extrem wenig Zeit zu Zeit hat ja da er nämlich viel arbeiten muss und er ist ja auch hat meistens Nachtdienst aber ich hoffe wirklich er kommt wieder demnächst mal wieder zu uns der ist einfach lieber Kerl und ich freue mich immer ihn zu treffen ja und dann war es soweit am 22. und am 23.2. kam es nun für euch raus das Overview Video von meinem kompletten Zimmer ach du liebe Zeit wie viele Stunden eine Laufzeit von zweieinhalb Stunden gegen dieses Video zumindest ist er auf 2 Teile gedreht worden oder gemacht worden und auf jeden Fall wirklich krass und jetzt gibt es hier wieder einen ganz minimalen Einblick in dieses Video viel Spaß liebe Leute nun ist es soweit wir werden in das heilige Zimmer vor mir eintreten ich werde jetzt hier langsam mal die Tür aufmachen Achtung und hier sehen nun mein komplettes Zimmer mal in der kompletten Übersicht wie es bei mir ausschaut mit Beleuchtung hier die habe ich hier selber reingebaut für das Knarzen kann ja nichts dafür das ist nämlich unser Boden hier drüben seht ihr jetzt nun meine Glasvitrine komplett hier ist mein Star Trek Eck und hier eben noch einmal eine Raumteile von Ikea hier drüben befinden sich meine kompletten Steelbooks unten sind die ganzen Mediabooks zu sehen und noch Spiele Collectors Edition der Steelbooks und so weiter und so fort und hier hinten dann noch die ganzen Köpfe hier oben hier noch weitere Steelbooks von Savi und Animationsfilme hier mein SS in Squid Egg und hier noch die andere Seite ich habe es jetzt so vor also ich sage euch gleich das Video wird echt sehr lange gehen jetzt nochmal ich habe jetzt nämlich vor euch alle Dizierungen einzeln vorzustellen und es kann auch sein dass ich mehrere Schnitte machen muss also für die vielen Schnittfassungen von dem Video muss ich mich jetzt schon mal entschuldigen muss ich muss es machen weil sonst geht es wieder noch länger als es so schon ist und deswegen werden wir eben ein bisschen rumschneiden müssen an dem Video gut ich fange hier oben an und gehe dann reihenweise runter ich werde nicht spezifisch auf die kompletten Filme eingehen sondern werde euch nur die Edition vorstellen und das war es auch dann schon auch werde ich nicht nach Genresortiert vorgehen sondern ich werde einfach das Zimmer so runterwärts machen weil sonst ist einfach zu viel Schnipselarbeit also ich bin sehr groß in den Squid Figuren sammler und auch Fan von der kompletten Spielereihe denn das ist einfach ein richtig cooles Spiel und macht richtig viel Fun wir fangen wir hier oben an ach Gott wo haben wir jetzt wo fangen wir hier an das hier ist eben die Black Chest Edition von Assassin's Creed 4 Black Flag mit Edward Kenway in dem Diorama mit dem Schiff mal exklusiv bei Ubisoft zu kaufen dazu gehören dann die zwei Bilder das Bild gehört dann zu der Guillotine Edition von Assassin's Creed Unity dazu gehört auch diese Spieluhr und diese Figur hier finde ich nur schade dass eben die Guillotine nicht zum benutzen ist sowie dieses Kartenspiel war auch immer dabei natürlich ist noch viel mehr in dieser Edition enthalten gewesen bloß es hat alles ausgestellt hier dann noch eben die Fülle Edition von Assassin's Creed 3 mit dem Connor Figur hier ist jetzt die Join or Die Edition von Assassin's Creed 3 das ist die japanische Head Edition mit Protator 1 und 2 hier diese Figur ist von Neckar das ist der Big Red heißt der schau aus wie der Weihnachtsmann ist knapp 50 cm hoch und hier nebendrin ist dann der älter Protator der ist auch genauso groß wie der andere hier ist ihr dann die limited scene Edition von 1 2 2 und 3 der zweite ist streng gemäht auf 2.000 Stück alle anderen sind eigentlich noch gut erhältlich sind alle mit Landy Collar Cover wie ihr hier seht von Protator und hier oben drauf ist dann noch die offizielle Dna Box aus den Großbritannien ist VHS noch auch mit Bugle mit dabei ein richtig cooles Teil hier ist die Fossil Edition ebenfalls VHS noch auch richtig stark ist alles geprägt eine meiner Lieblingsedition ist der Wall-E aus Japan mit Art of the Wall-E und hier eben die Disc sowie die Spezialedition auf DVD noch dann ist hier auch noch das Hogwarts Schloss zu sehen richtig cooles Teil und hier dann der Zauberstark von Harry Potter der ist von Noble Collection sehr cool hier der Griff ist zwar kein Holz aber schaut auf jeden Fall super gut aus und liegt gut in der Hand Tadam und hier dann noch die Collectors Box die Elderstab Edition die auch exklusiv bei Amazon war und dieser Zauberstab ist richtig stark was auch noch cool ist für meine Star Wars Trilogie die Urkunde und hier seht ihr mich mal in ganz jungen 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 jahren da war ich glaube ich 14 und da war nämlich so 1997 war ich oder vielleicht 15 und da war nämlich der X-Wing Starfighter vor uns oder bei uns bei Mediamike gestanden und da ich so habe also seht ihr ich habe doch recht viel von Star Trek ich bin einfach großer Trekkie gebe ich zu auch mehrere Sachen doppelt und dreifach aber das wäre eigentlich wurscht weil ich es einfach wirklich für mich sehr bewegt ist auch Star Trek also sehe ich mir wieder gerne an ich sehe hier schon hier ist alles von Marvel eigentlich zu sehen und von DC Comics hier auf der Seite ist erstmal die Spider-Man hier ist die Spider-Man Figur von der französischen Collectors Box von der schwarzen die ich euch gezeigt habe richtig coole Figur dann ist hier eben von The Amazing Spider-Man 1 die Collectors Box aus den USA mit dieser Figur und mit der Figur leider ist diese Verarbeitung von den Figuren wirklich sehr schlecht geworden hier der mittlere habt ihr auch schon gesehen von meinen allerersten Unboxing die ich gemacht habe die Figuren-Set von The Amazing Spider-Man 2 hier die Büste und die schwarze Büste hier ist die von Japan die habe ich euch auch schon mal vorgestellt und hier diese hängende Spider-Man der ist richtig der coolste von allen das ist der Spider-Man von der Collectors Box aus Frankreich vom ersten Teil in der Holzbox die ich euch auch mal vorstellen möchte dann haben wir hier hinten dann noch Thor's Helm von Metamark exklusiv in der Thor Helm Edition hier haben wir dann Iron Man von Iron Man 2 der Maik 4 ist das ist eine Figur mit Beleuchtung richtig richtig geile Figur hier ist dann die Collectors Box von Frankreich von Iron Man 3 wir sind gleich hier unten fertig hier ist noch die die Collectors Edition mit dem Nebukadnezar Schiff die ist exklusiv aus Japan gewesen ein sehr teures Teil ist das hier hier ist dann die Brille von Neo die ist in Attaché Edition drin von Frankreich hier neben dran ist dann die Collectors Figur von Elder Scrolls Online für den PC die stelle ich jetzt mal weg damit wir besser einen Einblick haben ihr seht schon eine riesengroße Figur hier mit dem Zwerg sehr cool auf jeden Fall dann haben wir hinten den großen Drachen von Elder Scrolls 5 Skyrim dann ist hier der Gnom von Rösen 2 von der Stahlbart Schatzbox hier zu sehen ist dann Rösen Resistance 2 die Figur also ihr seht einen kurzen Einblick in diese riesengroße Sammlung es ist echter Wahnsinn was hier alles drin stehen hat und in Wirklichkeit ist es noch viel krasser als im Video die meisten werden reinkommen und sagen oh mein Gott ich habe es zwar im Video gesehen aber es ist ja echt heftig ja das stimmt die meisten Abonnenten oder die die halt Freunde von uns reagieren ja ist halt ein kleines Zimmer mit viel Inhalt drin am Anfang haben wir noch gedacht das Zimmer ist riesig ja leider nicht ja und am siebten drin war was richtig geiles muss ich ganz ehrlich zugeben da war da bekam ich ein Paket von meinem lieben Freund Björn Kramer von einem Abonnenten von mir und das war das allererste Mystery Unboxing er hat mir einfach mal so aus Spaß einfach mal ein Päckchen geschickt das war wirklich echt sehr cool und vielen lieben herzlichen Dank lieber Björn du hast mir schon so viele Päckchen geschickt wurde gemerkt und natürlich auch alle anderen die mir hier Päckchen zuschicken als Dankeschön dass ich die Videos mache echt vielen herzlichsten Dank der war so überrascht ja Wahnsinn und schauen wir das Video euch mal an und viel Spaß dabei Joachim und beim Post beim Briefkasten macht jetzt den Briefkasten auf dachte ich mir Hä was ist das für ein Paket ich habe zur Zeit gar nichts bestellt und dann schaue ich auf den Absender steht der Björn Kramer drauf ich frage ich wer das ist ein Abonnent von mir der mich regelmäßig immer schön meine Videos teilt und da ist auch ein Briefchen dabei und der Film heißt Bigfoot ich bin entsetzt Bigfoot mit Alice Cooper ja ich drehe durch ich musste ganz ehrlich gestehen ich habe von dem Film noch nie was gehört und Bigfoot und Alice Cooper da ist ein Briefchen dabei das lese ich euch nochmal vor und dann also ich habe hier Hallo Stefan Hallo Forhis mein Name ist Björn Kramer und ich bin ein großer Fan deines YouTube-Kanals und deiner Videos und habe ihn abonniert wie ich deine Videos entnehmen konnte bist du an Alice Cooper so muss ich direkt an dich denken als ich diese Tage mal wieder so beim Einkauf rumstöberte als ich den beigepackten Film fand es handelt sich hierbei um den Film Bigfoot aus dem Jahre 2012 mit Alice Cooper also habe ich ihn direkt zweimal zweimal mitgenommen einmal für mich und einmal als Geschenk von mir als Fan an dich hoffe du hast viel Spaß beim Schauen liebe Grüße Björn also wirklich vielen herzlichen Dank lieber Björn und ich bin ja sehr gespannt auf diesen Film ja lieber Björn vielen herzlichen Dank für Bigfoot mit Alice Cooper saugreich haben wir den Film angeguckt und naja er ist wirklich ja großer Trashfilm aber Alice Cooper spielt mit natürlich ist es geil ist klar und auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank natürlich auch an alle anderen die mir etwas schenken und vor allem jetzt der zum Schluss der Merlin The Wizard also mein lieber Freund du bist wirklich gefürgt hast mir richtig geile Edition von Ice Horset Devil und auch Iron Man Wahnsinn also herzlichen Dank nochmal dafür das Video kommt dann jetzt nicht hier mit rein das kommt aber definitiv im Best of 2016 versprochen denn das ist wirklich richtig geil für dich gewesen herzlichsten Dank ja und dann war es auch schon soweit am 8.3. was war da? weiß ich nicht am 8.3. oh 500 Abonnenten Special ja Wahnsinn absolut cool und da war auch sie vor der Kamera schon gestanden mit und das war auch ein total chaotisches Video eigentlich ähm schaut euch einfach mal an viel Spaß Hallo liebe Filmfreunde hier ist euer VWX 84 mit der Katharina und warum stehen wir heute zweit vor der Kamera wir sind einfach sprachlos oder? ja das ist ein ganz besonderes Video wir haben 500 Abonnenten vor allem er macht ja die meisten Videos ich bin ja bloß du bist eine Hautattraktion äh ähm ich bin einfach sprachlos weil ich glaube vor ein halben Monaten haben wir erst die 400 Abonnenten gefeiert und mit einem Gewinnspiel und jetzt gleich wieder das nächste 500 Abonnenten ich komme vor als würden wir ständig Abonnenten-Stations machen und gewinne ja und ähm ich bin einfach begeistert ich kann einfach gar nicht mehr nicht begeistert ausdrücken denn er wird am liebsten springen und jubeln jaaa nein ich bin ja bevor ich überdreht ähm okay ähm unsere M ist auch mal dabei die bedanken sich auch für euch alle obwohl wir sie wollen vielleicht vor der Kamera haben wir dann vielleicht vor doch einmal ein paar Review Videos miteinander zu drehen also dass wir mal so eine Interaktion ähm vor der Kamera über den Film so besprechen aber über den Film ist aber gut dass du jetzt dazu gesagt hast jetzt wir können natürlich auch andere Interaktionen machen ja okay damit haben wir eigentlich alles gesagt oder so weit wie bisher gut ähm und natürlich wie immer wie immer fuck ich habe was vergessen herzuholen euer Gewinn ist ein Gewinn aber ich bin schnur steigst du nein wir machen es einfach so du tust jetzt ein wenig bespaßen wenn wir das hier machen und dann bin ich gleich wieder da 1,2,3,3 ich komme vorbei dann mach was ja sie macht es wirklich hä ich habe ja was unten drunter sehr langweilig na langweilig so ich bin wieder da ja und also ihr habt das wieder schon gesehen also es ist wirklich ein Nougie Eier gewesen von uns beiden doch halt so wie jetzt ja also immer wir labern immer über irgendeinen Scheiß aber ja damals haben wir halt nur in den Kinderschuh gesteckt sind wir immer noch ähm aber es war wie immer trotzdem saulustig und nochmal herzlichsten Dank für euer Vertrauen an uns für die 5 Abonnenten wirklich klasse und Gewinnspiel gab es ja auch schon ja und es geht natürlich dann gleich weiter mit dem nächsten coolen Video was ich gemacht rausgebracht habe oder zumindest ich habe überlegt jaaa ich habe jetzt das Overview Video gedreht ähm und jetzt soll ich jedes jedes Mal ein neues Overview Video drehen da dachte ich mir ne das ist mir zu anstrengend dann mache ich lieber so Update Videos alle Monat ein Video ja auch so wo ich euch nochmal alles zeige was ich in diesem einen Monat gekauft habe das ist jetzt wieder eine kleine Stunde ja und ich zeige euch mal Januar da war nicht zu viel viel Spaß liebe Filmfreunde hier ist euer 480 mit einem weiteren Video hm heute nur Video nein nicht nur irgendein Video nein 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 sondern ähm ich habe mir jetzt auch überlegt mal so Update Video Videos zu drehen pro Monat ein Video schöner Film mit dem dazugehörigen Soundticker haben wir dazu gekauft ich weiß es ist bloß die normale Version die Deluxe Edition gibt es ja auch ähm die Junge im gestreiften Pyjama auch so wie exklusiv Steambook ohne deutschen Ton hinten drauf eine wunderschönes äh ähm Fluch der Karibik der vierte Teil aus denken wir das jetzt doch glaube ich eher Holland wie es alle mir geschrieben haben dass es Holland Steambook ist ähm eigentlich ist mir egal woher das kommt denn ich war so richtig cool bei dem Film oder bei dem bei dem Stil deswegen muss ich es auch noch mal sagen ich wollte es eigentlich nicht aber der Whisker Whisker habe ich dazu gezwungen 2015 ihr seht schon ist einiges ja also das war mal ein Monat wo nicht so viel war es gibt auch andere Monate wie ihr wisst mhm November Dezember ja das sind immer so die die schlimmen Monate habt ihr ja schon gesehen die Update Videos wo sie die Edition stapeln vor der Kamera aber jetzt eben wieder Januar Entspannung ne geht es wieder etwas ruhiger ja ähm aber trotzdem die Updates Videos kommen natürlich weiterhin ne gleich im nächsten äh Monat im Februar für Januar ist klar ja und dann hat meine liebe Frau mir was gesagt ich sollte es auch mal machen nämlich das da ach ja er hat gesagt er will zur DVD Börse fahren nach Nürnberg und ich habe gesagt pass auf manche andere darüber machen das die nehmen mir die Kamera mit mach doch mal ein follow me around und ich dachte mir was welcher Mensch will das bitte sehen ja das hat er sich das hat er auch zu mir gesagt naja probieren kannst es ja wenn es keiner interessiert aber es war wirklich trotzdem sehr informativ für euch anscheinend und war auch sehr unterhaltsam für euch ähm guckt euch einfach mal an denn der Whisker Whisker das war ja auch mal dabei ne und der Bärbel viel Spaß sie dürfen sprechen hallo liebe Filmfreunde hier ist der Voice 82 und wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Nürnberg zur Meißensingerhalle zur DVD Börse wir sind jetzt beim ersten Start angelangt der hat die richtig coole Figuren auch von Captain America und von Guardians of the Galaxy und auch der Verkäufer kennt mich anscheinend auch der hat auch schon mal in Overviews gesehen und ich werde zu jedem Verkäufer auch dann einen Link in die Beschreibung rein stellen damit sie alle sehen mit lauter Figuren hier gibt es keine Filme sondern nur Actionfiguren von verschiedenen äh Filmen wie zum Beispiel The Crow richtig geil das hier ist der liebe Verkäufer ganz viele Filme drin Colts kleinen Horrorladen hier ist der Uwe und hier ist ein schöner Stand mit Hardboxen Media Books auch den ganz besonderen Film den nicht so viele mögen anscheinend hast du eigentlich unsere erste Veröffentlichung und zwar komplett eigene Veröffentlichung hast du den eigentlich schon? na ich glaube nicht dann nimm mit deiner meiner? ja cool dankeschön was Werbung für mich und dementsprechend mache ich da auch ein kleines Geschenk super und wir haben natürlich richtig coole Sachen hier zum Beispiel die Alien vs. Predator und Predator alles drum und dran in dieser komplett französischen Box für 100 wie heißt er? 150 150 ja die würde mich schon extrem reizen aber das Geld habe ich hinterher dabei hier natürlich auch The Walking Dead die von Entertainment Store exklusiv ist der Händler kommt aus Leipzig ist meistens in Leipzig und auch in Nürnberg auf den DVD-Börsen hat er da keine eigenen da sind wir jetzt hier draußen es ist 13.15 Uhr also waren wir jetzt knapp 4 Stunden oder waren wir jetzt drin? ne 3 Stunden waren wir drin und ja wir haben einiges gefunden also ja also ich sag mal bei diesem Anfangsteil vom lieben Whisker Whiskers wow 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 ich kann mich immer wieder wegschmeißen mit ihm und ja da gab es ja auch einige Kritikpunkte bei diesem Video denn ähm ich musste da nochmal neu schneiden das follow me around von der DVD-Börse denn einige Verkäufer haben sich beschwert ich habe ja jeden Verkäufer gefragt ob ich eben da ein Video drehen darf und natürlich ja kein Problem ne? aber das Problem war aber dass da ein paar Filme in dem Video vorgekommen sind die nicht so gezeigt werden durften und da haben sie mich eben gefragt ob ich das nochmal umschneiden könnte natürlich möchte ich auch niemanden hier verärgern und deswegen habe ich eben das nochmal gekürzt und jetzt hier eben die Antwort drauf warum das nochmal gekürzt wurde eben weil es einfach da Probleme gab und deswegen musste es umgeschnitten werden es ist gewünscht worden ja es ist gewünscht worden und ich respektiere auch deren Leute und deswegen ist das völlig klar ja und dann kamen wir eigentlich schon zu meinem fast allerersten Overview von einem anderen Sammler warst du da schon? ja das war nämlich der 23.3. und da war ich nämlich bei meinen lieben Arbeitskollegen beim Fabian oder auch Fabian und der hatte eine riesengroße Star Wars Figuren Sammlung daheim und schaut es euch einfach an einfach nur geil muss ich es echt wahr sagen und schaut einfach an Hallo liebe Filmfreunde hier ist euer 47 und heute bin ich wohin gebeamt worden ja ihr seht schon Star Wars hier und Star Wars da ja ich bin hier in der Star Wars Hühle gelandet und mein guter Arbeitskollege auch und zwar der Fabian der kommt jetzt gleich mit das Bild hier ist er Hallo der ist nämlich Star Wars Fan und ich habe mir so überlegt ich wollte mir mal seine Star Wars Sammlung angucken und da der Ralf von Ralfs Unboxing in viele Figuren verkauft hat dachte ich mir schaue ich mir die mal an und macht er dabei gleich mal ein kleines Video von ihm also von seiner Sammlung und von ihm und von ihm auch immer noch ne ja ok und ich habe etwas vorbereitet für dich mein Freund na gut und die erste Frage ist wie lange sammelst du eigentlich schon diese Figuren von Star Wars ja wie lange also lange nicht ich habe letztes Jahr Ende Dezember Anfang Januar angefangen wie mit was letztes Jahr 2014 im Dezember habe ich mir gedacht hast du die Figuren ja könntest du sammeln habe ich angefangen also ich jetzt steht noch nicht die Sammlung später aber für Dezember 2014 ist das was er schon hat wirklich sehr viel also ich bin 2014 seit Dezember 2014 ok welcher Film gefällt dir von den Sechsten am besten? von den Sechsten da bin ich mir ziemlich sicher dass das Episode 5 ist und der schlechteste? der schlechteste deswegen ist es wahrscheinlich Episode 2 welche Figur ist für dich am wertvollsten? für mich am wertvollsten also die persönliche am wertvollsten also was dir am meisten bedeutet so kann man sagen dann würde ich sagen ist es aus der Black Series Edition der Darth Vader auch sehr schöne Figur unter anderem weil es ja nun mal mein Lieblingscharakter ist und weil ich ihn unaufgefordert von meinen Freunden einfach so geschenkt bekommen habe also wir haben ich habe es mir nicht gewünscht ich habe ihn einfach bekommen wir müssen uns gerade hier zu sagen wir haben einfach die besten Frauen der Welt oder? so kann man sagen deine Frau schenkt dir Actionfiguren von Star Wars und meine Frau dreht mit mir Videos und macht mit mir lauter Scheiß von meinen Filmen und von meinen Hobbit also wir haben einfach die besten Frauen auf der ganzen Welt und keine von anderen Frauen die wir kennen verstehen uns ja wirklich wahr also wirklich liebe Frauen ihr seid einfach das wenn ich mein mein darf weder Helm auf das war es schon keine Geräuschkulisse nein leider nicht komm mach mal nein du kannst es doch sehr gut saukool aber jetzt mal ganz ehrlich hast du auch einen Anzug eigentlich von den Dars werden auch? war eigentlich kein nein aber das ist natürlich der Wunsch eines jeden jungen Mannes ja diesen Anzug zu haben ich habe auch ein bisschen Geld gespart und habe mir gedacht diesen Anzug holst du dir komplett Schulterpanzer schöner Umhang sehr geil aber dann habe ich mich immer ein bisschen schlau gemacht und man kann in diesem Anzug nicht pissen was wie bitte? man kann nicht pissen ihr seht schon richtig stark oder? sehr geil weil dieses kleine Baby das seh ich schon projiziert seh das ich hoffe ihr kennt das ganz gut in der Rundinung an deiner Decke an deinen Wänden also auch ein Sternenhimmel man kann sagen Star Wars kann auch romantisch sein sozusagen natürlich liebe Frauen schau dir das Video an was man alles mit Star Wars machen kann das hat sich geräumt ja ja sehr cool echt stark und das aller coolste kommt noch da kommt noch mehr da kommt noch mehr man kann diesen Sternenhimmel in der Haupthalle von Star Wars angelangt und zwar im Schlafzimmer von ihm nein und wir sind ganz artig keine Angst wir sind beide verheiratet zumindest eher noch nicht ganz aber bald und hier absolut cool schau mal die Star Wars Bettwäsche das habe ich noch nie gesehen aber ich muss echt sagen deine Frau ist wirklich sehr tolerant ich muss immer wieder feststellen Starfighter den es in Episode 3 gab jetzt in Sith Obdict sehr geil ja auch auch eine also wenn man Amazon glauben darf eine absolute Rarität cool cool Wahnsinn liebe Freunde Wahnsinn so dann haben wir hier weiter geht's und weiter da musst du jetzt ein bisschen irgendwas verräumen den Boba Fett genau in der Prototype Armour in der weißen Rüstung hat man nie gesehen ist aber der quasi der erste Entwurf vom Boba Fett ist so nie erschienen als Figur gibt es ihn trotzdem George Lucas haben wir vorhin schon mal ins Bild gehalten und da hinten nochmal ein Sand Trooper aus der Vintage und leider nicht dabei die muss man extra schnell wieder kaufen nur Solo ist dabei nur Solo ist dabei hier stehts Include Sun Solo und Carbonite Fier Wahnsinn sehr geil sehr geil und dann machen wir hier drüben weiter gleich ja was haben wir hier machen wir nochmal ein bisschen aus da ist er der Podracer der Podracer der Podracer von Annie Wahnsinn und da auch den kennen wir glaube ich auch alle aus dem ersten Teil der hat auch kläglich versagt im Pod drin ja gut na gut das hol ich doch schnell her dann geh doch mal hier so kurz drüber konnte ich das vergessen ja allerdings haben wir jetzt hier schon wieder umgeräumt und zwar ein ist ja auch von Hasbro richtig geil und die Figuren sind absolut spitze von diesem Monopoly Spiel die sind top da kann man nicht sagen das Spiel das Spiel das habe ich man glaubt es kaum von einem Arbeitskollegen wer auch immer gewichtelt bekommen sehr geil auf der Weihnachtsfeier kriege ich irgendein Paket was ist denn das mach auf und denke nur was ich sehe nur dieses Logo hier nicht mehr was also ihr seht schon das Video vom lieben Fabian war echt cool natürlich war da noch etwas schüchtern am Anfang denn er wollte es eigentlich gar nicht dieses Video gerade machen komm jetzt wenn ich schon mal bei dir bin dann machen wir jetzt so ein geiles Overvideo von deiner richtig coolen Star Wars Sammlung ne naja ok machen wir halt aber war einfach cool war auch sehr lustig auch mit ihm und wir haben ja auch euch liebe Frauen extrem viel gelobt in diesem Video ja das stimmt allerdings und ich würde wirklich gerne mal seine Sammlung auch in echt sehen habe ich noch nicht ich kenne bloß das Video ich muss immer zum Fabian gehen auf jeden Fall ja echt cool und dann ging es gleich weiter am 29.3. wurde ich von meinem lieben Freund Uwe Fricke gefragt der auch eben bei Movie Fans dabei ist oder auch der Movie von Markus ob ich eine Lust hätte so eine News zu machen über Filme eben Veröffentlichungstermine und halt eben Kino Veröffentlichungen okay eigentlich viel Arbeit viel Arbeit fast keine Zeit aber machen wir halt einmal machen wir halt mal mit aber da bekomme ich eben sehr viel Kritik und das werdet ihr auch gleich merken in diesem Video schaut euch erst mal an und dann werdet ihr mir merken was da anders war wie sie jetzt sind und das geht Freunde hier ist euer Folge 87 mit der allerersten Movie News Ausgabe von mir und ich hoffe wir haben weiterhin Spaß miteinander zusammen und auch ich werde euch ein bisschen Informationen geben über die Neuerscheinungen für die zwei nächsten vielleicht alle hinzugefügt denn nur die wichtigsten die euch organisieren könnten am 30. März erscheint am Meta Finsternis in der limitierten Wut Edition und im Media Book das Media Book ist auf 3000 Stück limitiert und die Wut Edition ist auf 1500 Stück limitiert mit dem Media Book auch im Kino laufen auch einige Filme an vor allem am ersten Film für viel Interessanter Fast and the Furious Teil 7 und auf den Film bin ich auch schon sehr gespannt wie der wird also der Trailer muss ich sagen ist für mich viel zu übertrieben wie der aber gut der ist ja wieder Geschmackssache ich denke ich werde ihn wahrscheinlich nicht im Kino angucken sondern eher zu Hause gemütlich auf der Leinwand ja und da ist er halt schon oft kritisiert worden von vielen da war auch recht geknickt dass halt keine Bilder zu sehen sind von den Filmen dass er halt nichts eingefügt hat sondern eigentlich bloß halt erzählt hat wann was rauskommt das haben viele bemängelt aber er kann die Kritik annehmen und na gut das Problem war auch noch ich hatte auch kein richtiges so Schneiderprogramm ja das stimmt nur so ein einfaches deswegen ging es auch noch gar nicht ich wollte eigentlich gar nicht so ein Youtube-Kanal machen und da habe ich eben so ein Movie ich habe eigentlich nur diesen Movie Easy Movie Make-up mir gekauft um unsere Hochzeit wieder zusammenzuschneiden und da war wirklich eigentlich da konnte man fast nicht viel machen und Bilder einfügen sozusagen und halt die Cover einfügen von Franz-Edition war einfach nicht möglich und jetzt haben wir eben eine Deluxe Version gekauft von Magix und jetzt funktioniert es und ich finde schaut auch richtig cool aus es macht echt eine heilige Arbeit aber für euch meint es natürlich sehr gerne und vor allem ist auch für mich sehr interessant was alles rauskommt denn er schaut sowieso er hat sowieso jeden Monatsshop manchmal für das ganze für ein paar Monate mir gesagt wann die nächstes Jahr das Eistaffel rauskommt zum Beispiel das weiß ich noch von früher schau da nächstes Jahr im Januar ja so war das und dann kam ein Umschwung zumindest dann ich wollte es ja nie in meinem Leben machen aber der Micha von Michas Filmwelt der kleine Hund sag ich jetzt auf Deutsch mein Freund hat uns nämlich gecheckt weißt du noch und zwar den Geheimtipp Tag wo wir einen Film beschreiben mussten welcher uns ganz besonders gut gefällt war das schon zu Zeiten von der Ice Bucket Challenge wo du gesagt hast das macht ja jeder keine Ahnung das willst du nicht machen hab ich auch nicht gemacht aber ich hab's halt dann gemacht und siehe da die Review eigentlich zu den unseren Filmen ich glaub ich hab Gone Baby Gone gemacht und du hast glaub ich Titanic gemacht ja wir sollten unsere Lieblingsfilme ja und da haben wir uns überlegt ok machen wir halt auch mal eine Review und ich hab die erste Review ganz alleine gemacht und es war nämlich der Zombie Bieber ach Gott ja und schaut's euch an ich fühl's einfach immer nur dann noch lustig anzugucken viel Spaß liebe Leute ich bin der Feuys von 80 haa 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 ich hab hier was haa haa ein Zombie Bieber ein Zombie Bieber Ah! Die winkt von mir! Die winkt von mir! Oh mein Gott! Bin ich jetzt auch ein Zombie-Bieber? Ich weiß es nicht. Hallo liebe Filmfreunde! Hier ist euer V87 mit meinem allerersten Review-Video zu dem Film Zombie-Bieber. Erstmal zur Handlung. Es sind halt eben drei Mädels und die eine wurde von ihrem Freund bedroht und die ganz anderen Mädels wollen sie halt betüdeln und hier ein bisschen aufmuntern. Da sind Wahnsinn ihre alte Heimat von der einen, von der Zoe glaube ich, heißt die ich. Damit wisst ihr ja. Das ist nicht so mein Ding. Und in einer gelegenen Waldhütte, wo er in einem schönen See ist und wollen irgendwie entspannen. Ohne Männer, ohne Bimbern, ohne alles. Naja. Und, ja, also man muss dazu sagen, diese Biber, diese Zombie-Biber, sind wirklich hochintelligente Wesen. Also Zombies, eigentlich das hier, überhaupt nicht. Also die wissen genau, wie man Telefonkabel auseinander beißt und auch, dass man jetzt genau die Straße blockieren muss. Deswegen tun wir da einfach mal einen Baum fällen, damit die nicht weiterfahren können, damit sie nicht flüchten können. Also wirklich hochintelligente Biber sind das. Und die Darsteller an sich zumindest, die Mädels und auch die Jungs, wenn wir da mitspielen, die haben, glaube ich, insgesamt ein IQ von 40 hochgerechnet. Also hochgerechnet. Also wirklich hochintelligente Personen. Studenten sind das ja. Die waren ein wenig entspannt, ein wenig rum. Hier Pfiffi, ne? Und, also wirklich Wahnsinn. Also du schmeißt dich wirklich bei manchen sehr einfach weg. Draußen Horden von Zombie-Bibern. Aber was machen die? Die Bimbern erstmal gescheit. Ist klar, ne? Erstmal noch meinen letzten Samen versprühen, bevor es mal stirbt ist. Das war der Hammer. Das Video, ich liebe es immer wieder. Und vor allem, wie ich vor diesem Zombie-Biber angegriffen habe. Und auf die Idee zu kommen, den Zombie-Biber. Und seitdem ist, ich habe jetzt den Zombie-Biber auch gezählt, wie der bemerkt hat. Der ist jetzt bei jedem Review dabei. Und, ähm. Der ist ganz brav. Ja. Und, ja. Auf jeden Fall, ein richtig cooler Review. Und der Film war wirklich, naja. Man kann angucken. Aber jetzt kommen noch einige weitere Reviews raus. Denn anscheinend wird es ja auch gewollt von vielen Abonnenten, dass ich Reviews mache. Und ich mache natürlich noch weiter. Jaaaa! Euer Wunsch ist ihm befehlt. Jaaaa. Und dann kamen wir eigentlich zum richtigen aller 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 ersten Overview von einem wirklichen Filmsammler. Jaaaa! Denn der Fabian hatte nur Figuren gesammelt. Aber! Das nächste Overview-Video, das kam, war am 9.4. Und da war ich nämlich beim lieben Whiskas zu Hause. Bei der Bärbel. Und bei der Bärbel, richtig. Und auch dieses Video war etwas verwirrend und etwas krank im Kopf, weil nämlich das war alles total... Aber schaut es euch selber an. Viel Spaß! Hier ist der Overview 80 und ich gebe mich jetzt auf den Weg zu einem Abonnenten. Nämlich zum Whiskas. Und dort werde ich mal seine große, kleine Sammlung filmen und mit ihm auch ein Interview führen. Ich wünsche euch einen Whiskas zu Hause. Nach 10 Minuten Fahrt bin ich nun endlich hier angelangt. Und ihr seht schon eine riesengroße Schrankwand mit Stilbuch und alles und Zeug. Und ich hoffe mal, dass der Whiskas mich auch gleich hier mal begrüßt. Denn irgendwie ist aber hier keiner noch da. Da kommt jetzt irgendjemand auf den... Das ist nicht der Whiskas. Oh, so, komm mal. Wer bist denn du, Kleines? Ich bin der Bärbel. Kann ich mal mit Whiskas sprechen? Kann ich mal mit Whiskas sprechen? Kann ich mal mit Whiskas sprechen? Eigentlich habe ich mir Angst. Also ich glaube, ich bin immer verkehrt im Haus drin. Denn irgendwie... Das war ja der Whiskas. Aber die Sammlung ist schon alles... Die Frage ist an dich. Wie lange sammelst du schon DVDs, Blu-rays, Mediabooks... Wie auch immer alles, was du so gesammelt hast. Oder Whiskas hast du auch schon gesammelt? Oder fing das alles erst? Es fing ganz früher an mit Whiskas. Wirklich. Und ja, Videorekorder... Manche werden es nicht mehr kennen. Wahrscheinlich schon das Blin... Man muss immer ein bisschen das Neueste haben. Man muss immer aktuell sein. Und ja... Gut, die VHS-Kassetten habe ich in der Zwischenzeit alle entzeugt. Hast du dich auf besondere Intentionen spezialisiert? Mediabooks, Steelbooks oder Kollektionsintentionen? Ähm... Spezialisiert direkt nicht. Es kommt natürlich immer Mediabooks, Steelbooks... Wenn ich beispielsweise sagen muss, dass bei Steelbooks ist es bei mir jetzt nicht so krass, dann muss ich wirklich sagen, der Steelbook gefällt mir wirklich richtig gut. Ich kaufe mir jetzt nicht alles im Steelbook, nur weil es ein Steelbook ist. Mist, und wer macht auch sowas? Du! Ne, ich bin eigentlich mehr der, der hinter Bonusmaterial her ist. In welcher Edition gibt es zum Beispiel das meiste Bonusmaterial zum Film? Gibt es da Bonusdiscs dazu? Wann war dein allererster Horrorfilm, wo du geguckt hast? So... Bin bei Dauer einfach mal so geändert. Mein allererster Horrorfilm? Also meiner war mit 6, glaube ich. Das war die Vögleis von Hitchcock. Da müsste ich... Da müsste ich 8 oder so gewesen sein. Okay. Und welcher Film war das? Weißt du es noch mal ungefähr? Freitag der 13. Okay, dann bist du aber gleich mal richtig einkriegen, gell? Das ist jetzt aber nicht der erste Teil, sondern das war das glaube ich. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube der 4. oder 5. Okay. Ja, ich bin da... Jetzt schauen wir uns mal seine Sammlung an. Also es geht von hier drüben, von hier drüben, darüber, da in die Ecke und hier weiter geht's. Und hier sind dann die ganzen Mediabooks und Steelbooks drin. Und noch bis dahinter. Und wir gehen jetzt einfach mal komplett durch dieses Zimmer. Und der Micha hier, erzähl uns ein bisschen was, wo Eiswing steht. Ja, Eiswing steht da. Da ist ein Fass und die Blu-Ray drin. Aber ja, das ist halt die andere. Und hier sind dreimal das Steelbook von Tanz der Teufel 2. Mediabook von Tanz der Teufel 2, der Extended Cut. Cover ABC. ABC. Und die sind schon nach Eugen eingepackt. Die sind noch original verschleust. Verrückte Welt. Da sagt nur einer zu mir, ich bin verrückt. Du bist verrückt. Ich bin nicht fackt. Weiter geht's hier mit der Steelbox. Vom ersten Teil war das von Astro noch gewesen. Oder Laser Paradise. Ja, schönes Ding. War da auch in Top-Zustand. Da bin ich herangekommen. Echt cool. Und hier Tanz der Teufel 2. Das ist die normale M-Ray von damals. Und die unten. Ach du liebe Gott noch mehr Tanz der Teufel. Und hier geht's dann eigentlich weiter mit dem ganzen Steelbox. 2013er Fassung. Deutsches Müller. SAVI. US Steelbox. Bzw. Kanadische. Die haben die gleiche Aufmachung. Das ist auch von neuem? Nein, das ist auch von neuem. Das sind die Mediamarkt Steelbox. Der Händler klemmt noch das Predator. Die tun wir mal raus machen. Wir machen mal kurz den Schnitt. Dann können wir mal die. Dann die SAVI Steelbox. Ja, die hätte ich auch gerne. Weil mich eines stört. Es sind alle geprägt. Bis aufs 2. Hier nochmal dann. Ach so. Ich treffe langsam die Legacy Collection. Genau. Da gibt's so ein kleines Büchlein. Das sind in der Box mit drin. Weil ich sehr schwach finde. Eigentlich hätte man so ein Stern mit dabei sein sollen. Ja. Wäre nicht schlecht gewesen. Gut. Das ist kein Blu-Ray. Das ist das DVD-Stylbox damals. Was rausgekommen ist. Das habe ich hier mit reingepackt. Und hier die Große habt ihr schon gesehen? Die Große haben wir ja schon gesehen. Jetzt mögen manche sagen. Wie kannst du sowas neben Harry Potter stellen? Das hat er einfach vom Platz her eingepackt. Oh nein. Was kommt denn jetzt da schon wieder? Herr Bärbel? Nein. Gott. Was macht man? Ist wie viel? Weißt du? Mach. Ich sage jetzt mal lieber Tschüss. Willst du auch Tschüss sagen? Der Bärbel? Der Bärbel ist einfach der Knaller. Ja. Von dem hatte ich am Anfang ein wenig Angst. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Mit seiner Wodka-Flasche hier. Aber immer noch geil. Und ja. Auch seine Sammlung war richtig geil. EW4 Media Books. Und natürlich auch ganz viele Editionen von Tanz der Teufel Alien. Und durch wen ist der drauf gekommen? Nein, durch mich. Nicht? Ich dachte du bist schuld, dass er jetzt zu viel sammelt. Ja. Ein bisschen vielleicht. Schuld. Schuld. Ja. Ähm. Gut. Und das nächste Video kam. Am 18.05. Da habe ich das erste Mal vor der Kamera geweint. Und ja. Ich habe da wirklich geweint. Ach so. Es war keine Showweite. Nein. 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 Denn ich weine da wirklich. Ich weine da wirklich. Und sie kann das nämlich bezeugen. Ja. Da jeder wirklich immer heult bei solchen Filmen. Und vor allem. Ich bin einfach sehr emotional aufgeladen. Bei Filmen. Ja. Auch so. Ja. 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 Ich habe nämlich da den zweiten Trailer von Star Wars Episode 7. Das Erwachen der Macht angeguckt. Und das werde ich auch nicht vorenthalten. Schaut euch einfach an. Und ihr seht auch mal eine Reaktion wie ich da drauf bin. Logisch bei Filmfreunde. Hier ist euer 480. Mit einer anderen Perspektive. Ihr seht schon nicht mehr das normale gelbe Wand. Sondern hier sind wir hier in meinem Arbeitszimmer. Zumindest in diesem Zimmer meiner Frau. Und was ich jetzt hier machen will. Ich werde ihr mir jetzt den Star Wars Trailer angucken. Den Teaser Trailer Nummer 2. Und ich möchte euch gerne mal meine Reaktion darauf zeigen. Die Macht ist stark in meiner Familie. Die Originalstimme. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Meine Schwester hat sie. Auch du besitzt diese Macht. J용eri Chemik durchsjuttt. Zulüber. Es ist toll. Drellos. Ja, also ihr seht, er war wirklich emotional sehr bewegt. Also ich bin ja da einfach nicht so... Ich bin ein gefühlsloses Monster. Er hat zu mir gesagt, ich bin ein gefühlsloses Trump. Ja. Bei was für einem Film war das? Genau, bei Edward Manchandler. Ja, er hat schon am Anfang kalt. Und ich... Also wenn ich wirklich beim Film weine, dann muss er mich wirklich bewegen. Und mich bewegen gerade nicht so viele Filme wie dich. Das ist alles, deswegen bin ich ja nicht gefühlslose. Doch. Bei Titanic höle ich schon alleine, wenn ich das Lied im Radio höre. Dann geht es schon los, wo andere nicht weinen. Ja. Also, lassen wir mal das Thema mit dem Weinen. Ich bin ein Mann. Ein harter Kerl. Ein harter Kerl. Ja, aber, wenn wir gerade von weharten Kerl reden. Ich war ja eigentlich immer so der Meinung. Also vor allem, es hat auch was damit zu tun, warum ich so immer zu sein geladen bin. Aus dem Grund, weil ich ja jetzt eben die Emma habe. Was hat denn das jetzt mit Star Wars zu tun? Nein, weil ich so eine Emotion... Ach so, jetzt bist du so emotionsreich. Ja, weil einfach... Ich wollte eben nie in meinem Leben Kinder haben. Und die Emma hat einfach wirklich in mein Leben komplett irgendwo gekrempelt. Hat er immer gesagt. Hat er immer gesagt. Was einfach für mich der größte Albtraum war, ein Kind zu haben. Oh Gott, da muss man mal aufpassen. Es ist anstrengend. Geben wir euch auch mal eigentlich zu. Es ist anstrengend. Aber es breit einfach das Leben, die kleine Emma. Und ich will es einfach noch mal missen. Und sie hat einfach irgendwas von mir ausgelöst in meinem Herzen, dass ich immer so emotionsgeladen bin. Das ist unglaublich. Er versteht auch manche Filme viel besser oder ganz anders als vorher. Wie zum Beispiel Proxy. Ist ein Film, wo ich glaube, wenn ich kein Kind gehabt hätte, hätte ich schrecklich gewonnen. Das ist das Schwachste. Aber echt, dieser Film hat mich auch sehr bewegt. Ja. Und nichtsdestotrotz, wir kommen ja gerade vom Thema ab. Nämlich, da habe ich mir überlegt, ich möchte gerne einen anderen Kanal noch starten. Und ich wollte halt eben anderen Männern auch zeigen, wie es halt eben ist, wenn man selbst als Mann nicht wirklich mit Kindern was anfangen kann. Ich kann wirklich mit Kindern nicht anfangen. Außer meine Emma. Alle anderen sind eigentlich wurscht. Alle anderen Kinder. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wir haben uns halt auch überlegt, dass die ganzen Mamis Kanäle haben für andere Mütter. Genau. Wo sie so von dem Alltag erzählen und wie das so ist mit Kindern. Aber keiner macht was für die Väter. Für die Väter. Das war eigentlich der Grundgedanke. Das war eigentlich der Grundgedanke. Das war eigentlich der Grundgedanke. Aber. Und mein Kanal hat Daddys Babyblog geheißen. Und ich habe mir da wirklich extrem viel Mühe gegeben. Ich habe da glaube ich Unmengen an Zeit an Photoshop verbracht, um mir diesen Thumbnails zu erstellen. Ich habe jedes einzelne Stoff, die von Emma ausgefotografiert, ausgestellt. Aber leider, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist dieser Kanal irgendwie untergegangen. Das Problem ist ja auch noch, ich habe da auch fast keine Zeit. Weil nämlich, eigentlich bräuchte ich einen 48h-Stunden-Tag, damit ich also nur einen Hut bekomme. Aber es geht nun mal nicht. Und vor allem halt auch diese Resonanz von Daddys Babyblog war auch nicht so begeisternd. Wobei man ja dazu sagen muss, du wusstest nicht richtig, wo du Werbung machen sollst. Genau. Ich habe auch halt so die Verbindung, wie jetzt zum Beispiel bei Filmen. Das ist einfach meine Leidenschaft. Da kenne ich mich aus. Du hast es halt versucht. Aber lange Rede kurz hin. Ja. Schau dir den Trailer an. Ich fand ihn richtig cool. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und vielleicht kommt noch was. Los geht's. Hallo liebe Filmfreunde. Hier soll ich vor euch sein 18 Uhr einmal in einem weiteren Unboxing-Video. Halt! Stopp! Es tut mir leid, dass ich dich nicht unterbrechen muss, mein Schatz. Sag mal, hallo, ich träg' ja ein Video. Ja, es tut mir leid, jetzt wird es halt aufgenommen und zwar muss ich dir was wichtiges sagen. Was denn? Naja, ich weiß nicht, ob du so begeistert sein wirst. Schatz, ich bin schwanger. Was? Wirklich? Och süß! Och süß! Herzlichen Glückwunnen für beide! Schau mal. Positiv. Positiv! Oh mein Gott! Ja. Das gibt mal eine Veränderung in meinem Leben. Hilfe! Hä? Hä? Hilfe! Hä? Wo bin ich hier? Hä? 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 Wo bin ich wohl? Im Kinderzimmer. Ja. Ähm. Ihr wisst ja, wer ich bin. Feuer ist von 80 immer noch. Aber ich möchte euch mit diesem Video mal einen neuen Kanal von mir vorstellen. Denn ich habe meinen zwei Knall jetzt eröffnet und zwar der heißt Daddy's Baby Blog. Und da fragen sie mich, hä? Voice 82? Daddy's Baby Blog? Passt das zusammen? Ja, das passt sogar sehr gut zusammen. Denn da ich ja auch eine Tochter habe, die Emma. Ihr kennt ja schon viele von Bildern und vielleicht von unseren Erzählungen her, habe ich mir gedacht, ich mache noch einen Kanal für Männer, also für euch, die auch meine anderen Videos angucken. Wenn ihr mal, äh, wenn eure Frauen oder eure Freunde mal schwanger werden solltet, will ich euch, euch, Tipps geben, wie ihr mit dieser schwangeren Frau, ähm, zurecht kommt. Denn, es ist manchmal nicht einfach. Ja, also, ihr habt es schon gesehen, der Trailer, der war schon wirklich, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und es ist auch lustig und ich versuche wahrscheinlich, mache ich nochmal so einen Start, aber wie gesagt, es ist einfach wirklich, die Resonanz fehlt einfach, ähm, davon weiterzumachen. Ja, und, ja, mal gucken, wie es da weitergeht mit Daddy's Baby Look. Ja, wo geht es denn weiter jetzt? Hier, genau. Und dann am 6.6. war es wieder soweit. Ich wollte sie ja gerne mitnehmen, aber die Emma konnte ohne die Mama nicht. Also, da hätten wir es ja dann echt über Nacht eigentlich alleine lassen müssen. Ich hatte ja auch schon Ticket, weil wir gedacht haben, das geht schon. Das war für das KISS-Konzert in Leipzig hier, in Leipzig, in Freilich hier. Und da habe ich auch ein Follow Me Around gedreht für euch mit kleinen Einblicken von der ersten Reihe. Ja, ich werde gerne dabei gewesen. Und schaut euch einfach an. Viel Spaß. Hallo liebe KISS-Fans. Wir, der Thomas, der Kanal kennt auch, ADK360 und ich, der V80, wir begeben uns auf eine Reise nach Leipzig, oder nach Leipzig zum KISS-Konzert in der Arena. Hallo, ich fahr mit aufs KISS-Konzert. Wir sind eigentlich angelangt in Leipzig. Es ist um 10 Uhr und wir warten jetzt noch die nächsten 8 Stunden bis zum Einlass. Und ihr seht schon vor, hinter uns, hier, die Arena Leipzig. Und dann gehen wir auch gleich rein. Es gibt zwei Eingänge, einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Und mal gucken, wie es wird. Einige Flüchtlinge sind schon hier, die laufen nämlich da drüben. 人ster und ein paar Loppen! Einige Flüchtlinge sind schon hier, meine Loppen! Also wird es gut auf die wenig. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Ich würde sagen, das ist der Heizraum! Was ist das? Was ist das schon wieder? Nick, lass, wo bist du? Alles ruhig, Jungs! Schaut mal da oben! Scheiße! Oh Gott, da ist jemand! Oh mein Gott, wer ist das? Jungs, wer ist das? Wir müssen hier weg! Wir müssen weg! Wohin denn? Wohin denn? Komm, schnell! Alter! Was ist denn los? Fickte Klavier, Mann! Dieses Scheißklavier! Wer ist das? Niklas, das finde ich halt witzig! Niklas, mach keinen Scheiß, Junge! Ist der denn schifiziert? Ich muss schlecht schiffen, ey! Ich muss auch schiffen, ich scheiß mir sogar gleich in die Hose machen! Was ist das? Es kommt, es kommt wieder Boden! Was war das? Steiß die, Jungs! Na vorne, komm, schnell! Aber laufen wir zum Klavier hin! Das ist Klavier! Oh Gott! Oh Gott, komm! Komm! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Also ihr seht schon, es ist wirklich sehr gruselig. Und ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Ich glaube, ich hätte mir so in die Hose gemacht. Schon beim Video anschauen finde ich schon... Oh Gott sei Dank! Wir wollten nochmal so ein Video nochmal neu drehen und es nochmal anders gestalten. Vielleicht klappt es dieses Jahr mit dem lieben Fabian und seinen Kumpels. Ich hoffe, es funktioniert wirklich, weil es... Wir sind mittlerweile wirklich Penner drin, Mono. Ja, ich glaube, er ist alle wohl jetzt drin. Ach Quatsch! Ja, ich glaube schon. Schade. Aber vielleicht... Klatsch! Vielleicht gehen wir noch irgendwas anders hin. Mal gucken. Schauen wir mal nach. Ja! Und nach diesem Schock-Szenario... Musste der Foyce von 80 mit uns... Mit euch... Urlaub machen. Ja. Und... Hier gibt es das kleine Foyce 82. Macht Urlaub. Kleine Video. Viel Spaß! Hallo, liebe Filmfreunde. Hier ist euer Foyce von 80 und ich muss euch leider etwas ankündigen. Ähm... Eine schlechte Nachricht. Vielleicht für euch alle. Ja, es tut mir leid. Aber... Der Foyce von 80 Kanal... Wie er jetzt ist... Wird wohl... Jetzt zweieinhalb Wochen nicht mehr geben. Nein! Keine Sorge! Natürlich gibt es den Foyce von 80 Kanal doch! Nein! Äh... Wir... Die Katharina, unsere Emma... Und Icke... Wir... Gehen jetzt mal in Urlaub. Das heißt... Die nächsten zweieinhalb Wochen... Werd ihr mal Foyce frei sein. Und ihr könnt... Machen, was ihr wollt. Und euch entspannen. Mal das ganze Geschwafel vom... Lieben Foyce von 80 mal vergessen. Endlich ist er mal Ruhe. Mit den ganzen Videos. Ja, endlich. Danke, 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 danke. Entschuldigung. Aber... Ja... Und... Ja... Ihr wisst schon, das liebe Foyce von 80 ist einfach videosüchtig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war ganz selbst... Im ersten Familienurlaub. Im Urlaub. Und es war einfach... Auch anstrengender Urlaub, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil das war unser allererster Urlaub mit der kleinen Emma. Im Nachhinein sind wir schlauer, hätten wir ein paar Sachen anders gemacht. Ja... Und... Trotz alledem muss ich da trotzdem mein Video drehen. Da bin ich extra früh um 5 aufgestanden. Extra... Um da ein Unboxing-Video zu drehen. Wo noch kein Mensch auf der Seebrücke in Selin war. Und... Das war Y-Plash. Denn es gab keine andere Nation, die ich da unboxen konnte. Weil es einfach keine geschehen Edition zur Zeit rauskamen. Und deswegen wurde im Y-Plash... Schaut euch einfach mal an. Ähm... Die Seebrücke war einfach... Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer Foyce von 80 immer noch im Urlaub. Und wie ihr schon sehen könnt. Hier ist die Seebrücke. Und... Da ich einfach süchtig auf Videos drehen bin. Da dachte ich mir, ich kann einfach nicht mehr warten. Und muss einfach für euch Unboxing wieder drehen. Im Urlaub. Ich weiß, ich bin völlig froh. Aber nichtsdestotrotz. Ich war beim Mediamarkt. Ich war beim Saturn. Ich war beim Medimax. Und ich muss gestehen. Ich habe nichts gefunden, was euch interessieren könnte. Zum Unboxen an Steelbooks. Ich habe auch das Terminator 2 Steelbook gesehen. Aber leider hat mir das überhaupt nicht gefallen. Deswegen dachte ich mir, weil es links liegen. Was einfach nur scheiße ist. Und es einfach echt wirklich schlecht ausschaut. Deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach mal an den Film mit. Ist er zwar kein Steelbook und zwar kein Mediabook und auch keine Qualität zu tun. Dafür aber ein normaler Amoray mit Schuber. Und zwar einmal... Ihr habt hier mal die fantastische Seebrücke im Hintergrund gesehen. Und gemerkt, dass selbst im Urlaub, der vorher eigentlich kein Urlaub macht von YouTube. Sondern auch dort Videos drehen. Aber er hat Brötchen vom Bäcker mitgebracht auf dem Rückweg. Na klar. Immerhin. Jetzt hast du noch gepennt um 5 Uhr früh. Na, also ruhig mal. Ja, und ich muss ja noch dazu sagen. Also ich habe ja noch... Wie viel Videomaterial habe ich noch von den Rügen? Noch glaube ich 15 Stunden Videomaterial. Und eigentlich wollte ich das auch noch mal für euch noch so ein kleines Rügen-Special machen. Aber ich komme ja dazu. Jetzt will ich erst mal unser extra Urlaub-Video machen für uns. Und vielleicht gibt es noch was zu euch. Aber nichtsdestotrotz, ne? Gab es am 30.06. Dort ist noch was für euch. Und zwar was ganz spezielles. Da waren wir nämlich in Binz. In der Sandskulpturen-Ausstellung. Ja, das war ja so toll. Und da haben eigentlich die beide die gedacht, Mensch, wir können doch da ein Quiz draus basteln. Und da war es teilweise... Ja, weil wir da halt durchgelaufen sind. Und selber geraten haben. Und dann haben wir uns gedacht, ob die das wissen. War ja Filme. Und hat wunderbar gepasst. Und deswegen gab es dann für euch das Sandskulpturen-Quiz. Schaut es euch einfach mal an. War echt cool. Los geht's! Hallo liebe Filme-Freunde. Hier ist euer 40.80. Im Urlaub eigentlich. Ihr seht schon. Nicht das gewohnte Wohnzimmer-Esszimmer. Wir sind nämlich in Binz auf Rügen. Und hier sind wir eine Sandskulpturen-Ausstellung. Mit dem Thema Film und Fernsehen. Und da habe ich mir überlegt, ich mache da so eine kleine Quiz-Show für euch. Und ich werde jetzt jede einzelne Skulptur euch mal zeigen. Und ihr dürft erraten, welcher Film oder welcher Film Fernsehser jetzt nämlich ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Und jetzt geht's los. Und ich zoome mal genau hin auf die gewissen drei. Und hier absolut grandios gemacht. Aber ich denke mal, ihr wisst auch was es ist. Sehr schön. Und hier eben. Kennen wir auch gleich. Leider fehlen die Hauptpersonen eigentlich in dem ganzen Sandskulpturen. Aber es ist wahrscheinlich sehr schwer zu modulieren. Aber dafür gibt es halt eben diese hier. Sehr genau. Und hier hinten eben noch den, den ich aussprechen darf. Grandios. Auch bei diesem, wie man ihn genauer kennt, brauchen wir gar nicht mehr darüber reden. Es ist. Piep. Und es ist wirklich fantastisch gemacht. Ich zoome ganz zu mir, weil es ist einfach nur geil. Also ihr seht, die Sandskulpturen sind wirklich sehenswert. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß nicht, wo als nächstes die Ausstellung ist. Aber wieder in Binz nächstes Jahr. Also das ist wirklich toll gewesen zum Anschauen. Und das sind echte Künstler. Finde ich. Auf jeden Fall. Alles haben wir nicht gewusst. Aber man muss dazu auch sagen, es sind ja auch jedes Jahr immer andere Themen. Also nächstes Jahr kann es wieder Märchen zum Beispiel sein. Was war denn eigentlich bei uns 2013? Da war es ein Märchen glaube ich auch. Märchen. Ja. Aber der liebe Björn hat bis auf eins alles gewusst. Liebe Björn Kramer, ne? Also du warst wirklich mit Abstand der Beste. Hammer. Wirklich geil. Er war auch der einzige der alle gewusst hat. Denn er hat ja von vornherein den ersten Platz gemacht. Ja. Also echt cool. Ja. Und auch in unserem Urlaub trotz alledem waren wir in Rügen dann. Aber wir haben ja noch jemanden besucht. Nämlich den Ralf von Ralfs Unboxing. Vorher und nachher. Vorher und nachher. Aber wir haben jetzt ihn mal zum Schluss getan. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Videos jetzt kommen werden. Nämlich von diesem Ausflug zum Ralf von Ralfs Unboxing. Nämlich. Ihr waren da ja bei vielen verschiedenen Sammlern auch. Und da war ich nämlich beim Otago. Und da habe ich auch ein Overview gemacht. Und das schaut euch jetzt mal kurz an. Ganz fix. Los geht's. Hallo liebe Freunde. Hier ist euer 480. Und wir sind immer noch beim Ralf. Hallo. Von Ralfs Unboxing. Und jetzt gehen wir mal zum ersten Abonnenten. Oder zumindest nicht Abonnenten. Wie ich hier rausgefunden habe. Dass er nämlich gar kein Abonnent bei mir ist. Sondern eben nur ein. Bei Otago 1985 O. Oder auch Olli genannt. Ich bin dann mal gespannt, was das für ein Name ist. Ein Otago? Was soll das sein? Und er hat hier schon richtig geile Figuren Sammlungen. Wo ich gemerkt. Echt eine geile Sammlung. Lauter. Hier endet bei Sideshow. Richtig coole Sachen. Und auch Hot Toys dabei. Und. Jetzt holen wir mal her. Mal gucken wo er irgendwo ist. Ich weiß nicht wo er auftritt. Jedes Mal wenn ich hier Overviews mache. Sind sie immer verschwunden. Ja. Otago. Komm mal. Ah. Da kommt er ja. Hallo. Du kommst eigentlich auf den Namen Otago 1985. Ja. Also. Den Namen habe ich schon lange. Sagen wir so. Also den habe ich mir selber mal. Zugelegt. Weil. Ich habe mal. Einfach mal aus Spaß gegoogelt. Was Otago mal. Heißt. Und im Japanischen. Also ins Deutsch übersetzt. Heißt er Sammler. Wie lange sammelt du schon DVDs. Blu-rays. Und natürlich auch deine wunderschönen Figuren hast. Und. Wie kamst du das zu machen? Also. Wie gesagt. DVDs und Blu-rays sammle ich noch nicht so lange. Also. Vielleicht jetzt maximal ein Jahr. Ähm. Die Figuren. Zu filmen. Die sammle ich schon etwas länger. Weil es sind auch. Ähm. In Comicfiguren. Also das habe ich vor drei Jahren ungefähr. Welches ist deine. Besonderste Edition. Die dir am meisten bedeutet. In der ganzen. In der ganzen. In der ganzen Sachen. Ach so. Speziell von allem was ich jetzt habe. Ja. Ähm. Das ist denn. Der. Ghost Rider. Ja. Da kommt der Ralf wieder ins Bild. Das ist meine besonderste Edition. Die ich habe. Und die mir auch wirklich am meisten bedeutet. Der ist wirklich. Der Hammer. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Blu-ray Edition. Das ist einfach nur so eine Hot Toys Figur. Das ist also echt ein ganzes Teil. Und die hätte ich natürlich auch. Der Kopf leuchtet natürlich auch. Aber. Das Patrician ist schwach. Ja. Die steht normalerweise da oben. Aber wir nehmen die jetzt aus dem Bild. Mit dem Overview Video. Von Olli. Und. Ich zeige euch erstmal kurz. Die. Komplette. Wohnzimmer. Galerie. Die. Und hier. Der Ralf. Von Ralf's Unboxing. In der Mitte ist Tony Stark. Der ist der selbst gebaut hast du gesagt. Genau. Das ist der Custom Made. Okay. Das ist der Custom Made Figur. Ähm. Hier haben wir den Mark 4. Ja. Den Mark 2. In der Unleashed Version was hier unten steht. Und was ist das für ein Unterschied? Es gibt davon mehrere Versionen. Es gibt nochmal eine Version. Ähm. Also die wäre jetzt zum Beispiel mit. Walking Dead. Genau. Da haben wir Walking Dead. Aber erstmal nur Staffel 1 bis 3. Staffel 4 habe ich noch nicht geschafft zu kaufen. Und der mein Rick. Ist das dieses Glas? Das ist. Das ist. Ja ich weiß nicht. Das habe ich mir auch mal bei Amazon gekauft. Das. Weiß ich nicht. Ob das direkt ein Prop ist. Aber ich denke mal. Kann man hier auch unten Licht anmachen. Oh. Geil. Welches Glas meinst du Stefan? Das ist Aquarium. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal. Wenn ihr das sieht dieses Video. Dann hoffentlich schaut das auch an. Das ist echt ein richtig geiler Thor. Ja. Das ist Thor. Thor echt zum Highlight. Nämlich hier. Der Loki. Loki ja. Der ist nämlich echt total geil. Der gefällt mir wie die Sau. Kannst du mal aufmachen. Schau. Oder ist das Licht denn zu doll? Schauen wir mal. Also das Teil ist wirklich gigantisch. Also das ist schon so geil. Also der Loki fand ich auch eine sehr geile Figur. Bombastisch. Aber er läuft jetzt nicht. Er läuft jetzt nicht an. Was riecht alle? Nein das ist nicht alle. Vom Kopf ja. Ja vom Kopf ist alle. Ja. Also das Teil ist wirklich fantastisch. Es ist echt so ein geiles Teil. Ja. Also wie ist das nochmal die beste Idee? Dann bring ich dir doch mal was mit. Ach nee. Und zwar. Kannst du Gedanken lesen oder was? Ja mir hat ein Vögel hinzugelegt das Witcher. Dass du das gerne haben möchtest. Und dann dachte ich mir. Das ist ja geil. Da ich halt eben manchmal ein lieber Mensch bin. Bring ich dir halt mal hier das 300 Rise of the Empire 3D-Steebook. Mit der Utaku eine richtig geile Sammlung gehabt. Vor allem. Also was mir richtig geil gefallen hat. War das Ghost Rider Motorrad mit Ghost. War da drauf. Von Hot Toys. Darum hast du noch ewig erzählt. Und. Wahnsinn. Das war ein richtig geiles Teil. Mit Beleuchtung alles drum und dran. Also wirklich fantastisches Teil. Und er bekam dann auch von mir eben die 300 Edition. Von den zweiten Teilen. Auf jeden Fall richtig geil. Natürlich ging es auch noch gleich weiter. Am nächsten Tag. Und zwar ein Overview bei Micky und Meloys Filmuniversum. Und ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Denn dieser Name. Ich kriege es einfach auf die Reihe. Das ich da auszusprechen. Aber schaut es euch an. Richtig cool. Filmfreundin. Hier ist euer Vorjusundachtzig. Und. Ich bin immer noch beim Ralf vom Ralf Unboxing. Und hier ist eben der Ralf. Hallo. Hier ist der Hubertus. Und ich gell. Und wir fahren jetzt zum Micky. Und zum Meloys Filmuniversum. Zum nächsten Overview wieder zum Dreh. Hier kann ich auch hin zeigen. Da ist meins. Da ist seins. Jetzt sieht man noch später noch. Seht ihr später noch. So ein halbes Voll. Und. Und. Ja. Irgendwie. Das hat sich so angesammelt. Am Anfang aber eher Serien. Also ich habe am Anfang echt mehr Serien gekauft. So. Nun fangen wir mal an mit der Overview von ihrer Sammlung. Und wir machen mal eine Drehung durch ihre Wohnung. Und hier sitzen noch ein paar weitere Leute. Die ganz ruhig waren. Bis auf einer. Wer auch sonst. Wer auch sonst. Und dann. Bleibt euch da stehen. Warum geht die jetzt weg von mir? Wir haben Angst. Und jetzt geht ihr wieder vor die Kammer. Weil jetzt fangen wir mich hier drüben an. Ihr dürft erzählen. Das ist ja auch cool. Was wir hier. Was ihr geil erwähnt. Die VHS Box. Können sie auch mal kurz aufmachen. Sehr geil. Für 2 Euro auf dem Flohmarkt. Sehr cool. Leider kaputt. Oh nein. Wie kaputt. Genau. Dann haben wir hier die Fast and Furious rein. Die Steals. Und Jurassic World. Oder Park. Also 1 bis 3. Wir sind nicht so verrückt. Dass wir jedes Savi-Stir haben wollen. Ich mag das auch nicht so. Wo kein deutscher Ton drin ist. Achso. Okay. Deswegen. Also das ist auch bei uns so das Problem. Ich habe mir einen Film, glaube ich, gekauft. Wo kein deutscher Ton war. Das war mit den Scheren hin. Weil ich das Stealbook ganz schick fand. Aber ich habe halt keine Lust mehr die VHS zu kaufen. Und ich stehe auf deutschen Ton. Kann das nicht so gut mit Englisch. Ich auch nicht. Gut. Dann eine weitere Reihe. Das sind diese Premium Ratschen. Auch nicht komplett. Wir haben spät angefangen. Die habe ich auch nicht. Die wunderschöne Box. Und dann sind die Bücher hier drinne krass. Sind dann auch Blurings? Ne DVD. Und dann haben wir hier noch diese. Das waren meine Sammelkarten, die da drinne waren. Aber schon schön. Aber die sieht echt gut aus. Ja. Auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall behalten. Und bei Frau Heels auch nicht. Teilweise. Boah. Welchen nehme ich denn jetzt. Ich finde die Covers halt auch sehr cool bei CMV. Also die machen das irgendwie immer. Naja. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber sie haben halt so ihren Style. Und das ist irgendwie schon teilweise. Das letzte. Und jetzt sind wir dann beim Ende von unserer Overview. Ich weiß, das Video gehört extrem lange. Aber es war zum Teil sehr informativ. Und auch sehr schön. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum Schlusswort. Ja. Der liebe Mick und Melorys Filmuniversum. Der Sammlung ist auch richtig groß. Natürlich nicht so viel Besonderer dazu. Ich merke wirklich die Menge macht es bei ihnen wirklich aus. Also wirklich Unmengen an Filmen. Wahnsinn. So weit das Auge reicht. Sogar schon so, dass sie losen müssen. Welche Filme sie anschauen. Ja. Weil sie so viele neue Filme haben. Aber das kam aber woanders noch. Achso. Stimmt. Das wird auch mal erwähnt. Du tust es vor vorgreifen mein Fräulein. Ja. Und dann ging es am selben Tag noch zum lieben Christian. Und der Christian. Also. Da war nämlich. Moment einmal. Sie war eigentlich nirgendwo mehr dabei. Denn sie hat nämlich mit Ralf seine Eltern nämlich hier Ausflüge gemacht. Überall hin. Das war schön. War schön. Und wir konnten in Ruhe halt eben die Videos drehen. Denn wir waren da wirklich über so über hin gefahren zu den ganzen Leuten. Das war echt cool. Und haben ihm diese Videos gemacht. Auf jeden Fall jetzt mal zum Christian zurück. Der hat auch eine richtig geile Sammlung. Vor allem seine Musiksammlung ist wirklich Hammer. Also grandios. Und hat auch irgendwie viel auch selber gemacht. Wirklich spitzenmäßig. Diese ganzen kleinen Plättchen. Also wirklich. Schaut es euch einfach an. Ihr werdet staunen. Jetzt zum nächsten. Overview Video. Und zwar zum lieben Christian. Gestern habt ihr schon das andere Akzent von Mickey Milroys Film Universum. Und jetzt gibt es eben das längste vom lieben Christian. Wir sind dann endlich beim Gressen angekommen. Und die Sammlung was er hier hat. Muss ich sagen. Ist wirklich absolut geil. Nicht nur Filme. Nicht nur Figuren. Sondern auch richtig coole Musikedition. Von Heavy Metal Bands. Slipknot sehe ich hier. Und bringen mir diese Horizon. Also ist ein bisschen härtere Kost. Aber genau perfekt. Zu mir passt das ja perfekt. Obwohl ich jetzt so auf diese richtig harten Sachen stehe. Aber trotzdem richtig coole Sachen hier. Und jetzt kommt dann mal die liebe Christian ins Feld mit. Und dann will ich ihm mal vorstellen. Hier ist der Christian. Und ich muss mich dann mal bei dir begeistert bedanken. Danke. Dass ich deine wunderschöne Sammlung angucken durfte. Denn ich bin wirklich voll gegangen jetzt mal an. Mit der ersten Frage. 2015. Und zwar wie lange sammelst du schon DVDs, Blu-rays. Und natürlich auch jetzt hier Musiksachen. Das ist ja gigantisch. Seit wann machst du das schon? Filme seit 2004. Okay. Und Musik seit 98. Seit 98. Ja. Mit was fängt das bei dir bei der Musik an? Mit was für einer Gruppe? Na scheiße eigentlich. Metallica und Techno und naja. Techno? Ja. Wie lange siehst du deine komplette Sammlung? Hast du irgendwie Listen? Führst du irgendwie Listen, wo du dir was gekauft hast? Oder hast du deine ganzen CDs irgendwie aufgelistet? Was du für... Ja. Im Kopf. Im Kopf. Du hast alles im Kopf. Du weißt genau, was du alles gekauft hast. Und du kaufst nie was doppelt? Ne. Nie. Respekt. Wenn ihr gepackt habt, weiß ich nicht. Ja, ja, die Schweinepacke. Ja, okay. Ähm. Welches ist deine besonderste Edition, die dir am meisten am Herzen liegt? Also bei Filmen hier, der von Weißen Hai. Ja, zeig doch mal hoch. So schön. Die habe ich für 50 Euro gekriegt. Unglaublich. Bei Amazon. Und warum ist die deine besonderste Edition? Oder deine... Für dich am... Weil das eine meiner Lieblingsfilme ist. Okay. Und... Davon muss ich einfach die beste Version haben. Ich habe die DVD-Fassung dafür. Gut. 14. Sammelst du noch andere Dinge außer Filme? Das haben wir ja schon eigentlich beantwortet mit der Seite hier drüben. Ja, CDs. Und? CDs, Musik-DVDs und... Noch irgendwas anderes? Die Figuren. Hat er mit Filmen zu tun? Ja klar. Für mich auch mit so... Okay. Nur CDs. Und Musik-DVDs und... Flaggen und Banner, T-Shirts, Klamotten, Merchandise. Okay. Band-Merch. Wenn man das nennt. Okay. Na und ich baue was. Auf das sind wir schon mal sehr gespannt. Er hat nämlich hier einige Sachen selbst hier gebastelt und auch gemalt. Und es ist nämlich richtig cooles Zeug dabei. Und mit dem Overview vom lieben Christian. Und ich fange einfach mal hier drüben an. Mache erstmal so eine Komplettübersicht von seiner Sammlung. Und die ist wirklich extrem beeindruckend. Also ich bin wirklich vollkommen begeistert. Muss ich mal kurz rum gehen. Weil nämlich so sieben. Nämlich von dieser Sammlung nix. Sondern nur in diese Richtung. Und das ist echt absolut cool. Hier seine ganzen CDs. CD-Sammlung. Und dann hier. Also das ist natürlich auch cool diese Lampe. Ja die ist selbst gebaut. Selbst gemacht, selbst lackiert und die leuchtet auch. Mach doch mal an. Soll ich mal anmachen? Na klar. Vorsicht. Oh Gott. Sehr geil. Weißt du das sieht man da da? Ja das sieht man. Hier drüben nochmal kurz. Nein ich hab nen Knall. Nein. Ist ganz normaler Knall. Ja das ist die Ecke die hab ich erst seit Februar. Da hab ich richtig reingeklotz. Ja. Da stand vorher die Vitrine mit dem Lego drin. Die zeig ich mir nachher gleich. Okay. Und hier drüben? Ja das ist der Panischer Ständer. Den hab ich seit 2004 also schon über 10 Jahre aus der Videothek für 5 Euro gekriegt. Sehr geil. Aber das ist auch richtig geiler Film. Ja. Den hab ich bestimmt schon 200-300 mal gesehen. Nein. So. Okay. Wo willst du anfangen? Ich und hier. Trilogie. Äh Trilogie. Final Edition. Ja. Und die Figur. Passt perfekt dazu Felix. Ja. Also von der dich schon ein wenig schießt wenn die hier rumstehen würde. Kann man die aus ihrem Mund aufmachen oder? Nein nein. Der Knight Rider. Ja. Ach schön. Aber die sieht man gar nicht hier drauf. Ich will mir die gerne mal angucken nämlich. Ich will die jetzt nicht aufmachen. Ach so. Schade. Die Figuren waren in der Corn Flix mit bei. Aha. Corn Flix. Und hier in die coole Jaws. Zwischen von dir ne? Mhm. Mit dem Kool-Hai. Mhm. Und hinten noch. Ja. Für die Sammlung. Also der dich auch. Kaufe ich dir ab. Und der Gäubel. Haha. Hier oben ist dann der Hot Toys Figur von New Goblin aus Spider-Man 3. Also Harry Osborn. Mit Maske. Hier ist er nochmal ohne Maske. Damit man dann sieht wie er aussieht. Sehr detailgetreu ne? Hat wiedererkennungswert. Das ist ja auch das Freddy vs Jason ne? Also der mit den hohen Boots hier. Ja. Und auch geil hier der Spinosaurus. Ja. Den werde ich mir wahrscheinlich auch bald zulegen müssen. Genauso wie der Velociraptor. Und genauso wie der Tyrannosaurus Rex. Den werde ich auch nicht zulegen müssen. Richtig. Richtig geil. Also wie ihr die Figuren gesehen habt. Das ist ja keine Spielfigur. Das ist ein Hinstellen für Sammler ne? Weil du kannst ja. Das ist richtig detailgetreu. Ja. Es ist zwar keine Film-Franchise. Du steht es auf jeden Fall nicht drauf. Aber es sind die aus dem Film. Ja. Auf jeden Fall. Also so wie die ausschauen. Definitiv. Ich zeig es mal kurz. Ja. Weil die sind von Papo. Die Felder? Ja da habe ich vieles hier. Da bin ich auch schon Premium-Kunde. Okay. Mitspracherecht habe ich auch schon. Okay. Bald übernehme ich den Laden. Pass auf. Hahaha. Find ich gut. Kann schon Cover aussuchen und so. Selbstgebaut, lackiert, beklebt. Aber du kannst auch Lipp-Fach-Säulen ne? Mit der Web-Undruck so. Hier Party um neun und da. Sehr geil. Um zwölf oder weiß ich. Und ich mach dann hier Web-Undruck mit Bands halt ne? Klasse. Es hat einen Knall. Aber naja. Sieht halt geil aus. Ja aber wenn du. Das sind hier von Tabak-Dosen aufeinander gestellt geklebt. Und dann mit schwarz lackiert dann aus der Zeitung die ganzen Banner ausgedruckt. Ne? Geht bis unten hindurch. Sehr geil. Ja. Du hast es echt drauf. Ohne Scheiß. Und wenn wir es schon mal vom echt drauf haben ne? Jetzt zeige ich euch mal was wirklich richtig cooles. Was er selber macht. Und das ist wirklich fantastisch. Also das ist jetzt hier echt. Die hast jetzt alles selber gemacht ne? Ne Platte ausgesägt. Motiv drauf. Und dann mit Pinsel ausgelegt. Natürlich so beschneiden nennt man das. Ne ne mit dem Pinsel beschneiden. Ne nicht das andere beschneiden. Ne den Pinsel beschneiden. Ja. So die Gitarre hier. Das war mal ne blaue Gitarre. Die habe ich umgesprüht mit weiß ne? Hammer. Ne? Also ich kann die Gitarre spielen. Das klingt halt scheiße. Deswegen haben sie mich beschossen ne? Die Kugeln durch meinen Körper. Gibt es da links auch ein T-Shirt dazu? Ja. Also ihr seht schon. Meine liebe Frau hast du etwas ruhig. Da warst du echt nirgendwo mehr dabei. Aber beim Christian. Kann ich halt nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Wahnsinn. Also diese Sammlung von seinen ganzen Musiksachen ist also wirklich geil. Und diese kleinen Schilder hat er alles selbst gemacht. Gemalt und auch bedruckt. Richtig klasse. Wirklich genial. Und auch seine komplette Darstellung von seiner Sammlung war sehr sehr schön. Also Hammer. Zu jedem einzelnen Film hat er eigentlich eine kleine Figur hingestellt. Also wirklich wunderbar. Super dargestellt. Ja. Sehr cool. Und jetzt kam dann auch endlich am 25.07. dann nach diesen ganzen Overviews von den dreien. Das follow me around. Das big follow me around. Beim Besuch von Ralf. Von Ralfs Unboxing. So eine schöne Erinnung. Und da haben wir wirklich so viel erlebt. Wahnsinn. Also das Laufs eigentlich von der unsensierten Version geht glaube ich knapp sechs Stunden. Und wir haben es auf zweieinhalb Stunden auch runter geschnitten. Also ich zumindest. War eine Heienarbeit. Aber es war einfach richtig geil. Und hier nochmal die besten Ausschnitte von diesem follow me around beim Ralf. Und ja Freunde. Hier ist Ralf 80. Und wir starten unser Großprojekt. Nämlich Urlaub auf Rügen. Aber vorher. Vorher. Deswegen machen wir auch dieses Video. Fahren hier nämlich zum Ralf Unboxing. Und die Katharina hier hinten. Mit ihren ganzen Geschenktünen. Und die Emma. Aber ohne Vollbahnschutz. Der hat sich rasiert. Der kommt da. Wir haben ihn gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Ja. Haha. Jetzt bin ich gespannt. So. Jetzt sind wir in den ihm und treffen den Ralf von Ralfs Unboxing live. Kuckuck. Ich seh dich. Hi. Was macht mein Elm? Ich wusste ja. Hi. Ich habe für das Ghost House, glaube ich, 3 Stunden bekommen, das zu schneiden. Hi. Also ich glaube, dass diese Städtetour ein bisschen schwieriger wird. Denn ich glaube, die, die hier wohnen, wissen auch nicht so genau, wo wir hinfahren müssen, glaube ich. Ich habe da so meine kleine Bedenken, dass das was wird. Aber na ja. Na ja. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber ich habe schon ein wenig Angst. Der Ralf hat so komische Ansagen gemacht, er will uns gar nicht mehr gehen lassen. Nö. Jetzt habe ich schon Angst, wie bei der Texas Chainsaw Massaker, dass wir hier einfach festgehalten werden, in Ketten gelegt werden. Oh Gott, das Wellen. Das wäre nicht gut. Und uns immer wird verkauft an irgendwelche Haussklaven. Das möchte ich aber lieber nicht haben. Ja. Aber jetzt geht es hoffentlich mal weiter. Ich habe es in der Kopf geklappt. Was machen wir falsch? Wir sind in der Einbruchstraße gefahren. Und was sagte ich gerade eben? Ich habe da so meine Befürchtungen, dass sich die Einheimischen hier gut auskennen. Wir sind ja bloß am drehen und an den Wänden. So, jetzt geht es weiter. Ach du liebe es. Kennen die wohl? Wir haben heute noch Schweineglück gehabt. Denn heute Abend geht es noch zum Grillen. Aber vorher hier unsere fünf, die kuriosen fünf. Hallo. Hallo. Grillen von mir. Wir fahren nämlich jetzt noch zum Mediamarkt und gucken mal, was so schönes es gibt. Jetzt fahren wir zum Expert. Jetzt fahren wir zuerst zum Expert. Genau. Der liebe Ralf von Ralfs Unboxing macht mich total fertig. Mit seiner pläne Schmiederei. Und noch mal den Himmel. So. Juppi, juppi, du. Liebe Leute, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Vorhieß es morgen Abend. Ne. Herzlich willkommen bei Vorhieß 82. Ich bin der Ralf von Ralfs Unboxing. Und ich filme jetzt, weil ich nichts gefunden habe im Mediamarkt. Und ich zeige euch jetzt, was die anderen so gekauft haben. So. Da haben wir einmal den Robert. Hi. Der hat Witcher und eine CD von Watt. Aufgelaufen. Und die hätte ich auch gerne noch. Ja. Richard hätte der Stefan auch. Der Stefan kommt zum Schluss. Dann haben wir hier den Christian. Der hat was? Roadhouse auf Blu-ray mit so einem schicken Wendekover. Und eine CD von... Propane. Propane. So. Da ist die Mallory von Mickey und Mallory's Filmuniversum. Die hat sich jetzt das Spiel Minecraft für die 360 gekauft. Wollen wir für die Xbox One? Die hat sie schon ausgedient. Ja. Und dann haben wir hier den Mickey. Und der hat so ein paar. Zahle zwei für zwölf. Zeig mal, was du da so hast. Ja. Und das ist Skin. 47 Ronin. Und irgendwas los. Was ist das denn? Na ja. Und so was mit... Gut. Und zum Schluss der Besitzer des Kanals. Yeah. Der hat die Stay-Puff-Edition von Ghostbusters gekauft. In der Schallplatte. Mit drei Lanty-Bildern. Und da kommt auch noch ein ausführliches Unboxing von Stefan. Auf jeden Fall. Ja. Und ja. Vielleicht auch beim Reis-Unboxen zu Hause. Vielleicht, ja. Wollen wir mal gucken. Gut. Ja. Das sind wir alle. So und... Tschüss. Du kannst ja mal so eine Tour machen mit Grillmeister und so. Der Grillmeister ist The Wife von Alpro Alves Unboxing hier. The Ralph. The Ralph. Lecker Steg. Diese Hähnchen. Ich dachte, es gibt Steg. Ja, Hammer. Oh, sehr geil, he? Das ist mein Effekt. Feuereffekt. Tust du jetzt alles grillen? Nein. Guckt mal an. Das hier war alles mal so voll. Kino. Da, banana. 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 Hört eigentlich auf und streiten, ihr meine Güte, ihr Minions. Benno. Ihr kommt ab 2. Juli ins Kino. Das langt doch, oder nicht? Ja. Also, ihr verschwendet aus meinem Video. Hallo, liebe Film. Eigentlich ganz cool eigentlich. Und mir macht es auch Spaß, dass du da sagst. Ich könnte jeden Tag eigentlich Videos drehen. Was einfach nur cool ist. Ja. Und man lernt ja auch nette Leute kennen, die zum Beispiel beide sind ein bisschen ans Herz gewachsen. Nett, ja. Aber verrückt. Ja, nett. Ich bin auch verrückt, oder nicht? Nein, 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 nein. Wenn Emma sich da bei dir abguckt mit dem Sammeln, ne? Würdest du sie da unterstützen, oder sollte sie sich das selber aufbauen? Ich würde sie natürlich unterstützen. Das ist ja meine Tochter. Würdest du dann deins verkaufen, nur dass sie sich davon eine neue Sammlung kaufen kann? Oder würdest du ihr Edition von dir geben, weil sie die will und du die dann nicht mehr hast? Klar. Ist jetzt auch schon mal was, wie euch gefallen, mit diesen 2 verrückten Minions. Und ich habe heute ein bisschen Angst von diesen Dingen hier. Verrückt. Und ich glaube vor dem Video kommen noch ganz viele verrückte andere Videos von uns. Verrückt. Ja, auf jeden Fall. Verrückt. Von euch, die war auch noch wieder, geht auf jeden Fall gleich weiter wieder. Ihr wisst ja. Und dann sehen wir uns dann demnächst wieder. Bis da ran. Ciao, ciao. Leider sind wir jetzt auf dem Weg nach Rügen und den Ralf muss man dann zurücklassen. Wir sind auf dem Rückweg von Rügen zum Ralf von Ralfs Unboxing. Und hier hinten ist noch etwas Chaos, denn die Karina versucht nämlich gerade die Emma in den Stuhl rein zu zwingen. Denn langsam haben wir hier extreme Platzprobleme. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich bin der T1000 und ich da fließe in tausend Teilen. Wir sind wieder beim lieben Ralf von Ralfs Unboxing nach ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt von Céline nach Demien. Ja, die Vorbereitungen für das große Grillabend für heute, schon alles vorbereitet hier. Hier der Grill, der stimmt extrem nach Grillanzünder, den wir gestern extra besorgt haben. Und ihr werdet es nicht glauben, der Ralf hier ist sogar extra bis zum Kaufland gelaufen. Das ist auch fünf Kilometer weg. Fünf Kilometer. Fünf Kilometer. Die laufen. Oh Scheiß. Und hier schon mal die Zelle alle vorbereitet. Und dann gibt es das große Schmachen wieder. Fleisch. Lecker. Und dann geht es auch noch. Bis dann. Emma? Haben Ihnen die zwei Kugeln alles geschmeckt? Ja. Emma, sag mal Hallo, Papa. Hallo. Hallo. Sag mal Hallo zum Dammwild. Sag mal Hi. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Wie so ein olles Rind, wo die ganzen Fliegen um mich herum schwirren. Es gibt so viele Fliegen, die machen mich bald wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich jetzt zur Tode kratzen. Verrückt. Echt, das ist Wahnsinn. Warum bin ich nur so süß? Und die Emma darf jetzt für den nächsten Film aussuchen, den sie anguckt. Jetzt nimmst du mal eine raus. Einen. Einen. Den hier? Okay, warte mal. So, geh mal her. Hast du nur einen? Du hast drei. Jetzt musst du von denen noch einmal einen raussuchen. Genau. Und jetzt machen wir mal auf. Und es ist, welcher Film ist es, wo sie angucken müssen? Horror 101. Oh, das ist genug. Guck mal, sag mal Melli. Sag mal, es soll Melli geben. Das müssen sie angucken. Und das geben wir jetzt dir. Und das geben wir dir. Und das geben wir dir. Guck, der Bob. Bob, der Baumeister. Ja! Ja! Wuh! Wir machen jetzt die Terminatitelmusik mit den Autentüren. Achtung, fertig, los. Und ich denke mal, da werden wir jetzt auch hinfahren. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren werden. Ich glaube, wir fahren nach Wieck. Aber wir fahren, glaube ich, jetzt nach Wieck. Okay, nach Wieck. Also nicht schon ein Wieck, sondern ein Wieck. Dann musst du hier noch so an Timmy denken. Ja. Die stolzen Eltern. Mit Bob. Und der Großvater. Die stolzen Väter. Ja, Bob. Guck mal, mach mal. Guck mal, mach mal. Guck mal, mach mal. Das sieht echt nicht gut aus. Ich geh mal einfach weiter weg. Das muss die Welt ja nicht. Boah, das sieht echt... Ich filme einfach jetzt mal Ralfs Gesicht. Ich setze mich mal da hinten hin. So schlimm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber sie schreien nicht, Leute. Jetzt. Ja. Ne, noch nicht. Oh, mein Fuß. Oh, Scheiße. Oh. Jetzt sind wir endlich da. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab meinen Hut vergessen. Da, der Opa. Der Opa schiebt den kleinen Bob. Den gibt's ihm zu Hause oder was nicht. Die klaut ein Kind. Bitte her. Oh nein. Nein. Diesmal ist es schon das letzte Mal unser Zusammentreffen hier. Wir waren jetzt hier in Rostock. Was machst du da? Ich kann nicht mehr. Du kannst nur noch. Und ich wollte von vorne noch etwas voraussagen. Ich habe mir jetzt einen Nähnner gekauft. Zum Schluss war recht billig. Das Hero Pack von der Spider-Man Trilogie mit Tobey Maguire für 99 Euro mit der Venom-Figur. Leider ist nun die Zeit gekommen. Es ist jetzt 9 Uhr. Und jetzt heißt es die große Verabschiedung von uns allen. Denn, guck mal wer noch mehr gekommen ist. Eigentlich wollten die ja gar nicht mehr kommen. Aber ganz spontan sind sie noch mal vorbei gekommen. Und der Hero Pack auch noch mal dabei. Das passt eigentlich wunderbar. Jetzt müssen wir heute mal uns verabschieden. Und ich fange jetzt nochmal an. Also ihr seht schon. Wir haben wirklich jede Menge erlebt dort. Und es war so lustig, was wir da gelacht haben in dieser Zeit. Wirklich. Also das war wirklich der Hammer. Und wir möchten uns auf diesem Weg noch mal ganz herzlich bei Ralf und auch bei Bianca bedanken. Die uns die Chance gegeben haben bei denen zu schlafen in der Wohnung. Also das war wirklich Wahnsinn. Wir hatten eine eigene Ferienwohnung für uns. Und vor allem, er hat uns wirklich alles organisiert. Babybett, Hochstuhl, alles. Die hatten alles vorn rein. Wenn wir das alles mitbringen müssen, das hätten wir den Anhänger gebraucht. Da hätten sie mich zu Hause lassen müssen. Das wäre kein Platz mehr gewesen. Das war so voll. Also der Kofferraum war rappelvoll. Und Bettwäsche und dann Couch. Man sieht es ja eigentlich beim Anfang von dem Video, wo sie hinten eingepfercht ist, wo noch der Geschenkkommer auf ihr drauf sitzt. Das war so geil. Da war wirklich kein Platz mehr. Es war alles voll. Und er war aber vorne. Ja. Hier hinten. Die waren auch bei euch hinten. Auch bei mir hinten. Ja. Auf jeden Fall es war echt cool. Auf jeden Fall echt klasse. Und nochmal herzlichsten Dank ihr beiden. Und natürlich auch alle anderen, die wir kennengelernt haben. Mick und Melo, wie das Filmuniversum, Christian, Olli, alle wirklich klasse. Und wir hoffen... Wir müssen uns mal wieder sehen. Wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder klappt, dass wir hochkommen. Echt. Willst du wieder hochfahren dieses Jahr? Na klar. Also ich möchte gerade zu ihm. Und auch noch rügen? Ralf, wo bist du? Und auch noch rügen oder willst du bloß zum Ralf? Das wissen wir jetzt nicht. Das müssen wir später besprechen. Das habe ich jetzt gewartet. Ja. Und natürlich auch dann... Und natürlich auch dann... Gibt es jetzt auch noch das Overview-Video vom lieben Ralf. Denn der hat auch eine richtig geile Hot Toys-Figuren-Sammlung. Wahnsinn. Schaut es euch einfach an. Viel Spaß. Liebe Filme-Freunde. Hier ist euer V1180. Und ich bin wieder beim Ralf von Ralfs Unboxing. Ihr wisst ihr, ich bin ja bei ihm zum Urlauber und zum Besuch hier. Und da wir jetzt ja morgen wieder nach Hause fahren. Er ist hier schon fast am Weinen. Ja. Ja. Aber wir müssen natürlich weit nach Rügen fahren. Aber nichtsdestotrotz werde ich noch ein Overview-Video von seiner Sammlung machen. Und wie auch bei seinen anderen. Also noch vielen herzlichen Dank, mein Freund, dass ich bei dir bleiben durfte. Kein Problem. Immer wieder. Er geht. Er geht wieder. Er so hier bleibt. Wie lange sammelst du denn schon DVDs, Blu-Ray und so weiter? Also VHS-Kassette und so weiter? Naja, VHS habe ich noch nicht unbedingt gesammelt. Okay. Naja, irgendwie doch. Also ich erzähle es jetzt mal. Also früher als Kind habe ich immer Benjamin Bühmchen gehört auf Hörspielkassette. Okay. Und dann hatte eine Frau in mein Haus, die hat unten im Erdgeschoss gewohnt, mal von ihrer Enkel so ein... Alles. Ja, wie viele Filme besitzt du denn eigentlich insgesamt? DVDs, Blu-Ray, also insgesamt. Also nicht nur DVDs und Blu-Rays oder so? Also Blu-Rays vielleicht sieben, weiß ich nicht. Also ich habe letztes Mal, ich organisiere leider noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft. Das ist die nächste Frage. Ach so. Ja, so ungefähr 850. 850? Einzelne Edition. Okay. Ich habe... Also es dauert einen Moment hier. Welches ist deine besondersste Edition, die dir am meisten am Herzen liegt? Ja, ich muss da nicht lange überlegen. Du hast mir ja so ein Dankeschön geschenkt mitgebracht. Und ich habe nicht so viele Collectors dazwischen, weil ich nicht so viel Platz habe. Okay. Und deswegen ist das jetzt meine besonderste Edition. Nicht wegen dem Wert, sondern wegen dem sentimentalen Wert, weil die von Stefan ist. Bitteschön. Habe ich auch gerne gemacht. Ja, danke. Du hast die Nummer 14. Sammels oder andere Dinge außer Filme? Ja, für Merchandise, Comics von Deadpool. Okay. Aber nur von Deadpool oder auch? Nur von Deadpool. Nun fangen wir mal an mit dem großen Overview-Video von Ralf von Ralfs Unboxing. Und ich kann nur sagen, es ist ringsrum, 360 Grad, überall was zu sehen hier. Und wir machen einfach mal eine kleine 360 Grad Drehung. Hier auch die kleinen Minions und hier auch den Chewbacca und hier oben. Hey, die kommen mir bekannt vor. Mal gucken, was er dazu sagt. Dann geht es hier rum. Hier gibt es einige Mediabooks. Hier ein bisschen Werbung für den Ralf. Und dann geht es hier weiter mit den komischen Retrofilmen. Ich denke mal, da kommen alle noch dazu. Und hier ein richtig cooles Eck mit Batman. Was ist das? Und hier, oh, guck dir mal das an. Geil, oder? Und hier die Enterprise. Und jetzt sind wir hier gleich. Oh, was ist das alles? Oh mein Gott. Na, da sind wir mal gespannt, was uns der liebe Ralf hier uns alles hier zeigt. Ja, liebe Ralf, fangen wir doch mal an. Wo willst du anfangen? Da, also ich habe auch ein paar Comics. Und also nur von Deadpool. Früher habe ich ein paar mehr gehabt, aber ich behalte nur noch Deadpool. Die ist von Cito schon, eins zu vier. Und auch ein richtig schönes Ding. Es gibt noch eine andere Edition, wo man hier anstatt diese Hand denn so eine lustige Hühnchenhand dran machen kann. Oder leider. Soll ich mal den Kopf auswechseln? Ja, bitte. Das geht ganz leicht, einfach hier so. Und das ist dann der Comic-Kopf. Aber ich finde, der passt zum restlichen Design der Figur nicht. Nee, der passt überhaupt nicht. Das sind die von dieser Edition, die du auch gleich filmst, glaube ich. Ja, die hier. Die hier. Also die Autos sind hier eigentlich so eingeschweißt, das ist ein bisschen doof verpackt. Weil eigentlich kann man die nicht auspacken, aber ich habe jetzt mit so einem Skatelle rumgeschnitten, damit man die immer wieder einpacken kann. Aber ich verkaufe das ja eh nicht, deswegen. Aber mein Gefühl sagt, das muss halbe. Ja und die kostet ja... Ach Quatsch. Denn das Awesome Mix war dufstig, habe ich dir jetzt gesagt. Also das Awesome Mix Steelbook. Denn hier so ein kleiner, süßer Wackelgut. Da hinten noch die beiden CDs von dem Filmen. Die haben ganz besondere Edition. Die hat mir der Vorhieß nämlich geschenkt. Der Vorhieß. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Marvel Steelbooks und so. Ja. Und AT-AT und ATS-T. Aber das sind die von den Hasbro-Figuren, deswegen hat der so einen dicken Kopf. Aber dieser ATS-T ist die beste Auflage, finde ich von den Hasbro-Figuren. Weil es gab noch mal Esslige. Dachte ich mir, habe nämlich gesehen, dass nämlich das hier nämlich komplett in seiner Sammlung fehlt. Da ist nämlich er bei Micky im Mellowies Film, den ich auch gesehen habe. Und dann überreiche ich jetzt dir als noch ein kleines Dankeschön von uns, dass wir bei dir übernachten dürfen und deswegen bekommen sie auch für uns das jetzt auch noch überreicht. Wie hast du denn das gemacht? Und jetzt hier unten. Ach, das kann ich ja zumachen? Ja. Hier meine 3D-Bühne. Auf mein Knie. So, hier unten meine Walking Dead Steelbook Collection. Ich hoffe mal, dass von der 5. Staffel auch so ein Mediamarkt-Exklusiv-Steelbook rauskommt. Ja. Weil, weil man konnte das Mediamarkt-Exklusiv-Steelbook eigentlich schon zu dieser Zeit... Tana, kann ich gleich mal den Ross kontrollieren? Nee. Weil hier, das ist nämlich nicht aus Edelstahl, sondern aus Kohlestoff. Wegen Echtheitsschwert, das ist aber leider nicht geschärft. Okay. Ich hätte schärfen können, aber dann finde ich, ist der Echtheitsgrad weg. Und diese Stelle hier, die ist so angeschliffen, so angeraubt mit Lasern. Mhm. Und die fängt immer gerne an zu rosten. Okay. Da muss man eigentlich so ein Öl reinschauen. Was haben wir hier schönes? Das ist die Enterprise E vom Bandai. Das ist ein Modellbausatz. Und den muss man aber nicht bemalen, der ist schon so bedruckt. Geil. So eine Galactica-Statue, auch von derselben Firma, wie die Figuren von Starfleet vorhin waren. Von Art Asylum. Die Firma gibt es auch nicht mehr. Um ein Stück deiner Sammlung eigentlich komplett. Wir fangen mal oben an. Das ist nämlich wirklich absolut geil. Also wir machen jetzt hier erstmal so einen kleinen Rund um. Das ist wirklich absolut cool hier. Also ihr seht schon. So, das ist dann hier der Mark VII. Natürlich richtig geil von Avengers. Ja. Dann haben wir hier den Mark I in der 2.0 Version. Da ist das Gesicht sehr schick. Sieht aus wie Tony Stark. Da gibt es auch eine 1.0 Version. Da sieht das Gesicht noch nicht so schick aus. Da war Hot Toys noch in den Kinderschuhen. Also hier von Mark 42, da wollte ich nicht die Figur haben. Weil die, da habe ich den Preis einfach nicht verstanden. Weil die kostet 200 Euro mehr als alle anderen. Weil damit halt... Das ist auch noch eine ganz geile Hot Toysfigur vom Joker. Oh ja. Die ist echt... Da sieht man ja jetzt... Ich weiß nicht, ob man das sieht. Du siehst das Gesicht richtig, ne? Ja. Da sind ja so Augen, ne? Ja. Also der hat ja auch Augen, ist ja logisch. Und wenn man den Kopf jetzt hinten hier so... Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich probier mal. Das ist alles aus Stoff, ne? Ja, alles echtes Stoff. Sehr geil. Nur die Schuhe. Na doch, die sind auch echt Leder. Glaube ich. Also die Schuhe sind auch aus Stoff. So die Geldscheine. Sind die alles? Karten. Die einzige Hot Toysfigur, die es gab, die... Also den kann man ausziehen. Und der hat komplett Muskeln ohne Gelenke. Der hat so eine Hautüberzug drüber. Okay. Aber ich habe ihn nicht ausgezogen, weil die kriegst ihn nie wieder angezogen. Okay. Da gibt es doch noch einen Phantom-Kommann, aber das reicht mir. Und jetzt, das kommt zum Schluss der... Und jetzt kommt meine ultimative... Sammlerstück, wo ich so gern haben möchte, aber ich niemals kriegen werde wahrscheinlich. Und zwar der Jack Sparrow. Ja, da kannst du jetzt drüber reden. Siehst ja alles. Das ist so geil, dieses Teil. Ich will den unbedingt haben. Diese ganzen Details. Wahnsinn. Der Kopf, der Schrumpfkopf von seiner Mutter. Das Ding ist echt absolut hammer, hammermäßig. Also... Und auch die einzige Figur von Hot Toys, die zwei Köpfe bei hat, die diesen Rolling Eye-Effekt haben. Ich sage immer wieder... Also Ralf, deine Sammlung ist auch richtig geil. Wirklich wahr. Wie er immer alles in Sicherheit bringen musste wegen der Emma. Ja, das stimmt. Weil er hat natürlich seine ganze Sammlung im Wohnzimmer verteilt. Die Emma konnte zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht alleine laufen, aber... Er hat sich nicht davon abgehalten, an die niederen Ränge überall hinzukommen. Ja, das Katana von Walking Dead war immer in Gefahr zu sterben. Das hat er mit einer Gelassenheit über sich ergehen lassen. Und, wie gesagt, jetzt hast du alles wieder umgebaut, wieder bei sich zu Hause. Und... Aber lieber Ralf... Als nächstes Mal kommen wir noch viel höher. Kleiner Tipp. Kleiner Tipp. Schau endlich mal deine ganzen Videos an. Deine ganzen Filme an. Back to the Future zum Beispiel. Ja. Und... Weiter geht's. Es ging eine Weile nachdem wir wieder zurückkamen. Da waren wir jetzt ungefähr vier Wochen unterwegs. Rügenreif waren wir vier Wochen unterwegs. Wir waren eigentlich fix und fertig. Haben wir noch dann ihre Geburt nachgefeiert. Ja. Und dann sind wir am 27.7. losgefahren. Zumindest so auch... Am 27.7. kam es wieder raus. Nämlich, da waren wir gleich beim nächsten Overview-Video. Nämlich von Maiko Schmidt. Da war sie auch mal dabei. Ein Schlagaufschlag. Ja. Und dann sind wir nach Köln gegangen zur Star-Wars-Identities-Ausstellung. Ach Gott. Aber erst einmal waren wir beim lieben Maiko. Und... Den seine Sammlung... Schaut es euch einfach an. Grandios. Liebe Filmfreunde. Hier ist der Erfolge von 80. Und... Wir sind auf dem Weg nach Köln. Aber... Ich mache einen kleinen Zwischenstopp. Und zwar in der Nähe von Frankfurt. Denn da wohne ich mit dem Maiko Schmidt. Ein Abonnent von mir. Und der wollte gerne ein Overview-Video von seiner Sammlung haben. Denn da hatte ich mir eine riesengroße Batman- und auch Rambo-Sammlung. Und da dachte ich mir, das lasse ich mir nicht entgehen. Und dann schaut er mal vorbei. Liebe Filmfreunde. Jetzt sind wir eigentlich zu Hause bei Maiko Schmidt. Und... Alter Schwede. Ich kann nur sagen... Schau dir dieses Video an. Das ist mir wirklich gigantisch. Was ich hier für eine Sammlung. Mal an mit der ersten Frage. Und zwar... Wie lange sammeltst du eigentlich schon DVDs, Blu-rays? Oder hast du schon Videokassetten gesammelt? Oder... Komplett 15 Jahre. Circa. 2000 Jahre. Ich sehe hier so viel Batman und Rambo. Meine Frage. Wie kamst du dich darauf, genau auf diese zwei Themen zu spezialisieren? Obwohl wir eigentlich... Ja nichts einmal gemeinsam haben. Also Rambo und Batman ist eigentlich etwas komplett grundlegendes anderes. Wie kamst du dazu? Ja also... Also... Also Kindheit natürlich. Ähm... Die alten Filme schon gesehen. Verschlungen als Kind. Und dann... Ist das ja nochmal neu verfilmt worden. Und ähm... Mit Joker... He's Ledger. Phänomenal gespielt. Ja. Und ähm... Dann kam dann der Hype einfach. Also dann... Dann wollte ich das einfach weitermachen. Und zum... Zum Thema Rambo zu sprechen. Ähm... Ja da warst du eigentlich der Schuldige. Warum ich? Ja weil... Ich hab... Warum ich schon wieder? Ich hab damals ein Video von dir auf deiner Homepage gesehen. Ähm... Von dem... Von dem Rambo mit dem Bogen. Okay. Und das fand ich so faszinierend. Und das sah so geil aus. Weil das dann auch noch so schön beleuchtet war. Okay. Und ähm... Dann wollte ich den auch unbedingt haben. Und ähm... Ab da hat dann der Hype dann angefangen. Ja. Durch diesen Rambo von mir... Durch diesen... Ja genau. Hast du einfach alles zusammen... Genau. Ja. Danach hab ich also das Internet komplett durchforstet. Nach Figuren. Nach Filmen. Editions. Was für Editions es gibt. Von woher. Also das hat schon... Hat schon viel Zeit. Eine besondere Edition von dem ganzen Rambo. Oder... Die dir am Wert folgt. Und was dir am meisten bedeutet. Welch ist denn das? Ja. Die haben wir natürlich hier stehen. Ja. Das ist natürlich... Der heilige Kral. Ja. Von John Rambo. Ja. Amazon exklusiv. Scheiß auf den blauen Balken. Ja. Aber dieses Teil ist der heilige Kral. Ist... Der Tumbler von The Dark Knight. Ähm... Ist noch beleuchtet. Also wenn man den hier hinten anschaltet. Zeig das jetzt einfach mal. Wie ähnlich ist es an deine teuerste Edition. Ja. Jetzt sind wir hier... In der... Bäthöhle. Von Margo. Und jetzt mach ich mal so einen kleinen Rundgang. Und dann gehen wir gleich speziell auf alle Editionen hier ein. Was wir hier so sehen. Die Vorhänge sind zum Beispiel auch sehr schön gestaltet. Also richtig coole Vorhänge hat er. Die würde ich mir auch gern wünschen. Und... Dann... Haben wir hier noch mehr. Teilweise von DC Direct. Mhm. Die Figuren. Also hier die Batman Figur zum Beispiel. Die ist von DC Direct. Mit Zubehör. Und... Ja. Sie sehen auch vom Gesicht her wirklich richtig... richtig super aus. Was will man da für ein Spielzeug verlangen, ne? Das ist ja... Wenn du so willst, ist ja aus Amerika das Spielzeug, ne? So wir machen erstmal hier unten. Ja. Dann gehen wir nämlich auf das obere Teil. Ja. Genau. Hier eben die Batman von Zavi. Richtig. Genau. Das war mein Knochen, mein Knie. Und hier die Rambustilbox auch von Zavi. Und das hier sind die Leiterkrabser. So. Jetzt hier... Der heilige Grall von Hot Toys. So. Jetzt... Der Tumbler mit Beleuchtung natürlich. Präsentier ihn mal. Ja. Ich mach ihn mal an hier. Mach mal den Motor an. Mach mal den Motor an. Mach mal den Motor an. Hammer... Mäßig. Sehr, sehr geil. Echt. Ich glaub die ist auch auf 500 Stück weltweit numitiert. Hollywood Collectibles, oder? Hollywood Collectibles, soweit ich weiß. Müsste ich jetzt mal schauen. Bei der Ähnlichkeit nämlich mit dem von Rambo. Ja. Also, liebe Freunde. Ich bin daran schuld. An allem. Ja. Einer ist immer der Schuldige. Ja. Und hier oben noch mehr Journalismus. Aber ich find's schon rein. Die Buchs gibt's ja eigentlich von dem Film. Ja. Es ist einmal hier die DVD Edition. Mit Hundemarken drin. Die ist aus... Ja. Aus... Den kann man schon erwähnen. Timo Murphy Ousek. Ja. Dafür nochmal herzlichen Dank. Das war wirklich ein richtig geiles Geschenk. Hab ich mich sehr darüber gefreut. Echt ein geiles Geschenk. Deswegen steht es auch hier. Weil das gehört einfach zu dieser... Ja. Auf jeden Fall. Zu der Büste hier. Zu der ersten hier. Gehört natürlich auch noch die Limited Completed Collectors Edition dazu. Ja. Mit den Knicklichtern. Mit den Knicklichtern. Und Hundemarken und so weiter. Und das ist die Figur, die den ganzen Wahn ausgelöst hat. Die ja. Genau. Die auch bei mir zu Hause steht. Ja. Das hat den ganzen Wahnsinn ausgelöst, ja. Einmal raus, die gefällt mir... Also, die gefällt mir am besten. Dann kommt gleich die hier. Ja. Also, die sind schon... Die drei sind schon echt geil. Ja, aber das sieht man halt daran... Hier nochmal den Gesamtüberblick von dieser Wahnsinns-Sammlung. Und wenn irgendjemand mal Fragen zu Batman hat, dann meldet euch bei Michael Schmidt bei Facebook. Oder bei Rambo, natürlich ist klar. Ja. Also, ihr seht schon... In diesem Sinne kommen wir jetzt gleich... Wir müssen ja weiter nach Köln fahren. Da haben wir glaube ich... Wir waren ja glaube ich auch drei Stunden bei ihm glaube ich daheim. Und es war auf jeden Fall auch sehr kurzfristig alles... Aber hat alles wunderbar geklappt. Und dann ging es natürlich weiter nach Köln. Zur Star Wars Identities Ausstellung. Und ich kann euch nur sagen... Den Darth Vader haben wir gesehen. Ja. Sau geil. Und es war eigentlich eine richtig gute Ausstellung. Schaut es euch einfach an. Wirklich Hammer. Hallo liebe Freunde. Hier ist euer 480. Und wir sind jetzt in Köln. Und stehen jetzt bei der Frankfurter Straße bei der S-Bahnhof. Und wir fahren jetzt nämlich zu Star Wars Identities zum Odysseum. Und dann gehen wir da mal rein. Und bevor wir reingehen gibt es noch ein kleines Zwischenvideo von mir. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei Star Wars Identities. Bis dann. Ja. Wir stehen jetzt vom Odysseum, den ihr oben sehen könnt. Und jetzt gehen wir hier rein in Star Wars Identities. Hier sieht man das Boba Fett Kostüm aus Episode 5. Hier sieht man Klonkriegermodelle von Episode 2. Und hier sieht man einen Sturmtruppen-Soldatenanzug von Episode 4, 5 und 6. Natürlich die 3PO. Und nebendran ist der R2D2. Wer kennt sie nicht? Ja. Das sind natürlich die Sandleute. Richtig. Und nebendran der Chava Uchidi. Mit seinem Repulsor-Gewehr. Sehr schöne Gestalt. Hier sieht man das Kostüm von Chew-Parker von 2005. Von Aus der Rache der Sis. Hier das Kostüm von Han Solo. Ja. Hier sehen wir jetzt dann die Flotten der Rebellion und des Imperiums. Natürlich mit dem Imperium fangen wir hier an. Hier sieht man mal die kompletten Schiffe als Übersicht. Aber ich sage natürlich auch, was es für welche sind. Hier der Sternenzerstörer. Hier die Raumferie Tidirium aus Episode 6. Und hier gucken wir den Detail gerade an des Sternenzerstörers. Einfach der Hammer. Es ist wirklich grandios gewesen dieses Schiff. Hier der TIE Fighter aus Episode 4. Hier der Kalmarikreuzer Liberty, der vom Todesstern 2 ja zerstört wurde. Hier der Snowspeeder. Sehr großes Detail gerade. Nochmal der X-Wing. Und der gründer Abschluss natürlich Darth Vader. Wie er lebt und lebt und wie er steht und geht. Und zwar das Modell von Darth Vader mit Helm. Ja. Und habt ihr es gesehen? Diese Ausstellung war einfach wirklich wahnbrechend. Also auch richtig geile Sache. Natürlich waren nicht so viele Exponate da, wie ich eigentlich gedacht habe. Mit so Kostümen. Es waren eigentlich mehr so Bilder da. Aber es war einfach nur geil. Es war wahnsinnig toll. Mit der eigenen Charaktererstellung. Stimmt. Ja, hast recht. Das darf man nicht vergessen zu erwähnen. Also es ist ja nicht so, dass du nur wie ein Museum alles anschaust. Sondern du bist als Besucher mit eingebunden worden in diese Ausstellung. Und das war der Hammer. Plus ich bin den Leuten ständig mit dem Kinderwagen über die Füße gefahren. Weil die so gedrängt standen. Also es war auch sehr beliebt. Auf Sein. Ja, aber leider ist die schon vorbei. Die sind November schon ausgelaufen. Jetzt ist die glaube ich irgendwo in Österreich. Achso. Glaub ich. Also ich weiß nicht. Ja, aber wer vielleicht in Baden-Württemberg oder Bayern wohnt. Ich will jetzt hier nichts versprechen. Aber ich glaube die sind irgendwie weiter gezogen. Ja. Ja. Und nach Köln. Dachten wir. Komm. Mönchengladbach ist nicht weit entfernt. Gehen wir noch zur Filmfiguren-Ausstellung nach Mönchengladbach. Denn das habe ich natürlich auch nur durch Zufall darauf geschossen, dass es so eine Ausstellung gibt. Und da waren es auch extrem viele Figuren von Star Wars auch ausgestellt worden. Und da habe ich mir den Besitz angestellt. Mal schauen, wie schaut es denn aus. Ich würde gerne mal da vorbeikommen mit dem Video drehen. Und vor allem, die haben da auch noch einen abgesicherten Bereich gehabt, wo der ATA drinsteht. Also da ist fünf Meter groß. Und den würde ich auch gerne mal sehen. Ja. Kein Problem. Kommt da vorbei. Und schaut es einfach an. Schaut es einfach an. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer V1180 mit einem weiteren besonderen Video für euch. Denn wir sind immer noch in Köln. Und wir waren ja vor kurzem erst auf der Star Wars Identities Ausstellung. Und jetzt fahren wir nach Mönchengladbach. Denn dort ist immer eine Filmfiguren-Ausstellung. Oh ja. Und da bin ich auch nur so ganz nebenbei drauf gekommen. Der Zerstörer von Episode 2. Aus Lego gebaut. Circa aus 400.000 Teilen. Und das ist wirklich der Oberhammer. Wirklich wahr. Sehr detailgetreu. Und es sieht einfach nur fantastisch aus. Und hier sieht man Darth Vader. Das nächste riesengroße Highlight ist Mos Eisley Spaceport. Und das ist ein Diorama, wo selber gebaut wurde. Vom Thomas, vom Inhaber. Und das ist richtig gigantisch. Und wie viele Figuren da zu sehen sind, erfahrt ihr später im Video. Und selbst so kleine Details wie hier hinten zum Beispiel die Outrider. Dash, Dash, wenn das Schiff sogar ist auch mit versteckt. Das ist richtig cool. Und man kann da sich wirklich nicht mehr satt gucken. Denn das ist Wahnsinn. Hier noch ein Lazarett Schiff und Frachter. Und wirklich gigantisch. Und jedes kleinste Detail wurde ganz toll vorbereitet und gemacht. Also wirklich, da stehe ich wirklich herzgut mit drin. Hier ein weiteres Highlight. Das ist das Ewok Dorf von Episode 6. Mit den drei Geistern von Anakin Skywalker. Obi-Wan, Kenobi und Yoda. Also richtig, richtig hammermäßig. Sehr geil. Und auch diese Detailverliebtheit in diesem Dorf ist absolut gigantisch. Wie viele Figuren da sind. Und hier ist Geonosis zu sehen aus Episode 2. Angriff der Klonkriege mit den Geossianern. Und Count Dooku und der Handelsföderation. Mit dem Angriff oben bis zu Darth Maul. Und diese Figuren schauen richtig fantastisch aus. Hier Darth Vader im Kampf mit Obi-Wan Kenobi. Und diese Figuren sind sehr teuer. Hier Darth Malgus von The Old Republic. Vom Online-Spiel. Hier neben drin, das müsste, glaube ich, Rewand sein. Aus... äh... Knides aus The Old Republic 2. Aber in Sturmtruppe. Klasse aus. Also kann man wirklich... Jeden beneiden, der diese Figuren hat. Hier ein Scout Trooper. Hier Luke Skywalker mit... Yoda. Der trainiert. Dann die Versuchung. Boba Fett. Noch ein Scout Trooper mit... Und hier der Yoda. Levit auf 30 Stück. Mit einem Tümpel dran mit Wasser. Also das ist Hammer. Und noch das nächste Highlight gibt es jetzt noch. Und zwar Han Solo in Carbonit. Wenn neben dann Lea als Kopfgeldjäger. Wunderschön beleuchtet. Zum Fotografieren sehr schwierig. Und das ist auch ein Highlight dieser Sammlung. Und Boba Fett. Und jetzt kommen wir zu den Lichtschwerdern. Das erste Sammlung ist von Luke Skywalker aus Episode 2. Ein Trainingsdroide. Und hier Anakin Skywalker Lichtschwert im Querschnitt. Das hier ist das von Obi-Wan Kenobi. Darth Vader. Und das ist das Skywalker Lichtschwert. Ja vielleicht wichtig noch zu sagen, dass wir uns im Moment in dem noch nicht öffentlichen Bereich der Ausstellung befinden. Und auch noch extra sagen, dass alle bitte vorher anrufen sollen. Und fragen sollen. Wenn sie speziell deswegen kommen, ob wir bis jetzt geöffnet haben. Das ist aber eine Sache, die mir noch wichtig ist. Also das war wirklich geil. Wirklich eine richtig coole Ausstellung. Auch wenn jemand in Köln in der Nähe wohnt. Fahr dort hin. Es lohnt sich wirklich. Und ich packe aus. Der liebe Andreas hat mir dann geschrieben. Ach du warst in der Filmfigurenausstellung. Ich wohne zwei Straßen weiter. Hättest du mir mal was gesagt. Das habe ich nicht gewusst, dass er in Mönchengladbach wohnt. Aber beim nächsten Mal. Das ist ja alles spontan. Ja. Komme ich auf jeden Fall zu dir. Denn wir wollen nochmal hochfahren. Denn seit Episode 7 draußen ist, ist war auch dieser ATA, der war vollkommen zugänglich auch für die offene Welt. Und das will ich mir auf jeden Fall unbedingt mal angucken. Denn es ist richtig geil. Und ich. Er war ja so fasziniert. Ja. Wir haben ja eigentlich geplant, okay vielleicht zwei oder drei Stunden. Meine Ahnung. Irgendwie sowas realistisches. Und dann war der Matthias fertig. Der hat ja alles gesehen. Und wir sind dann raus. Weil mit der Emma kannst du da auch nicht so ewig drin bleiben. Und dann waren wir irgendwie unterwegs. Wir haben eine Autokur. Keine Ahnung. Wollten wir dich rausholen. Das weiß ich noch. Und dann wollte ich nicht gehen. Das noch anschauen. Und das noch anschauen. Dann habe ich ihn gesucht. Aber verschollen in den Weiden. Ja. Diese Ausstellung. Ja. Und dann kamen wir endlich wieder zurück. Von Mönchengladbach und von Köln. Konnten wir uns etwas entspannen. Aber. Nur kurz. Ja nur kurz. Denn. Dann zwei. An diesem Wochenende drauf. Kam dann lieber Andi vom Megastore Palast vorbei. Das ging Schlag auf Schlag. Und dann sag ich was auf. Andi was hältst du davon. Dann machen wir so ein kleines Video mit dir. Im Gespräch mit Megastore Palast. Und. Schaut euch einfach mal an. Was wir damit besprochen haben. Viel Spaß. Hallo liebe Filmenfreunde. Hier ist euer Feuer von 80. Mit. Einem. Unboxing Video. Nö. Nein. Ich habe etwas besonderes vor. Nämlich. Ich habe einen Special Guest. Hier. Bei uns zu Hause. Und ihr seht schon hier. Phantomkommando von Film Arena. White Flash von Film Arena. Kingsman von Film Arena. Und natürlich auch. Die zwei Birnenblatt. Texas Chainsaw Massaker Media Wuchs. Und. Wie ihr ja wisst. Habe ich jetzt schon öfters Videos. Für einen Megastore Palast gemacht. Hallo Stefan. Hallo. Hi Andi. Schön dass du bei mir bist. Ja. Echt. War echt cool. Dass du hier hergefahren bist. Extra wie bei mir. Und. Ja nochmal vielen Dank. Für diese richtig coole Edition. Du mir geschickt hast. Und. Absolut gigantisch. Diese ganzen. Full Slips von Film Arena. Sind. Fantastisch. Und. Ja. Und ich möchte gerne mit dir Interview fielen. Hast du schon den Shop schon? Wie lange machst du den Shop? Also. Gegründet habe ich den Shop. Letztes Jahr. Also 2014. Am 1. September. Am 1. Habe erstmal ein halbes Jahr gebraucht. Mich da zurecht zu finden. Heißt alles geplant. Kontakte zu knüpfen. Und. Auch natürlich. Wie ich am besten. Was machen kann. Wenn wir gerade vom anbieten sprechen. Was tust du denn besonderes in deinem Shop anbieten? Ja. Ich denke man. Man sieht ja hier. Schon. Ein paar Sachen die wir anbieten. Also. Diese Film Arena. Full Slips. Natürlich. Ist natürlich was besonderes. Wir mittlerweile. Länder versendest du. Und. Wie ist das alles organisiert? Dass das alles so funktioniert? Ja. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Wir haben uns. Also. Wirklich viele Gedanken gemacht. Und es ist so. Dass wir mittlerweile wirklich weltweit versenden. Also wirklich weltweit. In jedes Land. Wie sind die Bezahlmöglichkeiten bei dir? Was bittest du denn alles an? Ja. Innerhalb von Deutschland. Ist. Also. Ist es möglich. Ähm. Natürlich. Per. Banküberweisung zu bezahlen. Per Paypal natürlich. Ähm. Das ist ja uns natürlich sehr wichtig. Und. Natürlich. Seit dieser Woche. Okay. Ist es möglich. Auf Rechnung. Und auch. Ratenkauf bei uns. Ratenkauf bei euch. Für eine Edition. Okay. Richtig. Ja. Das Gespräch war auf jeden Fall sehr informativ. Er hat schon auch ein bisschen Bedenken gehabt. Von diesem Gespräch. Weil er auch nicht so etwas kamerascheu war. Auch er wohl nicht. Aber. Es hat wunderbar funktioniert. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit ihm. Und natürlich auch. Wenn wir weiter mit ihm in Kontakt bleiben. Ist völlig klar. Auch 2016. Wenn wir mit ihm weiter zusammenarbeiten. Dann. Dann ist es einfach cool. Und. Er hatte die Idee auch noch gehabt dazu. Ähm. Ob. Wir dann mal Lust haben. Ein Englisch Unboxing Video zu machen. Von. Texas Chainsaw Massacre. Von den Birnenblatt Media Books. Weil es gibt ja die nur in Deutschland und Österreich. Und in Ausländern nicht. Und. Ja. Ich habe es dann mal versucht. Zu machen. Aber. Wie ihr wisst. Wie ihr euch gut erinnern werdet. Kommt. Spät ihr noch ein bisschen was. Ähm. Aber. Sie hat ja dazu bereit erklärt. Ein. Ein. Ein Englisch Unboxing Video zu machen. Und. Von der CD. Hallo. Movie Fans. I am the female version of 4 is 82. And now I want to present you. Two media books. The first one. Is this. The movie is. The Texas Chainsaw Massacre. This is cover A. And this media books. And this media book. Is from Birnenblatt. From Germany. The laptops on the cover. Are. Very grateful. We have no words for it. Now. We want to show you. Cover B. Now we want to present you. The cover B. Of the Texas Chainsaw Massacre. This media book. Is very beautiful too. On the front cover. You see. Leatherface. With his chainsaw. Bye. And. I hope you enjoyed. Our video. This is our first video. In English. And we hope. It's not so bad. Wow. It was really cool. That you did it. That you did it. That you explained it. Yes. But it didn't go wrong. Yes. But there are still a few. Unboxes. In English. From Filmarine Edition. There they are. There they are. Chappie. Ex Machina. Ghost Rider. For example. They are still in English. Let's see if they will come. Maybe you will do it. What did you do? To come later. Yeah. And. 9. 8. Came. A new special video. Raus. Mit. Wem. Na. Ha. Wieder unser Freund. Der Bärbel. Whiskey Whiskas. Genau. Der kam wieder vorbei. Und. Er hat mich gefragt. Mensch Stefan. Ich hab dieses coole. Da. Zombie Magazin. Wo hat eben. Ähm. Gibt so. Gibt. Sieben verschiedene Magazine. Gibt's jetzt. Oder jetzt gibt's glaube ich schon neun. Ähm. Wo hat eben jeder Film einmal richtig cool beschrieben ist. Na ja komm. Egal. Mach mal. Wir machen. Ich mach jeden Scheiß mit. Na klar. Bring's her. Mach mal. Und. Schaut euch. Schaut euch mal an. Das sind echt coole Magazine. Schaut euch jetzt Freunde. Hier ist euer VN80 mit einem weiteren Special Video. Ja und ihr seht hier schon. Mediabooks verschiedensten Art und Weise. Texas Chainsaw, auch einmal Birnenblatt. Und dann hier noch die Hardboxen vom Birnenblatt. Und jetzt ist die große Frage. Warum stehen die hier so rum? Ja. Das ist alles so geplant bei mir. Denn. Nämlich diese Mediabooks und Hardboxen haben nämlich ein was gemeinsam. Und das sagt uns jetzt der Whiskey Whiskas. Wunderschönen guten Morgen, dass Sie sich gemeinsam haben, dass Sie hier anfragen, was ist denn das, wo kriege ich das, was macht das, was kann das. Ja, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, Mensch, das Ding könnte noch ein bisschen bekannter sein. Ich habe jetzt von diesem richtigen Magazin, wo man jetzt hier sieht, auch noch nicht so viel gesehen, auch eben nur von dir. Und dir natürlich kennen natürlich alle, ich habe ja auch alles schon gelesen, zum Teil. Und ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt auf diese ganzen einzelnen Magazine, wo es da gibt. Insgesamt sind Sie mir jetzt 8 oder 6 Stunden. Fangen wir mal an, wir sind mal 1. Und zwar hier geht es um Tanz der Teufel, die Retro Perspektive. Retrospektive. Die Retro Perspektive, ich bin mal so großartig. Ich habe jetzt einen Zungenbrecher, Retrospektive, jetzt habe ich sie. Und jetzt gibt es, kennen wir das Magazin, Max. Okay, hier haben wir die erste Ausgabe von unserem Magazin. Und wir werden das dann jetzt mal ein bisschen blättern. Und mal gucken, was sich da drin alles so befindet. So, Tanz der Teufel, eine Retrospektive. Hier sehen wir die ersten Bilder noch, in schwarz-weiß. Viel Text. Und da geht es um, einen Klassiker wiederum. Ja. Das ist das, das mache ich. Und klar. John Carpen, das ist die Klapperschlange mit Kurt Russell. Und da gibt es auch noch dieses schöne Artbox, da habe ich noch dazu. Und Birnenblatt. Richtig. Und da ist ja auch eigentlich ein Klapperschlangen-Mini-Zombie-Magazin drin. Es ist... Aber der ist ja unterschiedlich, ne? Das unterscheidet sich zum Magazin. Aber hier mit dem Magazin, der war richtig cool. Aber leider, ich habe auch nochmal den guten Herrn von der Zombie auch angeschrieben. Denn ich möchte auch gerne diese ganze Sache gerne haben. Diese ganzen Ensemble-Ordner und auch diese ganzen Magazine. Denn die echt cool sind. Aber der gute Herr hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Finde ich sehr schade. Ja. Obwohl wir eigentlich auch dieses Video gemacht haben. Da hat er sich eigentlich gemeldet. Ich würde dafür was zahlen, ist ja kein Problem. Ich will die auch wirklich haben. Aber so muss ich ganz ehrlich zugeben. Bin ich auch ein bisschen... Nö. Nö. Ja. Und jetzt ging es dann gleich weiter mit einem fränkischen Overview. Oh ja, ja, ja. Und nämlich der MS Tobier war das nämlich der Kanzler. Kam nämlich hier aus der Nähe von Pegnitz. Und der habe ich ja auch mal ganz spontan bei Mediamarkt hier getroffen. Und ich habe gesagt, ach cool Stefan, wie schaut es aus? Wir haben auch eine schöne Sammlung. Kommen Sie vorbei, machen wir ein Overview-Video. Ja, schaut es euch einfach mal an. Hallo Freunde, die ist euer 480 mit einem neuen Special-Video für euch. Und zwar von einem Overview-Video hier. Und ihr seht, wie Emma ist mit dabei. Hier in die Katharina ist mit dabei. Hier auf ihr Handy guckt. Und wir fahren jetzt nach Pegnitz. Ungefähr eine Stunde hin. Und da ist nämlich ein weiterer Sammler, der nämlich gerne mal eine Overview-Video von seiner Sammlung haben will. Und zwar das ist der MS Tobier. Und da fahren wir natürlich gerne mal hin. Und die Emma freut sich auch schon hier wie die Sau. Und wir fahren jetzt nochmal hin. Ungefähr noch eine Stunde. Und dann halt schauen wir uns mal seine Sammlung an. Ich bin schon sehr gespannt. Genau, Emma. Ich sage es auch immer wieder. Und bis dennne. Tschüss. Ich bin jetzt zu Hause beim Leben Tobias. Und er hat auch eine wunderschöne Sammlung mit vielen Hardboxen, Mediabooks und Steabooks. Ist so ein jährlich aufgeteilt von seiner Sammlung, da er auch zwei Kinder hat und Familie hat. Das ist natürlich völlig klar. Und lieber Tobias, komm einfach mal ins Bild. Ja. Hi. Hi. Servus. Servus. Ja. Und die erste Frage ist, wie lange sammelst du schon DVDs, Blu-rays oder hast du schon mit VHS-Kassetten angefangen? Wie war das bei dir? Ja, also das hat gestahlen in meiner Kindheit. In deiner Kindheit? Ja, wie gesagt, so mit sechs, sieben Jahren. Das ist über 20 Jahre her. Da habe ich so von meiner Mama oder so mal VHS-Kassetten geschenkt gekriegt oder irgendwas. Oder war auch mit meinen Eltern mal in der Videothek oder sonst irgendwas. Und dann, wie gesagt, da habe ich mich dann einfach begeistert. Einfach für Filme. Das waren meistens so Kinderfilme noch, wie Dennis oder solche Sachen eben. Und ja, so hat es dann irgendwie alles angefangen. Das hat auch so gut gesehen, so Reto-Sachen, auf die ich auch nicht so stehe, aber das gefällt dir ja ganz gut, wenn es so rausgehört. Ja, ich bin ja. Und die kannst du dir mal zeigen, die zwei Sachen, wo ich dann so, naja gut, das sind diese IMC, Redboxen sind das. Also das ist, wie sagt man, VHS, also VHS-Verpackung. Ja, haben wir die Kamera mal rein. Ihr seht schon ein riesen, wo ist dickes Teil, aber... In den drinnen ist die Blu-Ray, genau. Keine VHS-Kassette, nein. Nee, die Verpackung ist jetzt nicht so sehr schön, das ist noch die Originalverpackung. Limitiert auf 250 Stück sind die alle. Gibt es drei Stück mittlerweile. Also ein Zombie im Globensail, dann ein Zombie 2 und Geisterstatt-Zombies. Ja, gut, ich meine, das ist jetzt nicht das Non-Bus Ultra von irgendwelchen Retro-Sachen, aber die haben mir ganz gut gefallen. Ja, okay. Aber allgemein auch diese alten Retro-Cover, die gefallen mir einfach und weißt, das ist halt, was er damals so angefangen hat bei mir. Okay, ja klar. Und das andere, was du hast, was auch sehr selben ist, was ich noch nie gesehen habe, vorher. Ja, das ist ein Videobook. Können wir das gerne mal nehmen. Ein Videobook. Großangriff der Zombies. Und was das Besondere an diesem Videobook, was ist da, wollen wir es mal aufmachen? Genau, mach auf. Also das Beton getragen. Warum muss ich denn hier aufmachen? Das ist doch deine Tick. Naja. Jetzt muss ich dein Zeug auspacken. Naja, komm. Also es ist auf 250 Stück limitiert. Gab es zwei Covers, eben dieses Retro-Cover hier. Und wenn man, genau, wenn man die DVD öffnet, äh, das Videobook öffnet, dann startet normalerweise der Film. Die Kamera rein, die Durchweite. Genau, startet der Film auf so einem LCD-Display. Ja. Da ist jetzt bloß im Moment leider der Akku leer. Und den können wir hier oben nämlich aufladen mit einem Mini-USB-Anschluss. Genau. Und das ist echt richtig erkunden. Und welche sind denn die teure Selektionen von einer Sammlung? Also ich habe einige teure Sachen, muss ich sagen. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie hoch die gehandelt werden oder sonst irgendwas. Aber von dem Startpreis, sag ich jetzt einmal, war das, glaube ich, der Alien-Head. Also, ist der hier. Gut, ich meine, den werden die Filmsammler ja kennen, ne? Den wirst du auch in deinem Bissitz haben, gell? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die da mal sind. Welche Ideale hast du beim Film geguckt oder allgemein beim Filmschauen oder beim Auspacken oder keine Ahnung, aber das ist auch meine allerbeste Frage, wie der beste ausdrücken soll. Also ich weiß nicht, wie er sich jetzt den lieben Abonnenten so vorgestellt hat. Diese Frage, aber jetzt stelle ich eben nur so die Frage. Ja, da wird es jetzt lustig. Aber bin ja schon sehr gespannt. Weil, also, ich tue mir erst einmal eine Packung Roland-Brizzeln organisieren. Wenn ich jetzt, sag mal, am Wochenende, ne? So, wenn ich unter der Woche, wenn ich arbeiten bin, habe ich nicht viel Zeit zum gucken. Ob es am Wochenende, dann kaufe ich mir erst einmal eine Packung Brizeln. Okay. Ja, die stehe ich mir dann halt hin und dann, also meistens, wenn ich jetzt einen neuen Film gucke, den wo ich erst aufpacken muss davor, dann rieche ich da erst einmal rein. Okay. Also ich lieb den Geruch, weißt du, wenn du so eine neue Verpackung aufmachst, dann riechst du dieses in Weißen. Die beste Frage ist dann, welchen Film hast du am häufigsten schon gesehen? Ich glaube, du hast die Frage überlesen, kann das sein, so wie du jetzt guckst. Scheiße. Hier, wir kommen gleich wieder. Siehst du? Also gut, also, gib jetzt einfach mal eine Antwort. Häufigstens? Äh, ist der Blutig Pfarrgottes. Okay, siehst du? Ja. Geh noch mal zur Rechtsflache. Ist der Blutig Pfarrgottes. Okay. Und das ist auch mein Lieblingsfilm, falls die Frage noch auflaufen soll. Wir beginnen jetzt mit dem Rundgang von Tobias Overview-Video und hier erstmal ein kleiner Überblick von seinem ersten Teil der Sammlung. Ich weiß gar nicht, was noch mit drin ist. Und das D-Book. Ja, das D-Book und Figuren. Poster oder? Und noch die alte DVD, das ist die Blutig. Ja, genau. Eines der einzigsten Editionen DVD, was ich noch rumstehen habe. Sehr cool. Ja. Dann haben wir mal den... Die erste kleinere im kleinen Raum und jetzt geht es mal zum größeren. Nun der zweite Raum von seiner Sammlung. Wahnsinn. Und hier natürlich die Schwellköpfchen. Dann der Zombie im Glockenseil. Die XT Edition mit dem Grabstein-Zombie. Ja. 500 Stück limitiert, aber die gibt es glaube ich immer noch. Also die wollen irgendwie keinen Mensch haben. Ich habe sie auch. Ich habe wollen. Ja, die drei IMCs, die Redboxen, wo auf VOS gemacht sind. Ja. Wo die Blu-Rays zu nennen sind. Gibt es bis jetzt nur die drei, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch mehrere kommen werden. In Zukunft. Ja, die Batman Edition. Blu-Rays von der Serie. Richtig schöne Box, finde ich. Fällt mir super gut. Ja, die habe ich noch nie wirklich angeschaut. Ich habe das gepackt gesehen, denn ich wollte mir die niemals kaufen. Ach ja. So schaut die Eise aus. Ach so, oh cool. Bung ist die, wo die. Da war noch indiziert. So schlecht schaut sie gerade aus, das Teil. Na ja. Ja. Schön. Wir werden alle sterben. Und jetzt hier noch. Ja, die Terminierer jetzt. Der ist ausgeschaltet. Also ihr merkt schon, er hat extrem fränkisch gesprochen. Er hat sich nicht Mühe gegeben, Hochdeutsch zu reden. Er konnte aber auch gar nicht. Ich glaube, er war so nervös, dass er deswegen einfach freisch nach uns gesprochen hat. Aber das war mir, weil ich bin ja genauso. Ich spreche auch eigentlich fränkisch. Aber eher schon noch mehr. Aber es war auf jeden Fall cool. Vor allem, dass seine Frau hat noch zu ihm gedacht, Tobias, streng dich an, sprich nicht so viel fränkisch. Wo ist die Kranz? Auf jeden Fall, es war so lustig. Und sie war eben dann mit den Kindern unterwegs. Von ihm haben wir auch zwei Kinder, die auch. Und mit Emma haben wir dann gemeinsam in Ruhe dieses Video gedreht. Hat auch wieder Ewigkeiten gedauert, weil wir mussten uns erst mal alles vorbereiten. Das war auch trotzdem lustig. Und vor allem, er hat auch richtig coole, seltene Editionen, wie zum Beispiel dieses von Großen Griff der Zombies war das, glaube ich, wo ein Video, ein Bildschirm mit in diese Edition mit drin war. Absolut cool. Wirklich top und auch eine sehr schöne Sammlung auf jeden Fall. War ein schöner Besuch. Und am 21.08. ging es gleich zum nächsten Overview-Video. Und zwar von meinem lieben Kemal vom Death Valley in Nürnberg. Und schaut euch an, auch eine richtig coole Sammlung. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer V1180 und ich begebe mich mal wieder auf Reisen. Denn heute geht es nach Nürnberg. Eine Stunde Fahrt und es fängt an zu regnen. Juhu, die Hitze ist vorbei. Und da besuche ich jetzt den Abonnenten Death Valley. Und der hat auch eine richtig coole Sammlung. Und die will ich uns mal angucken. Und da gibt es wieder ein Interview plus das Overview-Video, wie man es immer gewohnt ist. Ich werde auch wohl lieb Death Valley. Das hat sich ganz schön komisch an, oder? Aber ich kann euch sagen, die Sammlung ist auch richtig cool hier. Und lieber Kemal, komm doch mal ins Bild. Hallöchen. Hallöchen. Ich bin der Stefan. Ich bin der Kemal. Und Kemal, vielen Dank, dass ich deine schöne Sammlung angucken durfte. Kann ich. Und auch natürlich anfangen. Wir fangen mal mit dem Interview an mit dir. Und wir fangen mit der ersten Frage an. Und die erste Frage ist, wie bei jedem anderen Overview auch. Wie lange sammeltest du schon DVDs, Blu-rays und auch schon vielleicht VHS? Also angefangen habe ich ungefähr mit 7, 8, mit VHS und dann DVD, wo ich dann ca. 1400 DVDs hatte. Und wo dann Blu-ray rauskam, bin ich dann umgestiegen langsam auf Blu-ray. Welche ist deine besonderste Edition, die am meisten was bedeutet? Ist ja keine Filmversion, aber ich habe sie ja hier dabei, auf meiner rechten Seite. Das ist leider nicht vom Film, liebe Filmfirmen. Obwohl er doch vom Film ist. Ja, auf jeden Fall. Und das ist einfach mein Schmuckstück. Okay. Das ist von Hollywood Collectibles. Limitiert auf... Wie viel? 400 Stück. Und das ist einfach... Ich bin absoluter Stallone-Fan. Und ich liebe diesen. Okay, und wann ist deine Teuest Edition, was du hast? Aber filmmäßig, ne? Film, ja. Ja, hier mein schöner Affe. War hier? Der Edition von Planeten Affen. Meiner Meinung nach eins der geilsten Editionen, was bei Filmstatuen so möglich ist. Für den Preis. Jetzt beginnen wir mit der Overview vom Kemal. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Rundblick. Und wir fangen hier drüben an, oder? Ja. Und dann erzähl doch mal was, was du hier hast. Was soll ich denn? Ist so abgrundtief hässlich. Ich find ihn so geil. Ich find auch geil. Meine Frau hat auch vor dem Ding Angst. Die mag ihn nicht. Das Dumme ist bloß, ich würd ihn gern so stehen lassen. Aber? Ich weiß nicht, wohin mit der Maske. Die nimmt so viel, also unnötigen Platz weg. Ja, das stimmt. Phänomenal. Und hier, der große Rocky. Ich lern den immer blitz, weil der bei Howard. In Metro Blood, Madame Blitzy ist der Dicke. Okay. Ah ja, jetzt weiß ich nicht meist. Ja, und dann die Rambo-Kollektion, die eigentlich eher uninteressant ist. So die DVD-Version? Ja. Ach, das ist ja cool. Meine Turtles mit den Wackelköpfen. Wobei ich den Film auch echt genial finde. Das ist auch die 3D-Fassung. Hast du reingepackt? Ja. Ich auch. Aber wo ich sagen muss, mir hat der Film nicht besonders gut gefallen. Echt? Mir hat er gut gefallen. Also mich hat er unterhalten und das war für mich sehr wichtig. Ich finde ihn genial. Gut gemacht. Bloß Megan hätte man weggelassen können. Naja, paar Titten braucht man schon. Paar? Ein Paar. Ein Paar. Ein Paar. Dann meine Jurassic Park Edition, die habe ich damals von meiner Frau geschenkt bekommen. Sehr geil. Mit den DVDs. Blu-rays. Äh, Blu-rays, genau. Und er kann, glaube ich, sogar... Nichts. Nichts. Batterie leer. Ich dachte ja eigentlich, da kommt ein Ton draus. Also heute haben wir Probleme mit der Batterie. Nämlich hier ein großes Problem, nämlich mit dem hier. Denn? Die Batterie ist leer. Ja. Diese Hot 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 ist das auch. Das ist von Hot Hot, ja. Sehr geil. Eine richtig geile Figur. Die eine ist von der Gse. Doch, habe ich schon gesehen, aber die... Ich finde die auch geil. Ne, ist nicht so meins. Aber das, das ist schön düster. Ich bin auch mal das neue gespannt. Und hier auch eine richtig coole Edition, die habe ich auch nicht daheim. Die mir auch sehr gut gefällt noch. Es macht mich sehr gut. Ja, es macht einfach Spaß, auch hier zu sein. Vor allem, wenn ich diese Figur an zu gucken. Ich liebe meine Sammlung. Und ich hoffe, es wird noch mehr und mehr und mehr. Bloß langsam hast du auch keinen Platz mehr. Wird langsam eng. Ach, wir sind doch... Wir sind doch kreativ. Wir lassen uns einfach nur was Neues einfach. Ja, deswegen war ich auch alleine. Da warst du auch immer dabei. Wir wollten zwar gemeinsam runterfahren, bloß da war glaube ich der einmal krank, glaube ich. Da war irgendwas. Da hat einfach nichts funktioniert. Irgendwas. Da musste ich wieder heimbleiben. Ach, genau wie ich am Schlafen. Da haben wir es ja gerade umgestützt. So, dass er einmal am Tag schläft. Und dann hätte es mir nicht gepasst. Wir haben heimgefahren. Naja. Deswegen bin ich alleine runtergefahren. Auch ein richtig cooles Sammlung. Mit vielen Figuren auch echt sehr sehenswert. Ja, und dann am 28.8. War es auch nochmal bei mir soweit. Ich habe das lange von mir hinausgezögert. Und zwar ein Overview-Video von meinen Steelbooks. Hier, wo ihr es seht. Die hast du es rausgezögert. Naja, weil das Problem ist ja, wie ich jetzt gleich sagen werde, aber jetzt erzähle ich es dir auch nochmal, Schatz. Weil nämlich, das Problem ist nämlich, da ja eigentlich täglich neue Steelbooks dazukommen, ist es natürlich auch sehr schwer für mich, da ein Overview-Video zu drehen. Da ja eigentlich immer was Neues dazukommt und eigentlich nie wirklich ein Ende bei Steelbooks kommen wird. Ist ja nie komplett. Bis jetzt. Verstörtlich. Und hier ist jetzt alles voll mit Steelbooks. Also man sieht es jetzt hier nicht. Aber es ist auf jeden Fall viel voll. Viel voll. Und schauen wir euch diese kleinen Ausschüter von Steelbooks an. Viel Spaß. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer V1180 mit einem Video, was eventuell viele darauf gewartet haben. Und ich weiß, ich habe es lange Zeit versprochen und ich habe es auch lange Zeit gesagt, ich mache es, ich mache es, ich mache es. Aber das Problem ist, es wird einfach jeden Tag mehr. Und deswegen habe ich überlegt, wann ist der beste Zeitpunkt, dieses Video zu drehen. Und zwar, es geht um das Overview-Video von meinen Steelbooks. Und auch jedes Steelbook ist hier eben auch eben in den Registerkärtchen versehen. Mit Drama, Action und so weiter und so fort. Und natürlich auch nach Buchstaben sortiert und nochmal in den Buchstaben, nochmal in den Genres, nochmal nach Alte sortiert. Und ja, wir fangen erst mal an mit den Steelbooks von DVDs noch. Da habe ich einmal Apes Conker, ein Geschenk, glaube ich, Amazon exklusiv war. Und hier dann die 2D-Version von Mediamarkt von Godzilla von 2014. Film hat mir auch gut gefallen. Dann gehen wir zur Geschichte über. Haben wir hier Gladiator. Auch ein richtig cooles Steelbook. Dann haben wir hier von Zavi, das Gangs of New York Steelbook. Sehen wir dann das Rambo Steelbook. Das John-Rambo Steelbook aus Japan. Das ist wieder ein Future-Pack. Hier seht ihr dann die Fehlpressung von John-Rambo von Mediamarkt exklusiv. Hier hinten dann das Trilogie-Set von Rambo. Und hier, ich hole es mal extra für euch vor, das, der heilige Gral des Steelbooks, wo es alle sagen, obwohl es vielen nicht gefällt, ist mir aber wurscht. Denn dieses Steelbook ist einfach nur geil. Und das ist von John-Rambo das Amazon Steelbook mit dem Tattoo. Ja, von Rambo habe ich natürlich noch viel mehr. Einmal hier der First Plot Steelbook von Zavi. Das sieht so aus. Hier einmal das Zavi exklusiv Steelbook. Was mir auch richtig gut gefällt. Und einmal hier das Steelbook aus Kanada. Ebenfalls ohne deutschen Ton und auch Uncut. Richtig coole Edition auch. Dann geht es hier oben weiter bei Predator. Hier sehen wir eben Predator 1 im Mediamarkt exklusiv Steelbook. Hier dahinter sieht man dann Predator 2 von Zavi. Ist auch sehr selten geworden, dieses Steelbook. Es schaut trotzdem richtig geil aus. Und hier vorne sieht man dann Predator 3D. Mediamarkt exklusiv Steelbook. Sehr geiles Teil. Und hier noch Predators. Der dritte Teil. Auch. Ja. Ich weiß. Ich bin ein bisschen verrückt. Ein bisschen aber nur. Ein bisschen aber nur. Niemals. Hast du mir schon mal ein Tablet gegeben, Schatz? Ich glaube, die haben wir heute vergessen. Aber jetzt mal zu etwas Ernstem. Denn am 2.9. Zumindest ich wurde gebeten, ob ich so etwas machen könnte. Und zwar ein Tribut an Wes Craven. Der ist ja dieses Jahr gestorben. Und da dachte ich mir, okay, mache ich natürlich sehr gerne. Ich bin jetzt zwar kein so ein extrem großer Wes Craven-Fan gewesen. Muss ich ganz ehrlich. Ich gebe ja auch öffentlich nicht zu. Ich mag auch seine Filme. Aber, ja. Gut. Aber schaut es euch an. Ist auf jeden Fall sehr traurig. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer Voice von 80. Und heute möchte ich ein etwas traurigeres Video machen. Denn ich möchte ein Tribut an Wes Craven drehen. Und deshalb habe ich eigentlich meinen lieben Abonnenten den Super One Piece Forever zu verdanken, wie ich es gemacht habe. Er hat mich nämlich gefragt, ob ich ein Wes Craven Tribut machen könnte, wo ich eben diese Sammlung von ihm vorstellen könnte, die ich ihm daheim habe. Und da dachte ich mir, natürlich mache ich das sehr gerne. Habe auch noch ein wenig Zeit gehabt jetzt, nachdem ihr immer schläft. Und deswegen sitze ich jetzt vor der Kamera und mache eben dieses Video für euch. Und da also ein Tribut sein sollte, möchte ich auch nicht unbedingt nur meine Filmsammlung vorstellen von Wes Craven, sondern auch ein bisschen was über der Person selber reden. Ja. Sein richtiger Name ist Wesley Earl Craven. Abkürzung natürlich Wes Craven. Er wurde am 2. August 1939 in Cleefitt, Ohio geboren. Und seine Familie war sehr gläubige Baptisten. Und bei denen war eben kein Alkohol erlaubt. Also Alkohol war nicht erlaubt. Zigaretten, Kartenspiel und natürlich auch Kino war verboten oder verpönt. Und da kam er eben nicht so ganz an dieses Film-Genre ran. Ja. Er machte einen Abschluss in Philosophie und in Writing in der John Hopkins University in Baltimore. Und vor seiner Karriere im Filmgeschäft war er Lehrer an der Clarks University in Potsdam oder auch in Potsdam, aber nicht in Deutschland, sondern in New York. Wes Craven war dreimal verheiratet und hatte mit der ersten Ehe zwei Kinder. Und er ist leider am 30. August 2015 in Los Angeles, Kalifornien mit seinen 76 Jahren an einem Hirntumor verstorben. Das ist ein tragischer Nachricht für mich gewesen, auch am 30. August. Genauso wie für mich Leonard Nimoy, dasselbe auch Christopher Lee, James Horner, die dieses Jahr alle verstorben sind, was ich sehr tragisch fand. Und deswegen möchte ich gerne jetzt eine Schweigemüte einlegen für diese verstorbenen Schauspieler und natürlich auch Komponisten und Regisseure. Und das möchte ich gerne jetzt tun. Ja, ich hoffe, es muss einfach sein. Und auch von mir aus, an die Familie von The Scrave, mein herzliches Beileid. Und wir sind jetzt im Gedanken bei euch allen, alle Filmfans. Und ihr schafft es. Dieses Jahr sind, also letztendlich sind wirklich extrem viele Leute gestorben. Und Leonard Nimoy, eigentlich hätte ich von dem eigentlich eher ein Tribut machen können, weil ich bin da wirklich, da bin ich auch in Tränen ausgebrochen, wo ich das gehört habe, ob das wirklich gestorben ist. Es sind eigentlich trotzdem bloß Schauspieler, die uns halt einem nahe sind, aber bei uns auf der Arbeit sterben so viele Leute und auch da geht es einem uns nahe. Aber irgendwie bei den Leuten, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber also bei Leonard Nimoy auf jeden Fall. Natürlich Christopher Lee, nicht zu vergessen. Winnetou ist auch gestorben. Der Pierre Brice. Ja. Wenn du mir das so richtig erzählt hast. Ja, wenn der Jahresrückblick von RTL gestimmt hat. Und natürlich ein bitteres Ende noch, wie letztes Jahr noch, der schöne Lemmy von Motorhead ist auch noch von uns gegangen. Aber im Endeffekt hat er einen schönen Tod gehabt. Nur zwei Tage musste er mit dieser Diagnose Krebs leben. Und von daher war es da eigentlich dann trotzdem noch sehr gut, bevor er ein langes Leid noch gehabt hat. Ja, wir kennen es vom Ganghaus. Wir kennen es vom Ganghaus, wir wissen, wie das Jahr abläuft. Wir sehen es deswegen ein wenig anders. Und deswegen sind wir da halt etwas spezieller. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem das Tribut gefallen von Wes Craven. Ja, und jetzt kommen wir gleich zu etwas Lustigem noch. Ja, da wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht. Komm, mach bitte, bitte zeig es. Mach bitte dieses Video für euch, für uns. Und wenn du auch nicht sagst, okay, ich mache... Wir glauben dir nicht, dass es du nicht kannst. Genau, und zwar, ich sollte dann die English-Tests-Outtakes mal machen. Und ich habe dir eben Sabotage, Phantom-Kommando, habe ich noch vorgestellt. Und habe eben verschiedene Sachen halt eben mal probiert. Und jetzt schaut es euch einfach an und viel Spaß dabei. Hallo, liebe Filmfreunde. Hier ist euer V87 mit einem Video, das ich eigentlich gar nicht so geplant habe. Aber die nachfolgenden Clips, wo ihr sehen werdet, sind meine Englisch-Versuche. Und da sind einige lustige Szenen dabei, wirklich. Und ich hoffe, euch gefallen diese Videos. Ich nehme mich hier wirklich selbst auf die Schippe. Hallo, Movie Fans. Ich bin TheFoest280. Und ich habe ein neues Unboxing-Video für euch. Und das ist ein... Dutch, Finnish, French, German, Norwegian, Swedish, English for the Hewitt-Imperiod. Und ich habe ein neues Unboxing-Video für euch. Und das ist ein Goldens-Steel-Book von Mediamarkt, von Deutschland. Germany, und das ist ein großartiger C-Book und es ist ein schönes Buch. Und es ist ein schönes Buch. Und jetzt haben wir das Goldens-Steel-Botage. Und das Bootens-Steel-Arnold Schwarzenegger ist embossiert. Oh, ja. Und das Emblem der Polizei von der DEA-Polize ist ebenfalls. Ebenfalls... Ebenfalls? Awesome. It's awesome. Have you seen? Do you see? Sag mal, here you see. Here you see. Weil du sagst so. Ja, ich... Ich weiß, mein English is very bad. Ja. Deswegen macht es ja auch du. Mach es ja auch du. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es ist wirklich einfach nicht möglich. Ich versuch es trotzdem. Wir würden es ja auch lieber. Er könnte es machen. Jetzt haben wir es ja schon so, dass wir es gemeinsam machen. Aber selbst da ist eine Katastrophe. Nee, aber da fühle ich mich schon um einiges wohler. Als wenn ich ganz alleine vor der Kamera sitze. Und wie fühle ich mich da? Wie hat die letzte Decke der... Weil es haben auch einige kritisiert, dass ich... Das mehr machen wie ein Nachrichtensprayerinnen und nicht so locker. Aber ich möchte es jetzt hier nochmal erwähnen. Ich bin halt auch keine Kopie von FUX82. Ich habe auch nie vorgehabt, meinen eigenen YouTube-Kanal zu machen. Sondern ich mache es nur, weil es die Fans gewünscht haben, dass es englische Unboxings gibt. Ja, doch. Gewünscht? Na ja. Es war... Oder der Andi hat es gewünscht. Es war schon... Eine Idee, dass es englische Unboxings gibt. Und du konntest es nicht. Da hast du mich ja gebeten. Du bist schuld, schau. Ich bin schuld. Und deswegen, dass ich es halt vielleicht ein wenig steif mache, tut mir leid. Aber das ist nicht so einfach. In einer anderen Sprache vor der Kamera zu stehen. Auch wenn ich es vielleicht die Wörter kann, das dann auch noch locker rüber zu bringen, ist nochmal was ganz anderes. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, mein Schatz. Auch wenn du nur wenig sagst und vielleicht viel Lacher sagst, das ist ja das Wichtigste, dass es ein wenig lockerer wird. Und dann bin ich sehr froh, dass du mit vor der Kamera bist. Und am 13.09 war es. Und nochmal für mich dann zu weit, da habe ich der Andi gefragt vom Megastore Palast. Stefan, hast du mit Lust nach Prag zu fahren, um da eine Filmedition abzuholen, nämlich Terminator 3 war das? Und ist euch, lieber Andi, klar? Und weißt du was? Dann machen wir noch so eine kleine On-Tour mit Megastore Palast nach Prag zur Filmarina. Und hier ein kleiner Ausschnitt davon. Hallo, liebe Filmfreunde. Hier ist euer Freund von 80. Und ihr seht schon, es ist dunkel. Wir haben jetzt 5.30 Uhr. Und ich fahre jetzt nach Wernstein-Kölnitz und treffe dort die lieben Andi vom Megastore Palast. Und dann fahren wir gemeinsam nach Prag zur Filmarina. Ja! Wir sind jetzt auf dem Weg nach Prag. Und hier neben mir, ratet mal, wer da sitzt. Der Andi! Hallo! Bloß, der muss ja aufs Auto fahren können. Das ist drin in diesem Extrem neblig, wie ihr hier seht. Der Fock neblig ist grau. In Köln-Domen Prag? Hä? In 400 Metern links abbiegen und dann haben sie ihr Ziel erreicht. Es befindet sich auf der rechten Seite. Wo? Und dann lädt. Und hier sind sie. Und hier sind sie. Gass'n die geile? Sehr geil. Ach, das ist sogar schon meine. Cool. Saugeil. Wir haben sie, Andi. Wir haben sie. Aus der Tschechei, aus Prag abgeholt haben. Wir sind jetzt wieder in Deutschland und ihr seht schon, das werdet ihr alles bald bekommen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Das nicht. Aber wie ihr seht, eigentlich völlig verrückt, drei Stunden einfache Fahrt von Prag hin und her. Aber die beiden Männer haben sich amüsiert. Ja. Wir haben es sehr viel Spaß gehabt. Hat auch in dem Video gesehen. Also du wirst schon bei sagen. War auf jeden Fall lustig. Echt cool. Und natürlich, ich war schon wieder einmal mit dabei. Jetzt kommen wir zu einem späteren Verlauf nochmal in diesem Video. Und natürlich auch die ganzen Filmariner sind richtig cool. Aber Filmariner selbst, muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist halt der Laden. Der ist glaube ich knapp so groß wie das Zimmer hier. Also schon sehr schwach. Aber trotzdem war es cool, das möchte sein. Und die Fahrt war auf jeden Fall sehr amüsant mit dem Andi. Ja, und dann kam das nächste Follow Me Around am 19.09. von der nächsten DVD-Börse in Nürnberg. Und da war es richtig cool. Und viel Spaß mit diesem Video. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer VW80. Und jetzt geht es nach Nürnberg. Zur DVD-Börse. Zur Meistersingerhalle. Und mal gucken, ob es da auch so gut klappt wie beim letzten Mal, dass ich auch filmen durfte. Aber ich denke mal, da habe ich ein bisschen gute Schranken wieder. Vor der Meistersingerhalle. Ihr seht schon hinter mir. Die Halle. Kleiner Saal ist es nämlich. Und da gehen wir jetzt rein zur DVD-Börse. Und ich bin schon sehr gespannt, was es alles gibt. Und viel Spaß. Ja, wir sind hier beim ersten Stand. Also zumindest beim Stand vom Maxi D2712. Oh, du willst dir fünf sein, oder? Ausnahmsweise. Ja, und er macht hier nämlich eine Tombola. Und so schaut es hier überall ganz aus. Ja, also hier sieht man wirklich für mich persönlich den geilsten Stand von allen. Es tut mir auch leid an andere Händler. Aber was die hier haben. Denn, ihr seht schon. Es sind alles Full-Slips. Von U-Fans. Und also wirklich hammergeile Teile. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe hier so viel eingekauft. Es ist einfach nur gigantisch, was die hier haben. Und jetzt geht er drüben noch weiter. Die laufen wir auch rum. Nichts nur so eine normale Steambox zu sehen. Die man überkaufen kann. Aber auch hier auch richtig geile Sachen dabei. Nein, überhaupt nicht. Ich krieg's einfach nur runter. Komplett. Und jetzt sind wir dann mal wieder beim Mario. Wo ich letztes Mal beim Uwe gesagt habe. Aber es ist der Mario. Genau, nicht du Uwe. Von Kols kleinen Horrorladen. Und von der MTM. Und ein richtig cooler Stand hast du wieder da. Dankeschön. Ich kann dir mal kurz zeigen, was wir uns anbieten. Ich mach mal. Jo. Und da gibt es noch jemanden, den wir alle kennen. Der versteckt sich hier unten. Der Arpa hat mich netterweise mal mit. Eigentlich ist er gar nicht. Oder Whisker Whiskers. Ist auch mal mit dabei. Erkannt. Ungehört. Und dann dachte ich mir, mach doch mal ein Interview mit ihm noch ein bisschen. Und sag mal, was hast du alles gekauft? Also ein paar Sachen sind so in meinem Beutel. Aber das sind hauptsächlich Pixar-Steelbooks von Tabi. Oder Kleinigkeiten von John Rambo aus Japan. Und dann noch hier Jake Reacher. Ja, diese DVD-Börse war auch richtig cool wieder. Aber ich sag euch gleich, es wird kein weiteres Follow-me-around von einer DVD-Börse geben. Denn, wie ihr schon bemerkt habt. Es ist jedes Mal dasselbe. Bis auf ein paar andere Händler sind da. Aber ansonsten ist eigentlich alles dasselbe. Und nochmal Follow-me-around. Das ist nicht so interessant. Wer ich nicht mehr machen weiß. Es ist schon interessant, aber halt eben dasselbe. Ja, meine ich ja. Ja, aber nichtsdestotrotz an dem selben Tag waren wir dann auch noch. Der Matthias und ich zumindest auf der Star Wars Convention. Und zwar bei der Norris Force Con in Nürnberg. Für einem Schnupperticket für 3 Euro. Und es hat sich einfach nur gelohnt. Schaut einfach mal rein. Echt cool und viel Spaß. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer VW80. Und wir sind immer noch auf der DVD-Börse. Aber wir gehen auch heute noch woanders hin. Und zwar zur Star Wars Convention. In Nürnberg auch. Ich habe nie was davon gehört. Aber da käme mal, bei dem ich ja das Overview-Video gedreht hatte. Und meinte, ja da gibt es eine Convention in Nürnberg. Da dachte ich mir, ah Star Wars hier. Da müssen wir einfach hin. Ist klar. Und wir gucken uns das einfach mal an. Wir kaufen uns nur so ein Tagesticket. Kostet so ein Schnupperticket herum. Mit vielen schönen Sammlerstücken. Was wir hier auch sind. Den Lego Superstern zu stürmen. Und hier noch viele, viele Actionfiguren. Richtig geil. Ohne Brissance. Ohne Branche. Sehr gerne. Richtig Cotton, τώρα wine screens. Ja T 해�해야cen. Richtig 나� Dialog. Dead on the ballot in Nürnberg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Hammer. Vielen Dank. Ah, Moment mal. Was ist denn das? Ja, genau. Das wollte ich ja schon ewig mit euch mal machen. Aber ich habe sie das mal nicht geschafft, das hinzukriegen. Aber jetzt habe ich es geschafft. Und zwar das große Filmquiz vom Filmquiz von euch, das Filmquiz zu machen. Und wie soll ich das mal aussehen. Und wie soll es denn das mal aussehen? Ja, könnt ihr euch zufälligerweise noch an den Sand Skulpturenquiz erinnern? Wo ich das mal aussehen, wo ich das mal aussehen, wo ich euch diese 30 Skulpturen gezeigt habe, wo ich euch diese 30 Skulpturen gezeigt habe, aus allen Genres, die es gibt, Krieg, Horror, Drama, alles ein bisschen dabei. Und ihr müsst diese 25 Skulpturenquiz. Und ihr müsst diese 25 Skulpturenquiz erraten. Welche Filme das denn sind? Ihr müsst da wirklich ein wenig mitdenken. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Filmfigurenquiz. Und viel Spaß. Bis dann. Jetzt geht's. Lohu. Ich habe es noch rausgedrückt, um euch das näher anzugucken. Denn wenn man genau hinguckt, dann erkennen wir bei meinen meisten Filmen schon, was es denn sein könnte. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Spaß beim Erraten der Filme. Also ihr habt jetzt einen kleinen Ausschnitt gesehen. Und ich muss euch noch erzählen, ich weiß nicht, ob er es damals schon erwähnt hat, aber ich war die Testperson. Also mir hat er dieses Filmquiz vorgespielt. Und ich muss euch sagen, ich habe total versagt. Ich war so schlecht. Der hat mich so ausgelacht. Was ist total falsch? Und ich habe mich so gefreut, wenn ich eins gewusst habe. Wie viele habe ich gewusst? Ich glaube von den 30, 25, weiß ich gar nicht. Ich glaube vier oder fünf habe ich gewusst, ja. Ja, aber es war auch, bei vielen war es auch wirklich, also haben auch geschrieben, es war auch schwer. Aber es soll ja ein bisschen, es soll ja auch ein bisschen anspornend sein. Aber ein bisschen, wie nennt es denn? Na ja, wenn es zu einfach wäre, wäre es ja langweilig. Genau. Und ich habe, jetzt habe ich eine neue Idee für das nächste Filmquiz. Oder zumindest Quiz. Es wird auf jeden Fall eins kommen, hundertprozentig definitiv. In diesem Jahr werden es wahrscheinlich wieder zwei Stück werden. Aber es ist noch alles in den Kinderschulen, aber es läuft, Leute. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Ja, und was kam dann? Was kam dann? Am zweiten Zehn war es soweit. Wahnsinn. Also wirklich, ich war, wir waren hellauf begeistert. Ja, 500 Abonnenten mehr. Ja, genau. Das hast du überlegt. 1000 Abonnenten, Special kam dann und ich war einfach hin und weg. Und dann gab es ja auch, da waren wir an derselben Stelle eigentlich gesessen, wie jetzt gerade eben. Also ich glaube wirklich. Ja, ja. Ja, und auch genauso. Nicht anders. Ja, voll cool. Und da haben wir auch ein kleines Review gemacht über uns, also über den Kanal, wie es alles entstanden ist. Was alles am Anfang für Probleme waren. Und das war echt ein geiles Video, finde ich. Und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht mit dir. War locker, spontan. Und dann gab es ja auch richtig coole Gewinne. Und schaut es euch einfach an. Geil. Hallo liebe Filmfreunde. Tausend Abonnenten. Tausend Abonnenten. Ihr seid die Besten. Ja. Schatz, ich bin so ganz aufgeregt. Der Fuchs ist fix und fertig. Wahnsinn. Ohne Scheiß ist es einfach nur geil, oder? Ja. Tausend Abonnenten. Wobei die Ehre hauptsächlich ihm gebeten wird. Nein, nein, nein. Bei dir schon auch, Schatz. Du bist auch immer mehr dabei. Und du bist immer bei mir mehr dabei. Hier drin. Boah. Schleim. Ich bin kein Schleimer. Nein, es ist wirklich so. Weiß ich mich, ohne sie klappt das nämlich meistens. auch nicht. Ja, und wenn ich dabei bin, macht ihr die lustigeren Videos. Ja, das stimmt. Das ist so eine kleine Geschichte erzählen von der Entstehung von Fuchs 82. Eine Reise zu dem Beginn der Unboxings. Unboxing. Ihr werdet gleich sehen, was ich gesagt habe. Ja, das ist wahr. Also, du hast vollkommen recht, mein lieber Schatz. Unboxing. Das war so unser Start eigentlich in dieser YouTube-Geschichte. Denn, weißt du, wann das erste Video rauskam von uns? Am 14.08.2014. Aber ein wenig wieder. So ist alles zu sehen. Ja, das wäre es erstmal von meinem Unboxing. Unboxing wie von meinem Allersten. Man kann. Auf jeden Fall, das war echt eine super Sache von dir. Und seitdem wir es eigentlich mit großer Bestand haben, meine ganzen Videos. Und das Schlimme war, am Anfang musste sie immer die Videos drehen. Immer. Immer. Schatz, wir müssen ein Video drehen. Komm, wir müssen ein Video drehen. Aber die Emma muss noch ins Bett. Ja, wir machen es nach dem Video, nach der Emma, wenn sie schläft. Wir müssen diese Video... Du musst die Kamera führen. Also meine persönliche Freizeit ist eh schon klein gewesen. Ja. Ich hatte das Kind. Und dann war es so... Ja. Aber dann haben wir uns irgendwie... Okay, also... Aber ich habe ihm ja gern gelaufen. So ist es ja nicht. Mach das, ich bin noch sehr gern. Und ich habe auch keine schlechte Kameraführung gehabt. Ich bin vorerst 82. Ich bin noch mehr als die Vorenge wieder zuzuziehen und zu sagen, macht's gut, bis die Tage und ciao. Hallo. Hallo. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie er sich über diese... Neuer Stoff. Neuer Stoff, wenn wir kommen, dann mache ich eigentlich schon gleich am selben Tag halt eben die Unboxing-Videos. Und dann eben hier die Vorstellungs-Videos machen wir eigentlich schon mehrere hintereinander weg. Und natürlich irgendwie nach und nach mal hochladen. Also wenn eben keine Box mehr neu kommt, dann komme ich dann so auch wieder hochladen. Aber eigentlich für jeden Tag kommt was Neues dazu. Hm. Das ist krass, ja. Und dann haben wir auch so, wie du siehst, so von vier bis drei Stunden, also drei bis vier Stunden auch. Also mehrere, die zueinander dann weg. Und dann kann's schon etwas lang werden. Und ja, Outtakes hat jeder YouTuber, kann ich dir nur was sagen. Also Outtakes haben wir auch viele. Ja, habe ich schon gesehen. Und es gibt immer mehr Outtakes noch dazu. Also es gibt auf jeden Fall noch mehr. Keine Sorge. Outtake 5 ist eigentlich so gut wie schon fast fertig. Ja, wir schneiden die Käfer noch ein bisschen was rein. Nein, Quatsch. Wir schneiden es direkt ins Video. Nein, das ist mein. Hallo meine Freunde. Kannst du noch kurz was sagen? Ja. Das ist so direkt am Weg mal neu. Keine doch den, kein Ding. Ich sag ganz lässig, dass du halt lässig, irgendwie lässig früh bekommst. So, ist besser. Ja. Ansonsten, was würde ich sagen, also wie gesagt, man ist hier... Da ich ja schon letztens angekündigt habe, soll es ja diesmal was Besonderes geben als Gewinne. Und ich habe mich auch mit dem lieben Andi von Megastore Palast zusammengeschlossen und sag ich, Andi, was hältst du davon? Was kann man Ihnen denn, was kann man als besondere Edition anbieten? Was ist denn richtig geil? Und dann redet man was auf. Ich organisiere was. Und zwar? Der erste, der zweite Preis ist nämlich die Ghostbusters Hero Edition. Schaut euch dieses schöne Teil an. Mit dem Ghostbusters D-Book. Oh, bedrängt sich einer. Kannst runterstellen. Oh, warte mal. Mit dem Ghostbusters D-Book 1 und 2. Und natürlich auch dann noch mit dieser tollen Figur von Slimer. Den muss man fast am Po festhalten, der ist so... Nein, nicht am Po festhalten. Arschelastig. Der ist so arschelastig. Schaut mal von der Seite das Teil an. Ja, guck mal. Sexy Po. Ja, auf jeden Fall auf dem Sau schwer noch. Und die wird ihr auch bald euer eigenen dürfen, der wohl Glück hat. Und wenn es euch interessiert, es gibt natürlich auch zu beiden Editionen Unboxing-Videos. Also wenn ihr genau wissen wollt, was da drin ist, schaut es euch einfach an. Ja, tausend Abonnenten. Sau geil, nicht? Und ich fand es wieder einfach richtig lustig und saukool mit dir. Weil es war einfach spontan und einfach, ja. Da waren wir das erste Mal hier so gesessen. Genau, genau hier haben wir uns gesessen. Ja. Ja, aber da gab es auch zwei richtig coole Gewinne, die uns vom Megasaw Plaster auch gesponsert worden sind. Die Ghostbusters Hero Pack und auch die Underworld Hero Pack. Richtig coole Sache. Nochmal vielen Dank lieber Andi für das Sponsoring. Ja. Und ja. Und dann kam ein weiteres Overview-Video von mir noch. Und zwar das Overview-Video am 3.10. An der Tag der Deutschen Einheit. Und zwar von meinen Media Books. Da waren es auch ungefähr noch 150. Jetzt sind wir bei 200 Media Books schon wieder angelangt. Also auch beim Media Book geht immer stehe nach oben. Also da gibt es auch eigentlich kein Ende wie bei den Steel Books. Ist nur mal so. Aber hier ein kleiner Einblick von diesem Overview-Video von dem Media Book. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist der F-80 mit einem weiteren Video. Ja. Und ich habe ja schon beim Overview-Video von meinen Steel Books angekündigt, dass es wohl auch ein Media Book Overview-Video von mir gibt. Und das heißt, dass jetzt ich stelle ich meine kompletten Media Books vor. Juhu. So, wir gehen jetzt mal in das Zimmer rein. Und gucken uns noch die Media Books an. Als Overview. Und ihr seht schon, hier stehen extra Media Books. Und das sind jetzt die kleineren Versionen, wo es gibt. Und hier unten die komplette Reihe sind die Media Books, die die ganz normalen Media Books-Standardgrößen haben. Dann habe ich noch Macabre. Das Texas Chainsaw Massacre als asiatisch ausgestrahlt. Trotzdem ein richtig cooler Film. Gefällt mir richtig gut. Midnight Meat Train. Auch ein sehr schöner, kranker Film. Auch jeden Mal zu empfehlen, der auch solche Horrorfilme mag. Dann My Bloody Valentine 3D in Cover A. Limitiert auf 555 Stück. Keine weitere Angraber mehr. Und dann haben wir hier das Cover A von Birnenblatt. Ebenfalls Texas Chainsaw Massacre. Absolut geiles Teil. Und das ist limitiert auf 666 Stück. Und ich habe Nummer 157. Und hier noch Cover B. Auch ein sehr geiles Media Book, obwohl mir Cover A wesentlich besser gefällt. Das ist aber nur auf 333 Stück limitiert. Und hier habe ich Nummer 32. Und dann noch ein weiterer Text. Devil Rejects, ein Rob Zombie Film. Cover C. Auch ein richtig grandioser Streifen. Umbringend mal angucken, der ihn noch nicht kennt. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir hier diese Punisher. Cover B. In einem schönen Media Book. Auch nämlich auf 333 Stück. Sehr schönes Teil. Und dann sind wir schon bei den Lipps. Habe ich zwar auch einige jetzt noch dazu gekommen. Aber das ging ja nicht so extrem lang wie jetzt die Books und die ganzen anderen Overviews. Aber war trotzdem cool. Also wollten auch, als viele von mir noch haben wollen, dass ihr noch so ein Overview-Video macht von den Media Books. Haben wir noch bekommen. Ob es natürlich dieses Jahr, 2016, auch nochmal ein Overview-Video von meiner ganzen Sammlung gibt, weiß ich jetzt echt noch nicht. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen, ob das sich lohnt. Weil es hat sich nicht unbedingt extrem viel verändert hier. Aber wenn ihr das gerne möchtet, dann sagt's. Schreibt's in die Kommentare rein. Ich bin dabei. Ist klar. Wir können ja mit uns reden. Oder mit ihm. Ja. Und dann wurde ich doch gebeten von meinen lieben Abonnenten, den Felix Becker, ob ich denn nicht Lust hätte, einmal ein Let's Play zu machen. Von Assassin's Creed Syndicate. Und dann dachte ich mir, okay, warum nicht? Klar, mach ich nochmal. Probier's nochmal aus. Also Kamera an Fernseh noch gestellt und meine Spiegelreflexkamera an mich hingerichtet und dann gefilmt. Natürlich das Ergebnis, ein Flackerbild. Alles, das ist der besten, aus der ersten Sorte. Also richtig geiles Bild, der Wahnsinn. Kamen einige Beschwerden. Aber guckt euch das nochmal selber an. Ich will auch extra dieses alte Video nehmen, weil es einfach, das kommt da jetzt mit rein. Okay. Und nicht das neue, schöne rein. Nein, nein, ihr sollt auch ein wenig gequält werden in dem Video. Alles klar. Auf jeden Fall viel Spaß. Hallo liebe Filmfans und natürlich auch Spielefans. Heute mal in einer komplett anderen Perspektive. Richtig? Denn, ich habe mir was überlegt. Ich habe ein paar neue Projekte am Start, die ich mal ausprobieren möchte. Und gucken, wie die ankommen. Und das erste Projekt lautet Let's Play. Eigentlich bin ich kein so großer Freund von Let's Play. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich wollte es nochmal ausprobieren. Ihr werdet schon sehen, es ist nicht so dieser Effekt, wie dieses normale Let's Play. Denn ich bin hier wirklich amateurhaft. Ich habe hier die Kamera auf die Spielsachen von der Emmert aufgestellt, die eine Kamera. Und die spiegelige Flexkamera nimmt eben auf. Nimmt den Fernseher auf. Dauert das doch lange oder geht es hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab. Und repariert die Maschine. Und bringt der Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Und zwar Z, Z. So, jetzt geht es los. Wir gucken uns das mal um. Also ich habe die Mission schon gespielt. Und ich kann mir das jetzt echt bestätigen, bis jetzt gefällt mir Assassin's Creed Syndicate tausendmal besser als Unity. Denn die Grafik ist erstmal viel cooler. Und natürlich auch, es spielt London. Es ist absolut geil. Muss ich echt ganz ehrlich zugeben. Und macht auch echt saufels Spaß mit dem Wurfseil. Also mit dem Seil. Das kommt alles erst noch. Aber es ist echt eigentlich ein cooles Spiel. Und vielleicht bin ich ein großer Assassin's Creed-Fan. Aber gut. Damit ist die erste Mission. Es wird die erste Sequenz beendet mit Sand im Getriebe. Und wir kehren jetzt zurück in das Fortschrittsmenü. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen von Assassin's Creed Syndicate. Und mal gucken, wie die Episode 2 wird von mir. Ja, also ihr seht schon, diese schöne Flacker-Bild. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, natürlich habe ich es noch neu gemacht. Eben für euch. Damit ihr kein Augenkrebs bekommt. Dafür haben wir einen lieben ADK 360. Ich fand mein Kumpel von mir. Ob er mir dann mal sein Game Capture ausleihen könnte, um es mal zu machen. Hat auch wunderbar funktioniert. Klappt auch einwandfrei. Gute, bittvolle, alles drum und dran. Aber die Resonanz zu den Let's Plays ist einfach nicht so, wie ich gewollt habe. Ja, ich mache es auch ein wenig speziell vielleicht. Kann auch sein. Aber ich denke mal, dass es dieses Jahr mit Let's Play Nummer 11, glaube ich, wahrscheinlich Schluss sein wird. Denn es lohnt sich einfach nicht wirklich, mir das zu machen. Auf einmal ist es auch extrem zeitaufwendig. Und ihr wisst ja, meine Family braucht auch noch ein bisschen Zeit mit mir. Und vor allem, das habe ich gar nicht gewusst, aber es gibt ja unheimlich viele Let's Plays. Ja. Also es ist ja nicht so, dass es deswegen so gefragt wird, dass es er macht, sondern es gibt ganz viele, die das machen. Aber deswegen ist er lieber bei uns. Ende. Gelände. Ja, und am 5.11. kam auch noch eine neue Rubrik bei mir raus. Und zwar meine Film Collection Nummer 1. Nummer 1 und Nummer 2. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, will ich jetzt ja alle 2 bis 3 Wochen oder 4 Wochen, mal gucken, wie ich noch Zeit habe, auch, eben mal immer eine Filmreihe, oder zumindest einen Film, in der ich in tausendfache Ausgabe habe, also Steelbooks, Kollektion, alles drum und dran, mal komplett geballt auf den Tisch stellen. Und euch da dann mal zeigen, was ihr alles habt. Das erste war natürlich Alien, weil ich fange mit A an. Und hier das, meine Film Collection Nummer 1, das Alien. Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer V1880 mit einem neuen Video für euer neues Projektvideo. Und das habt ihr schon ein wenig im Intro gesehen, was es alles hier gibt. Und zwar, es geht um Alien. Alien? Ja, ich habe jetzt vor, ihr wisst ja, V1880 hat einen Schlag in seinem Kopf da oben. Denn der hat ja von vielen Filmen oder Filmreihen mehrere Versionen. Ja, und ich, ich, der V1880, möchte euch nun mal meine Sammlung, also meine Collection sozusagen von den Filmreihen erst mal vorstellen. Ich weiß, ihr habt es bestimmt schon öfters mal gesehen, in Overview-Video und überall. Aber jetzt noch mal so Special-Videos, die ich einmal oder zweimal im Monat rausbringen werde, für euch mit den jeweiligen Genres. Also, ihr wisst, heute ist zum Beispiel Alien dran, die Head-Edition, die auf 5000 Stück limitiert ist. Ich mache mal kurz ein bisschen Platz, ihr habt jetzt schon die Alien Steelbook schon gesehen. Das ist aber noch die DVD-Version. Also, es gibt ja keine Blu-ray-Version von diesem schönen Kopf, leider. Aber nichtsdestotrotz sehr geil. Und da hat es nämlich dann diese Quadrology mehr dabei. Und man kann nämlich hier den Kopf öffnen oben. Und dann kann man jetzt eben hier oben dann die Disks reinsetzen. Und das ist schon mal richtig cool. Davon gibt es auch, das sind auch eins von allen ersten Vorstellungsvideos, glaube ich. Also, das ist, glaube ich, noch nicht nur eine HD-Version. Aber davon gibt es auch ein Unboxing-Video, könnt ihr euch gerne mal angucken. Da sehen wir hier immer noch das Digi-Pack dazu. Das ist richtig cool. Das ist auch geprägt hier vorne. Und hier, wenn man halt rumdreht, sieht man halt eben dann diese Maserung von dem Ei. Und hier oben ist dann die Beleuchtung drin, was man im Video erkennt. Und hinten drin dann kann man hier aufmachen. Und da steckt dann die Alien-Anthologie drin. Darauf ist komplett erhaben. Ihr seht, also ein richtig cooles Teil. Davon gibt es auch ein komplett Unboxing-Video von diesem Teil. Oder Vorstellungsvier, sagen wir mal so. Dann kann man es eben aufklappen. Und hier befinden sich dann... Ja, also es ist wirklich Alien-Anthologie, nicht so extrem viel. Aber was als nächstes, komme ich aber zu Weihnachten extra für einen Abonnentenwunsch. The Walking Dead gemacht. Obwohl es ja nicht nach der Reihenfolge ist von dem Alphabet. Überhaupt nicht. Aber er wollte ja gerne The Walking Dead noch mal eine komplette Sammlung sehen. Also habe ich es gemacht. Aber bis natürlich Thee drankommt, kann natürlich sein, dass nämlich hier von The Walking Dead die ganz anderen, die auch schon draußen sind. Also von daher gibt es wahrscheinlich noch ein Update-Video von dem Teil noch. Aber es nächstes wird wahrscheinlich Batman werden. Und da wird der Tisch, glaube ich, wirklich eng. Wir haben ja einen ganz kleinen Wohnzimmertisch. Für mich ist es der Wohnzimmertisch. Nein, das ist der Esszimmertisch. Das ist ein Raum. Und jetzt am 8.11. war es soweit. Auch der Felix Becker hat mich dann was gefragt. Er hat mich gefragt, ja, Stefan, was kann ich denn gegen Übelkeit machen? Soll ich, pass auf, nimmst du ein paar MCP-Zäpfchen, nicht lutschen, seinen Arsch reinstecken. Das hast du nicht gesagt. Klar. Weil sonst schmeckt dir irgendwas scheiße im Mund, weil das ist ja alles nicht so klebrig. Und hat er gemeint, ja, es wäre cool, wenn wir mal gemeinsam noch trinken würden. Soll ich, pass auf. Ich habe Urlaub, kommst vorbei. So ganz spontan. Wirklich jetzt? Klar, kommst vorbei. Fährst mit dem Zug her, wie auch immer. Kannst du mit uns übernachten? Machen wir einfach mal. So ist scheiße. Und innerhalb von zwei Tagen war dieses Date dann gestanden mit uns dreien und uns vier. Und er kam dann. Und ja, er war dann zwei Tage bei uns. War auf jeden Fall sehr lustig. Und das haben wir jetzt einfach mal Forest Herberge genannt. Dieses Video zumindest. Halt, stopp. Nämlich ein Abonnenter hat gemeint, nennst du einfach Forest Herberge. Und solch geile Idee, Udi. Das machen wir jetzt so. Und jetzt hier eben Forest Herberge Nummer 1. Und viel Spaß mit dem lieben Felix. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euch Fäusten 80. Mit einem Special Video für euch. Und ja, wie soll ich sagen. Es kommt jetzt ganz spontan ein lieber Abonnent von mir vorbei. Zu uns nach Hause. Das haben wir Montag ausgemacht. Und heute ist jetzt Donnerstag. Und jetzt bleibt er für zwei Tage. Baut es wieder Felix Becker. Und ich fahre jetzt gleich mal los zu unserem Partner. Hi, Carlos. Der Felix. Schön hier zu sein. Ja, hier ist er. Hallo. Und Felix, wie war die Fahrt hierher? Lang, aber gemütlich. Du kam jetzt aus Karlsruhe. Und du bist jetzt extra wie mir jetzt nach Karlsruhe gefahren. Genau, ich wollte dich mal kennenlernen. Jetzt ist er vorher voll am Abdrehen. Denn ich liebe Laub wie die Sau. Und badet im Laubmeer in Bayreuth. Jetzt hängt es in meiner Hand. Jetzt hängt es in meiner Hand. Ja, du kommst noch mal. Nein. Laubüberfall. Durchgeknallt, aber sympathisch. Durchaus. Und jetzt hier sind wir jetzt die Skulpturen. Man beachtet die schönen Formen. Ja, die schönen Formen hier. Hier, also, ne, hier gucken. Hier, machen wir mal, bitte. Die schönen Formen hier. Hier, ah, geil. Wir sitzen endlich mal hier. Ja, auf dem Mount Everest. Auf dem Mount Everest. Ja, und jetzt habt ihr die Stadtrundfahrt. Zumindest die Stadtführung, die ich von mir jetzt nicht miterlebt. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ist er eigentlich bei mir? Und warum drehe ich ein Video über ihn? Oder? Ja. Ja. Und eigentlich ist es ganz einfach zu erklären. Denn es ist etwas Besonderes für mich, dass ein Abonnent mich wirklich besucht. Von Karlsruhe kommst du her. Ja, von weit her. Also, viereinhalb Stunden Fahrt bis zu mir. Und das ist echt was ganz Besonderes für mich. Das ist auch wirklich für mich. Es ehrt mich wirklich. Leute, im Mediamarkt gibt es was. Die Star Wars D-Books. Schaut sie euch an. Warte mal, wir fangen mit der ersten an. Ja, eins. Zwei. Äh, wo ist die drei? Die drei? Die vier? Die fünf? Und die sechs? Und in der drüge ich die auch gleich mit, ist klar. Und davon gibt es ein Unboxing-Video. Davon ist ja wirklich völlig logisch. Aber, ihr habt ja noch, es fehlt noch was bei euch, für euch. Und zwar das 1.100 Abonnenten-Special. Und da gibt es auch einen Preis wieder. Der hessische Junge trinkt jetzt mal ein fränkisches Bier. Und jetzt setzt er an. Zum Wohl. Moin, moin. Moin, moin, liebe Filmfreunde. Ja, wir haben nicht lange geschlafen heute, ne? Ja, es war kurze Nacht. Ja. Und leider fährt er fertig noch nach Hause. Ja. Nach Karlsruhe. Naja, eigentlich wollte ich noch einen Abstecher machen. Achso. Zu meinen Eltern nach Frankfurt. Haha. Ihr wisst, wo wir jetzt sind. Richtig in meinen heiligen Hallen. Und ich muss schon alles vorbereiten. Ich habe nämlich hier die ganzen kleinen LED-Wichtige aktivieren müssen. Und jetzt darf dann der liebe Felix hier mal eintreten. Und mal schauen, wer hier so drauf reagiert. Bin ja gespannt. Oh, 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 oh. Und ja, also hier ist dann mein heilig, mein Reich. Das Reich. Boah. Also dann ist geflasht. Wenn man hier reinkommt. Ha. Also noch geflashter als im Video. Das Video ist jetzt schon der Hammer. Aber in real. Zum anfassen praktisch. Äh, nein. Zum anfassen ist ja nichts. Praktisch. Ja, praktisch. Also du darfst anhauen soweit der Felix verlässt uns wieder. Zug kommt gleich. Der Zug kommt gleich. Nämlich von da. Und ja. Auf jeden Fall eine coole Zeit mit dir. Ohne Scheiß. Echt super. Und ich hoffe, du kommst wieder zu uns. Ja. Bestimmt. Wenn es ein bisschen grüner ist. Ja, auf jeden Fall. Frühling. Sommer. Ja. Aber Sommer ist ja zu warm bei uns. Ja. Und Festivalzeit. Also gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und jetzt gucken wir mal, ob der Zug kommt. Oh ja, danke. Oder kommt er schon. Also ihr seht, es war wirklich ein sehr amüsantes Wochenende. Ja. Und vor allem andere haben uns schon gefragt, wie? Ihr holt hier einfach einen zu euch. Meine Mutter. Ihr holt hier einfach einen zu euch nach Hause, den ihr eigentlich nur über Facebook kennt. Und wir so, ja. Wir haben uns da nicht so viel. Nein, wir haben uns eigentlich schon gedacht. Also ich habe ihn ja schon länger gekannt. Und der Problem ist ja auch, man lernt ja auch, wenn die Leute kennen, in denen man spricht. Und wenn wir sowas machen, dann möchten wir auch erst mit demjenigen auch telefonieren. Ja, telefonieren. Um ihn mal zu hören. Wie er so ist. Und auch sie allein hat die endgültige Entscheidung da drin, wer kommen darf und wer nicht. Das stimmt. Weil ich nassle jeden in mein Heim. Ja. Aber natürlich ging es dann gleich weiter mit dem voriges Herberge Nummer 2. Weil eigentlich ist es kein richtiges Herberge gewesen. Denn ich war mit dem Andi wieder in Prag und haben dann den Nakatomi Plaza von Störp langsam abgeholt. Und dann sage ich, Mensch, Andi, was hältst du davon? Kommst du mit zu uns nach Hause und dort packen wir einfach mal deine ganzen Nakatomi Plaza zu uns zu Hause ein. Machen dann ein kleines Hin in den Kulissen von Megastore Palast und packen ihn auch ganz dann gemeinsam ein und schaffen die dann gemeinsam zur Post. Zumindest habe ich dann gemacht. Und ja, schaut es euch an. Wir haben auch einen lustigen Anblick mit Andi unterwegs zu sein. Und viel Spaß. Guten Morgen, liebe Filmfreunde. Hier ist euer V1180. Und heute gibt es wieder ein neues, besonderes Video für euch. Denn, ihr seht schon, es ist jetzt 5.35 Uhr. Und ich fahre jetzt noch Wernberg-Köbnitz. Und wen treffen wir da? Ja, wir treffen den lieben Andi von Megastore Palast. Wir sind eigentlich schon fast da. Noch 60 Kilometer müssen wir fahren. Und hier ist jetzt auch der Hauptantagonist von unserem kleinen Video. Nämlich der Andi, der gerade hier Auto fährt. Hallo. Hallo. Und Andi, jetzt sag doch mal bitte, was holen wir jetzt eigentlich von der Filmarina ab? Ich habe nämlich keine Ahnung. Du hast mich irgendwie im Dunkeln sitzen lassen. Tja, du brauchst ja nicht immer alles wissen. Oh, doch. Ja, was holen wir dann heute ab? Müssen wir uns erst mal überlegen. Ja, genau. Heute gibt es den Stirb langsam. Nagatomi-Blaser-Edition holen wir heute ab. Und dann gibt es den Nagatomi-Blaser. Blaser! Blaser! Hehehe. Warte, mich zerreißt der Hunde. Und was gibt es hier für Werbung? Was gibt es? Guckt mal, hier gibt es schon mal Werbung für einen Dominus Rex. Und jetzt geht's zur Filmarina rein. Mensch, da. Und die letzten zwei Kartons schafft der Chef höchstpersönlich hier in seinen Warang rein. Alles Nagatomi-Blasen. Wahnsinn. Einer muss ja was tun. Ja, ich muss ja die Kamera halten. Ja, toll. Für was ich dich eingekauft habe, für nichts eigentlich. Leider gibt es da bloß Brot zu. Wir haben einen Kohldampf ohne Ende. So sehen wir auch aus. Und auslaufen die Pferde wieder rum. Ich glaube, wir holen uns so ein kleines Pferdchen, wenn wir uns jetzt holen. Und es dann essen. Ja, auf jeden Fall, ihr geht mal rein, oder? Bei dir drückt es, ne? Die Frage ist, wo du meinst. Bei mir drückt es überall. Vorne hinten, egal wo, er es drückt einfach. Wir essen nicht schon. Das erste ist schon mal leer, ne? Und, was essen wir? Das selbe wie beim letzten Mal, ne? Hehehe. Mit dem Felix. Wir sind eigentlich echt ein Pfälzerkern los, ne? Guck. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit, dir. Ich dir auch. Das ist auch meins, oder? So, es ist der nächste Morgen angebrochen. Und der Andi ist auch schon wieder da. Hallo, Emma. Willst du mal winken? Nein. Emma, hallo. Hallo. Ja, und ihr hört schon, ich bin wieder erkältet. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Ich bin wieder auf, was ich bin wieder auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch als drop form aber als spray also das hilft wirklich ungemein hier woche vor ich nicht die nase schnäuzen schlimme ist muss wenn es nach hinten rein läuft in rache rein ist immer extrem ekelhaft soll ich gleich echt extrem ekelhaft also wenn ich erst ein hus sei jetzt nehmen wir lieber den zink raus das ist auch meistens so zur vorwirkung das habe ich jetzt auch schon vorher gemacht aber trotzdem hat sie mir trotzdem noch erwischt ich wäre alt und gebrechlich wirklich wahr armer teddy und natürlich auch ganz wichtig mein fieber messen entweder über die achsel oder im arsch wie ihr es möchtet also ich mache nur die achsel ganz ehrlich man kann es auch im mund nehmen aber für die das unabhängig ja okay und dann haben wir einen zettel von meinem opa 93 jahre alt ist jetzt ist noch alt und ist noch fit und der trinkt immer ein fläschchen bier mit honig warm gemacht und dann wird das getrunken ich habe noch nie ausprobiert probiert einfach mal aus vielleicht ist euch auch was dabei also mein opa hilft es mir sehr gut honig und das bier dann erwärmen und dann ja das trinken also ich da kann ich leider wirklich dazu was sagen ja und natürlich was braucht ein mann noch und nein ich habe kein männerschnupfen nein habe ich nicht wirklich krank was hilft doch viel liebe von den liebsten wie zum beispiel frauen kinder hilft immer ungemein ja ich hoffe euch hat es wieder gefallen also hat sich wirklich sehr gefroren muss ich ganz ehrlich zugeben sonst sagt er immer boah die heizung ist viel zu hoch gedreht aber da hat er dann die heizung drauf gedreht ich durfte die fenster mehr aufmachen das war ja furchtbar ich wollte mich nicht umbringen eigentlich will mich meine frau jeden tag immer nachts umbringen denn in unserem schlafzimmer ist glaube ich 10 grad und 15 hat es mal gehabt 15 und sie machen das fenster noch mal weit auf sie dicke 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 heizdecke auf drei sie kocht innerwendig aber die luft die ich atme muss frisch sein dünne decke stimmt gar nicht dünne decke und ein hauch von woll decke drauf und ich könnt ihr mit zu mir auf die heizdecke gehen aber nein dann ist es ja wieder zu warm ja genau 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 aber dazwischen dicke immer nicht die ganze nacht ja auf jeden fall hier eben meine empfehlung von der kalten jahrs hat euch gefallen und dann kommen wir zu den letzten drei eigentlich jetzt los geht und ganz zum ganz spontan kam auch noch ein weiterer abonnent von mir und zwar christoph christian mensch du bringst mir ganz raus christian heißt der christian grasmück oder auch der new york gripper 87 und der kam auch so ganz spontan mal vorbei hat auch bei uns ein tag war bei uns übernachtet da hat er so riesenpackungssatzstängler mitgebracht die sind schon alle weg und wir waren hier echt ewig in diesem zimmer drin wahnsinn waren wir glaube ich drei stunden hier drin aber schaut euch selber an so liebe filmfreunde hier ist euer vor 80 mit dem dritten teil der vorries herbergen und wir bekommen einen neuen gast nämlich der new york gripper 87 das klingt schon mal gar nicht gut okay vor 80 kommen nach hause klingt auch sehr schlecht aber auch sehr schlecht ne hallo ist ja das ist der christian der new york ripper sind das dabei ne habe ich nicht dabei glück gehabt ich bin wie versprochen kein serie mehr Ah, für eine Zeit lang. Und so, ich habe schon Angst vor dem DM, ich habe schon Angst gehabt. Woher kommst du jetzt genau her? Ich komme aus der Nähe von Karlsruhe, aber auf der Pfälzischen Seite, wohne direkt an der Grenze. Okay. Weil gerne was haben wir zu finden. Ja, jetzt habe ich hier mein Zimmer alles präpariert, damit es gut ausschaut, mit Beleuchtung alles eingeschaltet. Hier so schaut es aus jetzt halt bei mir. Mit Beleuchtung, ihr kennt es ja alles schon. Und jetzt werden wir jetzt mal die Tür aufmachen und den lieben Christian herein bitten. Und viel Spaß. Christian? Wahnsinn. Homm mir den Jutsu. Also so ungefähr schaut es von mir aus. Ja, Wahnsinn. Und wie ist es denn erst ein Blick? Wahnsinn. So etwas habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Wie hat jetzt das Zimmer gefallen von mir? Also ich muss auch sagen, die 350 Kilometer hier haben sich voll und ganz gelohnt. Weil das ist wirklich doch mal was ganz anderes, das alles live zu sehen, wie nur in einem YouTube-Video. Okay. Also ich würde es jedes Mal wiederkommen. Und vielleicht ist etwas Interessantes für euch dabei. Aber morgen geht es definitiv zur DVD und Blu-ray-Börse. Yeah. Nach Nürnberg. Nach Nürnberg. Er meint gerade, ich spreche fast Hochdeutsch. Ist auch lustig. Ich bin Hochdeutsch. No, das geht nicht. Geht nicht weiter. Wie bist du euch auf die Idee gekommen, zu mir herzufahren? Also ich habe die Videos hier von dir gesehen. Und was mich unglaublich fasziniert hat, war wie die Overview-Videos immer die ganze Sammlung sind. Und das wollte ich unbedingt live sehen. Also da bin ich nicht drunter rum. Und eines Tages sollte ich dann meinen Ruf einfach sagen. Wie fandest du das mal dabei? Dass du jetzt hier ganz spontan mal zu irgendwelchen wildfremden Leuten fährst, die du eigentlich nicht persönlich kennst? Ich fand es eigentlich ganz entspannt, lässig. Okay. Cool. Also ja, fühle mich auch wohl hier. Okay. Sammelst du auch selbst Filme? Ja, ich sammle auch Filme, aber jetzt keine spezielle Edition. Also mir reicht da eigentlich die ganz normale Amoray. Ich habe so circa 425. Und? DVDs und Blu-rays gemischt. Ach, gemeinsam. In the Line of Fire. Die zweite Chance mit Clint Eastwood. Also den kenne ich jetzt persönlich. Den kenne ich dir persönlich. Ja, ich auch nicht. Schaust du, guckst du eigentlich auch wirklich alle Filme von deiner Sammlung aus? Oder kaufst du dann zum Beispiel jetzt so, wenn da ein Teil der Reihe haben willst, kaufst du das an und guckst du dann an einen? Oder guckst du wirklich alle Filme in deiner Sammlung? Also alle Filme, die ich in meiner Sammlung hinten stehen habe, habe ich angeguckt. Komplett. Und jetzt springe ich mal kurz auf und ich muss mir schnell was holen. Dann bin ich wieder. Ja, und alle Filme, die ich halt eben noch nicht gesehen habe, kommen in solche Taschen rein. Unser Pizza-Lieferant. Vielen Dank, lieber Christian, dass du uns die Pizza ausgegeben hast. Und er isst hier. Was hast du hier? Adischoppen mit Pilzen? Ohne Pilze. Und kein Fleisch? Nö. Bist du Vegetarier? Nein. Sehr gut. Sonst hätten wir die doch leider heim schicken müssen. Und du isst hier? Mit roten Zwiebeln, Crocansola und scharfer Salami. Und ich esse hier Capuchosa mit Paprika, mit den guten Zwiebeln, Feuer frei, Salami und Pilzchen. Ich mag das auch immer, wenn die Pilze das hier so weiß ist. Das ist so gut geschmeckt, oder? Oder? Hat die Pilze auch geschmeckt? Ja, die beste von Bayreuth, die ich bisher gegessen habe. Ja, die erste und die beste und schlacht der letzte. So wie er weiter, wenn er weiter macht, schmeiß ich ihn heute noch raus. Ja, und? Friedi. Oder? Hast du ihn schon gesehen? Nein, noch nie. Noch nie? Nur den originalen Mund mit Silvester Stallone. Und wie fandest du den? In Ordnung. In Ordnung. Ja, ich finde den coolen... Bin ich hier, oder? Ja. Kann ich abnehmen, oder? Ja. Er braucht jetzt ein neues Stück. Und noch mal weiter machen. Einen schönen guten Morgen. Und unsere kleinen Emma hier, die sind jetzt erst aufgestanden, haben schon 9 Uhr. Und die will uns jetzt mal den Simba zeigen. Uh. Die sind total ausgeschlafen. Geben wir mal den Kuss. Die Kamera küsst ihn. Die Kamera küsst ihn. Die Kamera küsst ihn. Jetzt den Kuss. Geben wir den Kuss. Ja, und hier die gleiche Katharina wieder total frisch und munter. Nach 6 Stunden Schlaf. Das war noch mal zu viel, oder? Und hier der Christian. Jetzt zugeschlafen. Geht so, also geht so. Geht so. So, wie denn auf der DVD-Pers und hier ist der liebe Christian. Und was kaufst du dir jetzt? Die Klasse von 1984. Sehr schön. Ein cooler Film. Auf jeden Fall ersehenswert. Dann bezahl doch mal. Und dann sehen wir uns wieder. Heute ist extrem viel los. Ah, ein Abonnent von dir. Ja. Vielen Dank. Ja, also ihr seht schon. Mit Neugrüber, was auch sehr amüsant. Es gab es auch Kritik bei diesem Video. Das Quiz war zu lang. Das stimmt. Aber auch die DVD-Börse war zu kurz. Das Problem war, ich habe da keine Genehmigung mehr holen lassen. Eben von dieser DVD-Börse, weil ich eigentlich nicht mehr bei DVD-Börsen filmen wollte. Und deswegen war es auch so kurz. Und das mit diesem Quiz von uns dreien, das war einfach so eine Spontan-Idee von uns dreien. Und es war einfach lustig. Und ja, ich weiß, das Video wird jetzt nicht so berauschen wie jetzt die anderen. Aber nicht so. Das war auch so ganz cool. Ja. Und ab 17.12. war es soweit. Ja, da war dann die Star Wars-Premiere hier in Bayreuth um 0.01 Uhr. Und da sind wir dann, der liebe Fabian und ich, kostümiert in die Premiere gegangen. Sau cool. Und davon gibt es auch ein Follow-me-Around. Und viel Spaß mit diesem Video. Hallo, liebe Star Wars-Fans und natürlich auch Filmfreunde. Hier ist euer V1180 und ich befinde mich jetzt noch in meinem heiligen Zimmer mit meinen ganzen Star Wars-Sachen. Und wir haben jetzt seit halb zehn, nee, halb elf haben wir jetzt. Und in knapp eineinhalb Stunden ist der Start für die Premiere von Star Wars hier in Bayreuth. Und wir werdet hingehen miteinander. Ihr braucht keine Angst haben. Ich werde nichts verraten von der Handlung. Von nichts. Ich möchte euch bloß meinen Eindruck dann danach sagen. Und ja. Wie gesagt, in ein halb Stunden geht es los. Und es ist eigentlich für mich wie Silvester heute. Denn ab morgen ist mein Geist viel anders da. Die Macht wird mit euch sein. Da fällt, da hält mir die Tür auf. Da. Das ist geil. Ich bin begeistert. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Das heißt, ich bin jetzt hier eins. Okay. Darf Vader steht an der Kinokasse an, will sich was zu essen holen. Darf Vader, was willst du denn? Vodka. Und jetzt ein Gekeuchel hinterher. Es ist jetzt kurz vor zwölf. Und jetzt geht es ins Kino. Und danach gibt es eine kleine Riffel noch. Viel Spaß beim Vögel. Star Wars. Ein bisschen aus dem Star Wars von draußen. Und der Kino Wendt, der ist leider schon gegangen. Wie ihr seht, diese beiden sahen wirklich richtig toll aus. Wahnsinn. Und das Kostüm. Also jetzt habe ich erst noch mehr Respekt vor den Kostümbildenden und Maskenbildenden vom Film. Weil was das schon für eine Arbeit war. Den einzelnen Menschen in dieses Kostüm. Und da noch mit Reiszwicken. Und da eine Reiszwicke. Und dann da festgebunden. Und da mit Klett. Und dann die Stiefel. Ja, das war für mich. Also dann mussten wir ja noch das Atemgerät anbringen an der richtigen Stelle. Ja, Entschuldigung. Und er hat dann keine Luft gekriegt unter der Maske. Also das war schon. Ja. Und das eine Stunde unter der Maske war echt übel im Kino. Aber es war trotzdem so lustig. War echt cool. Und es ist auch ins Fernsehen gekommen. In die Zeitung. Also das Problem war es war bloß nur viele Leute, wo geschminkt waren. Alle anderen waren halt einfach ganz normal. War etwas schade. Aber gut, wir sind hier in der Provinzstadt Bayreuth. Und wir sind auch Franken. Die sind alle so maulfaul. Und allgemein faul. Die wollen einfach nie so wirklich so was raus. Aber alles war am besten so möglich wie ruhig. Ja, nicht so viel machen. So normal wie möglich. Genau, so normal wie möglich. Aber wir sind nicht normal. Nein, 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 nein. Ja, aber es war cool. Und jetzt kommen wir zum letzten Video von dem Jahr 2015. Nämlich, ich habe mir noch gedacht, ich mache noch so ein kleines Special Video für euch. Und zwar das Best of und die Flops des Jahres 2015. Und viel Spaß dabei. Dabei. Hallo liebe Filmfreunde. Hier ist euer V1180 mit einem Video für euch. Und zwar das letzte Video in dem Jahre 2015. Denn heute ist der 30.12. Und morgen ist Silvester. Und dann beginnt ein neues Filmjahr. Nämlich 2016. Und ich möchte noch gerne mal 2015 noch mal Revue passieren lassen. Ohne noch einmal die besten Editionen des Jahres noch mal vorzustellen. Die ich mir im Laufe der letzten 12 Monate gekauft habe. Macht was er will. Aber nicht bei den Editionen. Sondern da gab es nämlich, was ich auch schon lange erwartet habe. Nämlich ein Meter Finstens in dieser schönen Wut-Edition. Was auf 1500 Stück limitiert ist. Denn das war nämlich Underworld, die Quadrology im Ultimate Hero Pack. Mit diesem schönen Steephook und der coole Lucana-Figur hier. Die ich von meinen lieben Mediamarkt-Mitarbeiter für 40 Euro bekommen habe. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Figur ist einfach bombastisch. Und wirklich vom Preis her wirklich Hammer. Hat Texas Chainsaw Massacre von Michael Bay veröffentlicht. In diesen schicken Mediabooks. Was wirklich sehr seltene Editionen sind. Nämlich einmal hier Cover A. Was auf 666 Stück limitiert ist. Und Cover B. Was auf 333 Stück limitiert ist. Der September, der war einfach ein Hammermonat für mich. Denn hier seht ihr, endlich, endlich habe ich sie bekommen. Denn das war wirklich ein langer Kampf. Nämlich die Future Shops D-Books von Fluch der Karibik. Und ich habe sie endlich in meiner Sammlung. Juhu. Und was soll ich jetzt so sagen. Einfach nur geil, geil, geil. Da war ja wirklich wieder die Hölle bei mir los. Wahnsinn. Da kam so viel Zeug raus. Ach Gott. Ich kann nicht sagen. Verrückte Welt. Das ist ja glaube ich der verrückteste Monat im ganzen Jahr glaube ich. Und wirklich Hammer, was da alles rauskam. Wirklich Hammer. Aber ich habe jetzt hier die zwei Sachen rausgezogen. Die mir wirklich am besten gefallen haben. Die wirklich hochwertig auch sind und schön sind. Monat angekommen im Dezember. Und da kamen auch einige Editionen raus, die mir richtig gut gefallen haben. Und wir haben hier zwei Stück stehen. Einmal die Klasse von 1984. Und einmal hier die Pixals Pac-Man Edition. Und da habe ich nämlich auf Platz Nummer 3 ist für mich die Klasse von 1984 in der Jahrbuchedition. Wie gesagt ist auf 666 stücklementiert. Das ist für mich Don't Do a Duckling in dieser schönen Liederholzbox. Wirklich war eine absolut geile, hochwertige Edition. Ebenfalls mit viel Liebe gemacht. Mit viel Hintergröße des Jahres 2015. Auch da gibt es ein Ranking von 3 bis 1. Und wir fangen einfach mal mit der Ranking Nummer 3 an. Platz Nummer 3 hat es leider der Jurassic World die Kollektion geschafft. Aber nur aus dem Grund, weil sie wirklich extrem unverschämt teuer ist in Deutschland. An sich sind die Figuren ja wirklich schon sehr schön gemacht. Aber hat eben der Preis ist einfach eine... Flop Nummer 2. Hm, war auch sehr schwierig für mich. Aber da muss ich auch zugeben, ist es auch ein Film, der mir zwar gefallen hat, aber auch die Edition auch wirklich teuer war. Und im Gegensatz jetzt zu anderen Editionen wirklich billig verarbeitet. Und es handelt sich hier um die Turtles, sind ja Turtles von Michael Bay mit dem Raphael. Ich habe das zwar am Anfang gesagt, dass der mir trotzdem ganz gut gefällt, aber ich muss ja trotzdem ein Ranking reinbringen. Und da ist definitiv jetzt hier die Nummer 2. Ja, ihr seht schon, diese 3, die Top 3, wo ich ja gewählt habe, sind für mich auch wirklich die geilsten Edition des Jahres 2015 gewesen. Flops, ja, hätten wir vielleicht ein paar austauschen können. Das stimmt, aber trotzdem, die Nummer, Flop Nummer 1, der Terminator Skull, ist definitiv nur Nummer 1 von allen Editionen gewesen. Aber gut, ja, ist nun mal so. Und kann man jetzt nichts machen. Mal gucken, was 2016 uns jetzt bringen wird an Editionen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf dieses Jahr. Vor allem im Mai soll ja wohl Star Wars kommen. Mal gucken, was da alles für geile Editionen rauskommen wird. Und ihr wisst ja, wer der alle bekommen wird. Wir sind gespannt. Ja, und damit sind wir am Ende von diesen kleinen Erinnerungen aus dem Jahr 2015. Kurz, lang, ne? Also es geht wirklich sehr lang, ich weiß, ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet. Aber jetzt hat, ich lege mal eine Zelle hier aus dem Kopf, aus der Hand. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch alle Fehler bzw. Veränderungen in diesem Video auch entdeckt. Wie viele es sind, sollen wir es verraten? Ja, können wir es verraten. Kleiner Tipp. Also gut, es sind elf Stück. Elf Fehler. Elf Veränderungen. Abweichungen. Abweichungen. Abweichungen sind hier versteckt. Manche etwas gemeiner ist. Gemeine, manche sind einfacher. Ja. Aber ich habe schon mal, es gibt auch ein Gewinnspiel davon. Und davon gibt es auch gleich drei Gewinne, weil das ist wirklich erstmal so ein langes Video. Und ich denke mir, das habt ihr auch wirklich verdient, wenn ihr das alles angeguckt habt. Ja. Erstmal, ihr seid soweit gekommen. Herzlichen Dank. Ohne gespulen, weil sonst kann man die Fehler nicht benauen. Und ich habe mir überlegt, ich habe noch ein paar Editionen, die ich gerne loshaben möchte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Zumindest, es sind coole Filme dabei. Und zwar einmal hier, der Film. Platz drei. Platz drei ist hier. Ach Gott. Annabelle in der schönen Amorway. Da ich das Steelbook habe, muss die Amorway leider weichen. Und für viele, die ja keine so Steelbook-Junkies sind wie ich, ist diese Steelbook-Amerway bestimmt sehr empfehlenswert. Ich finde den Film auch richtig cool. Hat mir wirklich Spaß gemacht anzugucken und auch wirklich sehr, sehr gruselig. Finde ich jetzt persönlich. Denn ich mag auch keine Puppen, wie ihr wisst. Ja, Platz Nummer zwei ist das Steelbook von Infini. So. Von Infini. Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der Film hat natürlich mir richtig gut gefallen. Aber so an sich war der Film jetzt für mich nicht unbedingt der Oberburner. Deswegen verlose ich den auch wieder. Vielleicht findest du ein oder anderen ein gutes Zuhause für ihn. Und ja, definitiv Platz Nummer zwei. Aber jetzt Platz Nummer eins. Platz Nummer eins ist wirklich jetzt keine Edition, wo ich jetzt von mir her gebe. Nein. Sondern es ist ein neuer Film. Ein ganz neuer Film, der jetzt erst vor kurzem rauskam. Deswegen ist er Platz eins. Das war ganz besonders. Und wir persönlich finden den Film auch richtig geil. Ja. Und zwar den Film Saus Pau in diesem schönen Steelbook. Und ich muss euch ganz ehrlich zugeben, das Steelbook ist bei Amazon ausverkauft. Und auch das ist auch das letzte Exemplar von Mediamarkt für uns. Es gibt sonst keine weiteren mehr, hat er mir ja gesagt. Und ich habe jetzt alle beide, die eigentlich bekommen, er hat gerade zwei Stück bekommen. Und zwei Stück, was ist das? Und trotzdem weiter rein in die Kamera halten, du bist ganz am Rand. Entschuldigung. Ich kann mal nicht so reden. Gut, dann machen wir es halt so. Nee, passt. Und hat er gemeint, das ist auf jeden Fall wirklich, anscheinend wird er echt sehr, sehr, der Film ist wirklich geil. Und das ist auf jeden Fall Platz Nummer eins für euch, wenn ihr alle Fehler findet. Und ihr habt jetzt bis zum, mal kurz gucken, bis zum 20.01. habt ihr nun Zeit, diese Fehler zu entdecken? Hier eben, du musst alles präsentieren. Ich bin noch... Ja, ja, genau. Weiter. Auf jeden Fall, bis zum 20.01. habt ihr zwei, um 19 Uhr ist es dann vorbei, habt ihr Zeit eben, diese ganzen Fehler und Veränderungen eben in die Kommentare unten reinzuschreiben. Ihr könnt sie unten kommentieren, kein Problem, weil nämlich, ich tue erst die Kommentare erst freischreiben, wenn das Gewinnspiel vorbei ist. Oh, da sieht es nur er. Genau, ihr könnt kommentieren ohne Probleme, nur ich sehe es. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal viel Glück und viel Spaß beim Suchen. Ich hoffe, es ist doch nicht so schwer, wie wir es gedacht haben. Nee, also ein, zwei sind vielleicht ein wenig schwerer, aber wenn ihr genau aufpasst und vor allem genau hinschaut, dann wisst ihr es. Und dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier mal Schluss, das Video geht glaube ich jetzt echt vier, fünf Stunden, glaube ich. Ist schon spät? Ja, und sie muss ins Bett haben wir im Frühdienst. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, tschü mit ö und... Tschüss, bis, 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 Vielen Dank.